Liebe Piraten, sehr geehrte Gäste, sehr geehrte Journalisten, liebe Zuschauer im Stream. Herzlich willkommen in Aix-la-Chapelle, das ist der französische Name für Aachen, dessen Herkunft aus dem Lateinischen stammt und auch Aquis Grani genannt wird, was so viel heißt wie bei den Wassern. Der Namenszusatz Grani geht auf den keltischen Wasser und Bädergott Granus zurück. Als Badeort und aufgrund der vielzelligen heißen Quellen, die in Thermen gefasst waren, war die Gegend um Aachen schon bei den Legionären aus Rom sehr beliebt. Herzlich willkommen also in Oche, wie der Oescher sagt, der hier lebende Ureinwohner, sich selbst in seinem Dialekt Oescher-Platt nennt. Ich bin ein Aachener, ich bin ein Oescher. Ich selbst habe hier von 1986 bis 2003 gelebt, bin hier im Anne-Frank-Gymnasium zur Schule gegangen und habe auch hier mein Abitur gemacht. Den Notenschnitt verrate ich an der Stelle natürlich nicht. Wenn ich euch fragen würde, was euch zu Aachen einfällt, würdet ihr wahrscheinlich so etwas antworten wie Printen, Technische Hochschule, Nähe zu Holland, Belgien, Pferdefreunde, würden den Cio nennen und diejenigen, die in Geschichte aufgepasst haben, würden Karl der Große sagen oder eventuell auch den Karlspreis nennen, der jährlich für Verdienste um die Europäische Einigung verliehen wird. Mit der RWTH, der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule, die seit 2007 im Rahmen der Exzellenzinitiative gefördert wird, verfügt die Stadt Aachen über eine der größten und traditionsreichsten technischen Universitäten Europas, an der ich übrigens mal zwei Jahre ziemlich erfolglos Bauingenieur studiert habe. Maastricht hatte da etwas mehr Geduld mit mir, wo ich letztlich meinen Abschluss in Kunst gemacht habe. Die Stadt Aachen ist bekannt für ihre bis in die Jugendsteinzeit zurückreichende Geschichte und ihr damit verbundenes kulturelles, archäologisches und architektonisches Erbe. Wenn hier etwas gebaut wird, dann buddelt immer ein Archäologe mit und teilweise ziehen sich Baustellen über mehrere Jahrzehnte hin, weil immer wieder was gefunden wird und dann behutsam geborgen werden muss. Der Dom, das Wahrzeichen der Stadt und der Domschatz, wurden 1978 als erstes deutsches Kulturdenkmal und zweites Kulturdenkmal weltweit in die Welterbeliste der UNESCO aufgenommen. Die direkte Umgebung von Aachen ist die sogenannte Euregio Rhein-Mars, die Europaregion im Grenzraum Belgien, Deutschland und Niederlande um die Städte Aachen, Lüttich und Maastricht mit den Wäldern der Eifel, des Hohen Fenns und den Adennen. Diese Gegend hier ist jede Reise wert, das könnt ihr mir glauben. Und wo wir gerade bei Geschichte sind und unseren Landesparteitag im Anne-Frank-Gymnasium verbringen, möchte ich mit euch auf Anne-Frank zu sprechen kommen. Denn ihre Geschichte ist zu diesen Zeiten aktueller denn je. Anne-Frank war Flüchtling. Anne-Frank war Jüdin. Und Anne-Frank musste sich vor den Nazis verstecken, um nicht der nationalsozialistischen Vernichtungsmaschinerie zum Opfer zu fallen, was ihr leider nicht gelang. Anne-Frank machte auch Station hier in Aachen auf ihrer Flucht in die Niederlande. Als die NSDAP am 13. März 1933 wenige Wochen nach Hitlers Machtergreifung bei der Kommunalwahl in Anne's Geburtsstadt Frankfurt am Main kam es sofort zu antisemitischen Demonstrationen und Ausschreitungen. Anne's Vater, Otto Frank, sah große Probleme auf seine Familie zukommen und die Eltern fragten sich besorgt, was wohl passiert, wenn sie weiter in Deutschland bleiben. Und noch in diesem Jahr zog Anne's Mutter mit den Kindern nach Aachen, wo sie einige Wochen blieben, bevor sie letztlich nach Amsterdam zogen und die furchtbare Geschichte, wie sie in ihrem Tagebuch beschrieben wurde, ihren Lauf nahmen. Einige Parallelen zu dieser Zeit, zur jetzigen Zeit machen mir Angst. Flüchtlinge, die hier nach Deutschland kommen, haben Erfahrungen wie Anne machen müssen. Folterung, Verfolgung, Verletzungen, Bedrohungen, Todesangst. Womöglich haben sie engste Familienmitglieder durch Bomben oder auf der lebensgefährlichen Flucht verloren. Sie kommen nach hier und erleben plötzlich, dass gegen sie demonstriert wird. Heute werden in Köln unter dem Namen Ho-Geser, Hooligans gegen Salafisten, Wiedermenschen demonstrieren und ihre plumpen Parallelen gelten nicht alleine radikalen Religionsfanatikern, nein, diese populistischen Gruppierungen wie die CSU, die Pegida, die AfD, die Dügida, die sogenannten besorgten Bürger oder, gestern erst gelesen, überforderte Bürger. Oder, hey, ich bin auch immer mal wieder überfordert, aber deswegen zünde ich noch lange keine Unterkünfte an. Diese Leute kennen nicht mal ihre Nachbarn und reden von Überfremdung. Das ist doch alles ein schlechter Scherz. Aber es ist gefährlich, sehr gefährlich und unmenschlich. Wir dürfen vor diesem dummen Hass nicht die Augen verschließen. Wir dürfen das nicht unterschätzen und wir müssen Flagge zeigen. Wir stellen uns dem entgegen und sagen, Stopp, wir sind Piraten und wir lassen euch nicht gewähren. Punkt. Und für Menschen, die solche Fragen stellen wie, ich habe gehört, wir müssen bald mit arabischen Zahlen rechnen, empfehle ich an dieser Stelle mal den sehr interessanten Blogpost von Enno Lenze mit dem Namen FAQ für besorgte Bürger. Sehr wesenswert. Wir müssen natürlich auf der politischen Ebene im Stadtrat oder Kreistag und auch im Landtag mit den auftretenden Problemen offen umgehen und sie diskutieren. Wir müssen nach Lösungen für die Unterbringung und Integration der hier ankommenden Menschen suchen. Und dazu gehören sicher keine Mauern, keine Grenzzäune und auch keine Transitzonen. Wir haben genug Platz. Man muss dafür eben was tun. Dazu gehört es dann auch mal von der Verwaltung und der Politik, unbürokratische Maßnahmen einzufordern. Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Taten. Bitteschön. Auf der Aufstellungsversammlung, ich weiß nicht, ob der eine oder andere von euch da war, in meiner Tagen Anfang 2013, habe ich eine sehr wütende Kandidaturrede über die europäische und auch die deutsche Asylpolitik gehalten. Und es macht mich unendlich traurig und wütend, dass immer noch Fluchtsuchende ertrinken müssen. Täglich. Ich weiß, dass viele von euch im Saal und vor dem Stream sich stark für die Fluchtsuchende in den Kommunen einsetzen und engagieren. Auch alle unsere Landtagsfraktionen haben bereits 2012 und 2013 erkannt, dass frühzeitig mit politischen Entscheidungen Lösungen herbeigeführt werden müssen, da sich diese Konflikte in der Welt mehrten und die großen Lager in Jordanien, im Liebermann und in der Türkei täglich größer wurden und aus allen Nähten platzten. Weil wir über den Tellerrand hinausschauen, wussten wir, dass es mehr Flüchtlinge hier in Deutschland werden und auch in Europa. Das alles war sowas von absehbar. Leider hat niemand auf uns gehört und jetzt haben wir den Salat. Aber es zeigt, dass wir mittlerweile nicht mehr alleine Politik aus Notwehr machen, sondern auch Politik zur Schadensbegrenzung. Und auch in vielen anderen Politikfeldern Politik muss gestalten, sonst wird sie von den Ereignissen und Entwicklungen an die Wand gedrückt, wie man aktuell auch in Nordrhein-Westfalen gut beobachten kann. Eine Kraft-Kohle-Koalition begreift nicht, dass fossile Energieträger ein Auslaufmodell sind und die Grünen freuen sich über ein paar Meter Raumgewinn. Ein Trauerspiel. In der engagiertesten Debatte über die Legalisierung von Cannabis ever ziehen die Grünen den Schwanz ein. Ein Witz. Freifunk haben wir angestoßen. Rot-Grün hat mitgemacht. Und was ist bisher passiert? Nichts. Anfang des Jahres hat Hannelore Kraft eine sogenannte digitale Agenda angekündigt. Seifenblasen. Wir Piraten müssen für Recht und gegen Unrecht kämpfen. Wir müssen uns zur Menschlichkeit und zu den Grundrechten bekennen. Jeden Tag. Denn unser Bekenntnis zur Menschlichkeit ist der Schlüssel zur Bewahrung der Demokratie. Unsere Empathie und unser Mitgefühl geben allen Menschen Hoffnung und Kraft, an dieser Gesellschaft mitzuwirken und sie zu verbessern. Unser Kampf für Grundrechte stärkt die Gesellschaft, auch wenn sie es selbst momentan noch nicht merkt. Wenn in der heutigen Medienlandschaft, Stichwort Jauch, kaum noch politische oder gesellschaftskritische Kontroversen ausgetragen werden, sondern nur scheinbar alternativlose Allgemeinplattitüden ausgetauscht werden, auf die sich dann der fehlinformierte Empörungsbürger stürzen kann, dann ist ein Punkt erreicht, an dem spätestens unsere Enkel einmal fragen werden. Und ihr habt nichts mitbekommen? Unsere Großeltern hatten nicht die Möglichkeiten des Internets für ihren Widerstand. Diese Menge an Informationen, diese Tiefe der Vernetzung. Die Folge war ein Europa überziehender Faschismus und Krieg. Heute haben wir es mit einer ungezügelnden Finanzindustrie zu tun, die mittlerweile in alle Lebensbereiche eingreift. Die schleichende Infiltration dieses neoliberalen Gedankenguts wird den gewachsenen Demokratien einen schweren Schaden zufügen. Waffen werden weiter in Diktaturen exportiert. Grundrechte werden noch heftiger ausgehöhlt und teilweise abgeschafft. Stichwort Vorratsdatenspeicherung. Unsichere Herkunftsländer werden zu sicheren Herkunftsländern erklärt. Gewerkschaften gleichgeschaltet. Die Netzneutralität soll abgeschafft werden. Mitbestimmung, Transparenz, direktere Demokratie, Fehlanzeige. Dieser Schaden ist bereits jetzt überall sichtbar. Wir müssen unbequem bleiben, liebe Piraten. Ja, wir müssen noch unbequemer werden und uns mit allen Kräften wehren. Wir dürfen nicht gehorsam sein. Wir müssen Fragen stellen. Böse Fragen. Unbequeme Fragen. Wir sind eine junge Partei, die frech, kritisch und aufgeklärt hinterfragen sollte. Ja, hinterfragen muss. Gehorsam ist scheiße. In letzter Konsequenz führt Gehorsam politisch zu Autorität, Faschismus und Gewalt. Und deshalb fordere ich euch dazu auf, einen Neustart in diesem Landesverband zu wagen. Wir brauchen eine neue Kultur des Miteinanders, eine neue Form der Selbstreflexion und eine noch größere Konzentration auf den Angriff in Richtung der politischen Gegner. Ich möchte euch einen Aufbruch vorschlagen, der den Menschen zeigt, wir haben verstanden, dass wir uns nicht länger um uns selbst drehen dürfen. Wir haben verstanden, dass wir durch Beliebigkeit und Inkompetenz außerhalb unserer Kernthemen viele unserer Stammwähler verkrault haben. Wir haben auch verstanden, dass wir aktuell zu biede und auch ein wenig zu langweilig daherkommen. Wir haben verstanden, dass wir eine Partei attraktiv und modern gestalten müssen, damit sie lebhaft bleibt. Wir haben verstanden, dass wir ehrenamtliche Arbeit wertschätzen und honorieren müssen. Und wir haben verstanden, dass wir viele unserer Wahlversprechen bisher schuldig geblieben sind. Wir haben es verstanden. Wir haben es verstanden und es tut uns leid, dass wir es nicht geschafft haben, die hohen Erwartungen an diese junge und noch sehr unerfahrene Partei zu erfüllen. Aber wir arbeiten hart. Wir arbeiten weiter hart daran, besser zu werden. Und wir rufen alle diejenigen dazu auf, die Interesse an ehrlicher Politik haben, uns dabei zu helfen. Ich würde mich freuen, wenn wir alle diesen Landesparteitag dazu nutzen, darüber zu diskutieren, wie wir diesen gemeinsamen Aufbruch, diesen gemeinsamen Neustart und diese gemeinsamen Verbesserungen zusammen bewältigen könnten. Eure Ideen sind gefragt. Lasst uns eine Debatte darüber führen, was wir ändern müssen und wie dieser Neustart aussehen könnte. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir es gemeinsam schaffen können, wieder auf die Erfolgsspur zu kommen und die Menschen davon überzeugen, was für geile Politik wir machen. Lasst uns die Piratenpartei Nordrhein-Westfalen neu erfinden. Es wird höchste Zeit. Ich wünsche uns allen hier einen konstruktiven, diversen, lebhaften, lustigen und auch reflektierten Landesparteitag. Hiermit eröffne ich den Landesparteitag in Aachem 15.2. Ich danke euch. Guten Morgen. Herzlich willkommen in Aachen. Mein Name ist Udo Pütz. Mein Name ist Udo Pütz. Ich bin der Fraktionsvorsitzende der Ratsfraktion. Und damit kommt mir die Ehre zu, euch hier von den Aachener Piraten zu begrüßen. Wo Paki gerade die ganze Sache von der generellen Seite etwas betrachtet hat, möchte ich das Ganze etwas von kommunaler Seite betrachten. Uns Aachener Piraten freut es sehr, dass es den LPD jetzt auch mal in unsere Ecke verschlagen hat. Wir haben lange daran gearbeitet auch irgendwo. Und es ist so, dass in Aachen schon sehr lange eine Hochburg der Piraten ist. 2006 waren hier mit die ersten Piraten. Es gibt hier auch noch einen aktiven Piraten, der eine zweistellige Mitgliedsnummer hat. 2009 haben wir es dann schon geschafft, mit einem Ratsherren in den Stadtrat reinzubekommen und erste Schnuppe-Versuche da machen zu können und ein bisschen was kommunalpolitische Arbeit zu machen. 2014 war für uns dann hier in der Region ein sehr gutes Jahr. Wir haben es geschafft, mit drei Leuten in den Aachener Stadtrat zu kommen. Wir haben es geschafft, in den Städtregionstag zu kommen. Wir haben es geschafft, mit einer Fraktion in den Herzogenrat, der Stadtrat reinzukommen. Wir haben einen Einzelratsherren in Eschweiler und in Stolberg auch noch. Und damit ist also hier eine sehr starke Burg. Ich denke, dass diese guten Ergebnisse auch an der guten Zusammenarbeit hier in Aachen liegen, dass auch die Kommunikation zwischen den Piraten hier sehr, sehr gut ist und dass das irgendwo mit ein Grund ist, dass wir hier so gut funktionieren. Das Problem ist ein klein bisschen, wenn man gut funktioniert, dann kriegt man auch sehr viel Arbeit. Das ist das, was wir jetzt mitbekommen. Wir haben jetzt, ich stelle es jetzt mal aus dem Aachener Stadtrat dar, da haben wir 21 Ausschüsse, die wir jetzt bearbeiten müssen. Vorher war es eine. Wir haben die sieben Bezirksvertretungen und wir haben noch irgendwelche Aufsichtsräte. Das ist natürlich das, wo sehr, sehr, sehr viel Energie reinfließt. Und da möchte ich allen, jetzt nicht nur hier für Aachen, sondern auch generell kommunalpolitisch Engagierten danken für die ganze Arbeit, die da geleistet wird. Und da sehe ich aber auch ein bisschen den Kasus knacktos, dass wir schauen müssen, ja, dass wir mehr Leute irgendwo aktivieren, damit die ganze Last ein bisschen auf mehr Schultern verteilt wird. Die Belastung ist im Moment sehr, sehr groß. Ich denke mal, das ist auch ein Grund, warum sich viele gedacht haben, ja, hier LPT, ich habe es dann genug um die Ohren, ich kümmere mich mal kommunal. Wir haben vor kurzem nochmal einen Infostand gemacht. Und ich denke, das ist auch das, was man jetzt weiterhin machen sollte, um irgendwo die Leute überhaupt noch wieder auf uns aufmerksam zu machen. Und wir müssen halt auch in die Presse kommen. Und das ist das, wo ich irgendwo sehe, wo unser Landesvorstand, beziehungsweise auch unsere Landtagsfraktion irgendwo schauen muss, dass sie die Kommunalen da unterstützt. Dass also die Ergebnisse, die kommunal gemacht werden, in die anderen Kommunen reingetragen werden, damit halt einfach überhaupt ein, ach, euch gibt es noch, mal irgendwo wegkommt und dass wir weiterhin irgendwo, ja, unsere Themen anbringen können und Leute aktivieren können. Meine Erfahrung jetzt nach einem Jahr, etwas über einem Jahr ist, dass die anderen Parteien, weiß Gott, auch nur mit Wasser kochen, die Verwaltung auch irgendwo sehr verkrustet ist und dementsprechend unsere frischen Ideen, die wir da reinbringen, wirklich, wirklich, wirklich notwendig sind. Man wird da durchaus angegriffen, man kriegt auch von der Verwaltung keine Hilfe, sondern man muss sich da selber alles zurechtfinden, wiederum was, wo wir schauen müssen, dass wir uns untereinander vernetzen. Und da gibt es halt diverse rechtliche Sachen und jetzt Haushalte stehen wieder an, wo wir alle die Hilfe brauchen, um da irgendwie was einzubringen. Die anderen Parteien können es nicht irgendwie besser. Wir müssen uns klar machen, wir sind im Moment nur eine kleine Oppositionspartei, die irgendwo mit ein paar Stimmen in den Räten rumkrebst und ich denke, man sieht es bei den 20 Piraten irgendwo so ein bisschen und man sieht es auch in den, ich merke es selber, es wird einem sehr, sehr, sehr viel Arbeit aufgebürdet in den ganzen Ausschüssen, aber da müssen wir uns dann immer vor Augen führen, wir sind eine kleine Oppositionspartei. Die anderen gestalten gerade, wir haben hier in Aachen eine GroKo, die winken alles durch, was sie durchwinken wollen. Da kann man noch so toll gegenargumentieren, das winken die durch. Dementsprechend nicht irgendwo sich da vereinnahmen lassen, nicht auf quasi Arbeitsebene zurückfallen lassen, sondern selber Themen suchen, selber Foki suchen, selber Themen besetzen, diese durchsetzen. Das ist das, womit wir uns irgendwo noch absetzen können, was nötig ist, wo wir auch noch was bewirken können, nicht vereinnahmen lassen. In diesem Zuge kann man dann jetzt auch zum Beispiel den Kontakt zu Freifunk suchen. Den haben wir hier, wir Piraten in Aachen, haben den in Aachen in Freifunk einen Großteil mitgestartet wieder und jetzt haben wir knapp 1000 Knoten hier. Das sind halt Sachen, wo man mit den kleinen Initiativen, die da sind, irgendwas bewirken kann und da auch sich einbringen kann. Das ist das, was von den großen Parteien nicht abgedeckt wird. Diese kommunalen Lehren, die wir gerade ziehen, müssen wir kommunal ziehen. Das ist dann das, wo ich auch irgendwo den Landesvorstand sehe, dass er das weiter verbreitet. Ich sehe es aber auch hier bei unseren Landtagsmitarbeitern, dass da die Kommunikation von denen in die Kommunen nicht gut ist. Das ist das, wo ich noch immer ein Problem habe. Ich meine, dass da Größenordnung 70 Leute sitzen und dafür kommt halt viel zu wenig von der Landtagsfraktion zurück in die Kommunen, was die Themen da betrifft. Es muss dann einen Informationsfluss geben. Es muss klar sein, was ist da gerade, was im Landtag besprochen wird, was die einzelnen Kommunen, Wuppertal, Bielefeld, Aachen oder sonst wie betrifft. Da müssen wir jetzt wirklich lernen, wenn 2017 die Wahlen wieder anstehen, dass wir da halt wirklich Leute hinwählen, die nicht dann nach relativ kurzer Zeit zu der CDU übertreten, sondern halt wirklich die Kommunen unterstützen. Als kleiner Seitenhieb, wofür der Bund 40% unseres Geldes bekommt, verstehe ich auch nicht so ganz. Ich kann nicht sagen, dass ich da kommunal viel von habe. Auch noch so ein Punkt. Ich möchte auf jeden Fall dem jetzt gerade noch amtierenden Landesvorstand danken für die gute Arbeit. Wir hatten da einigen Beef mit den Landesvorständen über die Vergangenheit, aber mit dem letzten lief es eigentlich sehr gut. Vielen, vielen Dank, Paki und Co. Wir sollten uns gleich einen guten neuen Landesvorstand wählen. Meine Rede war jetzt ein bisschen an die Kandidaten da gerichtet. Denkt an die Kommunen. Danke. Paki, ich glaube, du musst jetzt was sagen. Du musst jetzt als Landesvorstand... Weißt du, ne? Wo ist Michelle? Da bist du doch. Ja, dann komm. Du bist dran. Erst Michelle noch und dann... Kein Problem. Du hast alles zu sagen. Du hast ein Mikro. Das ist aber tief. Wo ist der Knopf zum Höher machen? Hm. Toll. Ich muss das so halten. Tut mir leid. Ja, man hat mir keine Zeitbegrenzung gegeben. Ihr müsst mich jetzt lange ertragen, glaube ich. Hallo, ich bin der Michelle. Ich bin der Fraktionsvorsitzende der Piraten im Landtag, die gerade schon angesprochen waren. Kleiner Tipp Udo, die 20 Piraten sind nur noch 18. Ja, die meisten werden mich kennen. Was soll ich sagen? Die Neuen haben mich vielleicht auf der Stammtisch-Tour gesehen. Wer mich noch nicht kennt, bin 37, habe keinen Hund mehr, keine Frau, immer noch ein Kind. Ihr kennt das Problem. Ich wollte eigentlich politisch reden und tatsächlich nur über Politik reden, aber ich habe das Problem, dass ich heute nicht drumherum komme, noch etwas zu sagen, zu dem, was gestern passiert ist. Ich möchte nicht nachkarten oder so. Ich glaube, das hat niemand nötig und das hat auch keiner verdient. Aber ich möchte noch drei Sachen sagen. Erstens, wir führen in der Fraktion untereinander regelmäßig Gespräche und gerade wenn es Probleme gibt und gerade bei dem Problem, das wir hatten mit Daniel Schwert, habe ich viele Gespräche geführt, persönliche Gespräche geführt. Eigentlich waren wir auf einem guten Weg. Aber wir sind eine Gruppe. Wir sind eine Partei, aber wir sind vor allen Dingen im Landtag eine Gruppe. Und ab einem gewissen Punkt muss ich wissen von jedem Fraktionsmitglied, denn das ist für meine Arbeit als Vorsitzender wichtig, aber auch für die Arbeit von jedem anderen Fraktionsmitglied wichtig, dass jeder andere sich committet auf eine gewisse Grundrichtung. Und wenn diese Grundrichtung in Frage gestellt ist und ich dann sage, bitte, ich möchte ein Statement, stehe zur Fraktion, nicht zur Partei. Ich habe gesagt, stehe zur Fraktion und die Antwort ist, ein Austritt aus der Fraktion, dann kann ich nur mit den Schultern zucken und sagen, ich habe alles versucht. Selbst die Aussage, ja, ich werde bei der Linkspartei kandidieren, aber ich bleibe so lange in der Piratenfraktion und ich arbeite so lange mit, hätte ich akzeptiert und ich hätte dafür gestimmt, dass er in der Fraktion bleiben kann. Aber ein Nichtbekenntnis zu gar nichts und ich möchte einfach irgendwie freischweben, aber die Mittel der Fraktion benutzen, das konnten wir meiner Meinung nach nicht hinnehmen. Deswegen musste das Thema angesprochen werden. Ich halte es nicht für die beste Lösung, wie es gelaufen ist, aber es ist jetzt so gelaufen, ich glaube, die 18, die übrig bleiben, werden damit jetzt leben und werden damit auch vorankommen. Und ich möchte noch einen Satz sagen, den ich mir gemerkt habe, der kommt aus dem Jahr 2009, der kommt von ganz, ganz am Anfang. Da hat Jörg Taus mal gesagt, ich weiß, der ist inzwischen bei einigen auch unten durch, aber da hat Jörg Taus mal gesagt, einen sehr wichtigen Satz, den ich mir weit und tief hinter die Ohren eingekratzt habe. Man muss nicht in der Piratenpartei sein, um Pirat zu sein. Und ich glaube, diesen Satz hätten wir in dem Fall durchaus anwenden können. Der Wahlkampf hat begonnen. Willkommen im Wahlkampf. Drei Minister sind ausgetauscht worden und wir haben es gestern erlebt, die anderen Parteien feiern Übertritte von so unwichtigen Basismitgliedern wie Thersales oder Buberndt. Als großen Erfolg. Das Problem ist, wir treten noch auf der Stelle. Leider viel zu sehr. Wir schaffen den Transfer nicht zwischen dem, was wir im Landtag tun, der Udo hat es gerade angesprochen, und dem, was in unserem Wahlprogramm ankommt, was in unserem Parteiprogramm ankommt, was wir hier auf den Parteitagen tun. Wir haben Grundsatzdiskussionen geführt, sind wir linksliberal oder linkslibertär oder irgendwas anderes links oder auch nicht. Aber so die tatsächlichen Debatten, die in die Tiefe gehen, die führen wir nicht mehr, weil die Arbeitskreise gibt es nicht mehr oder nur noch ganz wenige. Und der Transfer findet nicht mehr statt. Ich nenne ein Beispiel, wir sind für erneuerbare Energien. Und inzwischen eigentlich fordern wir ständig ein Braunkohleausstiegsgesetz. Aber in unserem Parteiprogramm findet sich davon nichts wieder, weil der Transfer hat leider nicht stattgefunden. Wie gesagt, einige Bereiche funktionieren noch, Bildung, ich weiß, der AKWiFi funktioniert jetzt ohne MDL, der ist irgendwie abhandengekommen. Aber die anderen liefern uns eigentlich Vorlagen und wir könnten eigentlich an so vielen Stellen angreifen. Wir haben die große, große, große Flüchtlingsfrage. Wir haben eine Helferkonferenz jetzt im Landtag gehabt, da kommen Leute hin, die haben ganz konkrete Vorschläge. Und wir werden jetzt im Landtag auch einen Antrag dazu machen, was man denn verbessern kann. Wir holen die Leute zu uns, wir reden mit den Leuten, wir machen das, was wir immer gesagt haben, dahin gehen, wo es wehtut, dahin gehen, wo die Basis ist. Die Leute, die sich auskennen, das Wissen sammeln und daraus entsprechende Politik machen, das tun wir jetzt. Und das sollten wir in der Flüchtlingsfrage auch weitermachen. Wir haben... Und das sollte vor allen Dingen die Landesregierung, sollten die regierungstragenden Fraktionen weitermachen. Das wäre noch viel, viel wichtiger, als wenn wir das machen. Wir haben echte Steilvorlagen, eine zweieinhalb Prozent Sperrklausel wollen die Vollpfosten in einem Landtag einführen. Tut mir leid, anders kann ich es nicht sagen. Wir müssen doch wissen, dass das juristisch scheitert, weil wir dagegen klagen werden. So blöd kann man doch gar nicht sein. Aber da müssen wir jeden Tag uns hinstellen und müssen sagen, liebe Leute, so geht es nicht. Wir haben diese neue Vorratsdatenspeicherung. Wie blöd kann man eigentlich sein? Die müssen doch wissen, dass das juristisch scheitert, weil wir dagegen klagen werden. Es tut mir leid. Und das Schöne an diesen ganzen Vorlagen ist, man merkt, es gibt Bereiche, in denen werden wir tatsächlich noch wahrgenommen und gehört. Ich nenne mal einen Bereich, weil ich da relativ nah dran bin. Das ist der MINT-Bereich, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik in der Schule. Da war ich beim Tatkrafttag in Wuppertal. Mittwoch war es, glaube ich. Und da sitzt die Frau Ministerpräsidentin bei einem sogenannten Couch-Gespräch auf der Bühne und unterhält sich mit dem Moderator. Und erzählt, wir müssen im MINT-Bereich ganz viel und wir haben Probleme und so weiter und so weiter. Und jedes Mal, wenn es darum geht, technische Ausbildung und Schule und wie kriegen wir die Leute an den Computer und sind iPads gut in der Schule oder wollen wir Informatik als Pflichtfach einführen, geht immer der Blick zu dem einen Piraten, der da in der ersten Reihe sitzt. Und das war nicht so ein Blick wie jetzt, wo ich euch alle so ein bisschen angucke, sondern ganz gezielt einen angeguckt und du bist es. Dich frage ich jetzt. Und am Ende sagt sie sogar sowas, nach dem Gespräch kommt sie runter, so hier noch anstoßen, da noch anstoßen und sagt, das war doch gut, was ich gesagt habe, oder? Also so in der Art, das war nicht wörtlich, aber so ist es angekommen. Wir werden wahrgenommen, in einigen Bereichen sind wir immer noch diejenigen, die gefragt werden. Die Platzanweiserin stellt mich an diesen Tisch und sagt, wo sind denn ihre drei Kollegen, da stehen Namensschildchen, sage ich, weiß ich nicht, sagt die, aber sie sind doch Piraten. Ja, Piraten wissen doch alles, die haben doch dieses Internet. Wir sind die, wir sind die mit dem Internet. So werden wir wahrgenommen. Und wir können noch viel mehr und das müssen wir den Leuten tatsächlich zeigen. Bei Flüchtlingsinitiativen, freiwilligen Helfern, bei Hackern, beim Freifunk, bei Künstlergruppen, da sind wir dran. Mit denen reden wir ständig und bei denen haben wir gute Kontakte. Aber wir brauchen eigentlich noch viel mehr Gesprächspartner. Denn was ich negativ erfahren habe in Wuppertal war, dass sogar die Linken mit einem kleinen Grüppchen da waren und am Ende kannten sich irgendwie alle untereinander und jeder hat mit jedem geredet. Das Problem mit uns Piraten ist, und das sage ich euch ganz persönlich, am Ende von so einer Veranstaltung stehe ich da, trinken Bier, essen Brezel, gehen nach Hause, weil ich kenne da leider niemanden. Und ich habe auch vor Ort niemanden mehr, der mich irgendwie vernetzen könnte. Denn eins müssen wir ja leider zugeben, wir sind da im Moment nicht mehr gut aufgestellt. Und wir müssen da an uns arbeiten. Ich sage da gleich noch was zu. Wenn wir uns für gesellschaftliche Strömungen, wenn wir uns für andere Bereiche in der Gesellschaft öffnen, die Leute reden von Wirtschaft 4.0. Frau Kraft, Wirtschaft 4.0. Und ganz viel, es wird immer gesagt, die Chancen müssen wir nutzen und die Risiken vermeiden. Wir müssen die nicht vermeiden, wir müssen darüber reden, was sind überhaupt die Risiken und wie kann man dagegen eigentlich was tun. Wir sollten die Chancen nach vorne stellen und nicht immer nur über die Risiken reden. Und wenn wir über die Risiken reden, dann sollten wir sagen, okay, was haben wir denn? Wirtschaft 4.0, fallen Arbeitsplätze weg und so weiter. Dann reden wir doch über Soziales in der Digitalisierung. Wie und wovon leben wir denn eigentlich in 20 Jahren? Was für Chancen bietet eigentlich diese Digitalisierung, bietet diese Vernetzung, bietet diese Globalisierung eigentlich für uns in der Flüchtlingsfrage, im Bereich der Arbeit, im Bereich der Bildung oder im Bereich der Demokratie? Was können wir denn entwickeln? Wenn wir in Expertenanhörungen im Landtag sind, dann höre ich ständig so raus, ja die Piraten, die haben eigentlich die richtigen Ideen. Und ganz häufig stellen wir Fragen und dann heißt es, ja so müsste man das machen. Und dann abgelehnt wird es am Ende natürlich leider trotzdem. Das Problem bei der ganzen Sache ist, selbst wenn wir mit Expertise wahrgenommen werden, wir werden nicht mehr gesehen. Wir werden da draußen nicht mehr wahrgenommen. Der Udo hat es gerade gesagt. Die erste Lösung, die erste Losung sollte lauten, uns gibt es noch. Wir sind noch da. Und als ich gerade da gesessen habe, Gott sei Dank, der Saal hat sich jetzt ein bisschen gefüllt. Ich bin ein bisschen traurig. Es sind so wenig Leute geworden. Es sind so wenig Leute geworden, die hier sind. Aber uns gibt es noch. Denn wir sind noch da. Und die zweite Losung sollte sein, die Piraten, die werden gebraucht. Die werden kommunal gebraucht, die werden im Land gebraucht. Und wenn ich mir die Vorratsdatenspeicherung angucke, dann werden wir verdammt nochmal auch im Mund gebraucht. Ich bin überzeugt, dass wir es schaffen können. Ich hau jetzt mal einen raus. 8% 2017. Ich schreibe mir das auch gleich unter die Schuhe und fahre mit dem Marsching Mobil durch die Gegend. Ein bisschen mehr Krawall, ein bisschen mehr laut sein, ein bisschen mehr übers kranke System lästern. Da müssen wir wieder hinkommen. Meiner Meinung nach brauchen wir dazu eine kleine Parteireform. Aber da möchte ich jetzt nichts zu sagen. Das ist, glaube ich, etwas zu ausschweifend. Aber was ich sagen möchte, ist dieser Transfer, der muss wieder da sein. Mehr Transfer in die Partei, mehr Arbeitskreise in der Partei und Transfer in die Fraktion, mehr Austausch. Wir haben ein sehr progressives Programm, aber wir können das noch progressiver machen, weil wir eigentlich schon drei Schritte weiter sind und uns einfach nicht aufschreiben, was wir eigentlich so alles tun. Nochmal dazu, dass wir so wenige sind. Ich stelle auf der Stammtisch-Tour am Ende immer eine Frage. Und ich habe gemerkt, die ist wichtig. Warum seid ihr eigentlich hier? Und die stelle ich euch auch. Denn ich glaube, jeder von euch hat etwas. Jeder von euch hat etwas in sich drin. Warum er zum Stammtisch geht, warum er zum LPT, zum BPT geht, warum er sich überhaupt noch kommunal engagiert unter dem Label Piraten. Jeder von euch ist wegen irgendetwas in diese Partei eingetreten. Und in euch, die ihr heute hier seid und ich hoffe, in vielen, die am Stream auch zugucken, da brennt doch noch irgendwas. Es ist doch noch irgendwas da, weil sonst könnten wir das Wochenende doch wirklich besser verbringen, als hier, so leid es mir tut für die Städteregion Aachen und die Stadt Aachen, in der Aachener Schule, in der Aula zu sitzen. Also irgendetwas haben wir doch noch. Und ich glaube, wenn wir das in uns drin suchen, wenn wir das rauskitzeln, wenn wir das wieder nach vorne stellen, warum sind wir eigentlich in dieser Partei und was wollen wir verändern, dann haben wir eine Chance tatsächlich wieder zu wirken. Dann haben wir eine Chance zu sagen, die Querelen sind hinter uns. Wir haben ein gemeinsames Ziel und dieses Ziel wollen wir erreichen. Dafür stelle ich mich zurück, dafür stelle ich vielleicht meine eine Forderung zurück, für die ich merke, dass ich jetzt gerade keine Mehrheit kriege und so weiter, wie es normal sein sollte in der Politik. Ich glaube, dass wir da angekommen sind und dass wir das schaffen können. Eine Bitte. Erklärt den Leuten, geht raus auf die Straße, geht in eure Kommune, geht zu euren Freunden, geht heute Abend auf irgendeine Feier und erklärt einer Person, warum. braucht es Piraten in der Politik. Macht das jeden Abend und wir haben am Ende so viele Wähler, da können wir kaum vorweglaufen. Der Wahlkampf hat begonnen, der Wahlkampf ist jetzt und die Zukunft ist jetzt. Lass uns gemeinsam gestalten. Danke. Danke. Ja, vielen Dank Udo, vielen Dank Michelle, das waren sehr gute Reden, fand ich. Hat mir sehr gefallen. Ich würde dann jetzt das Team der Versammlungsleitung zur Kandidatur bitten. Wir haben den lieben Maik Saunus, den Piratenschlumpf, Kai Baumann. Ja, komm mal her. Wer ist noch dabei? Sag ich gleich. Sag doch erstmal noch jemand anderes. Genau. Schlumpf stellt das Team gleich vor. Ich frage an der Stelle, ist noch ein anderes Team für die Versammlungsleitung, was kandidieren möchte, dann würde ich das jetzt bitten, auf die Bühne zu kommen. Und dann übergebe ich erstmal einen Schlumpf, bitte. Ja, danke. Zuerst mal muss ich mich ja entschuldigen, Michelle, tut mir leid, ich habe dich nicht gesehen, damit fängt das ja super an. Direkt erstmal kleine Brötchen backen. Ja, ich bin der Piratenschlumpf, ich würde gerne für euch die Versammlungsleitung machen. Mein Team sitzt da drüben, der Maik Saunus aus Niedersachsen, der hat schon mal ein BPT gemacht, glaube ich, der kann das ganz gut. Natürlich nicht alleine. Deshalb hat er ja auch rechts eine gute Unterstützung, der Kai Baumann hier aus Aachen, der hat auch schon häufiger mal Versammlungsleitung gemacht. Dann habe ich noch Matthias Stoll aus Niedersachsen als Helfer der Versammlungsleitung, würde ich gerne dabei haben, das war es erstmal. Dann müsstest du jetzt so eine Abstimmung machen, Paki, falls ihr keine Fragen habt. Ich kriege gerade von dem Dennis die Bitte, dass die Leute, die vorne auf dem Parkplatz geparkt haben, ihre Autos wegstellen, aber ich weiß nicht so genau, welche Autos. Vielleicht sagst du das mal eben selber. Welcher Parkplatz? Korrekt, welcher Parkplatz. Also es gibt da hinten einen Friedhof, da kann man parken. So, aber es gibt da hinten auch einen Parkplatz, der ist sehr groß, der gehört dieser Schule und da ist so Flatterband abgesperrt. Wer hinter diesem Flatterband steht, der steht da falsch. Also steht bitte da. Also wenn ihr innerhalb des Bereiches des Flatterbands abgesperrt, hin und her, ihr kennt diese ganze. Gleich machen wir noch eine Satzung hier. Und da solltet ihr nicht stehen, da ist nämlich eine Feuerwehrübung. Ansonsten wird das Auto nicht gewaschen, sondern sehr nass. Oder ich denke mal sogar nicht das, sondern Schlimmeres. Also nochmal in kurz. Die Leute... ACDK303 sollte sofort sein Kfz dort wegbewegen, höre ich. ACDK303. Hört sich an wie so ein Synthesizer. Gut. Ja. Dann würde ich sagen, es gibt keine andere Bewerbung um die Kandidatur für die Versammlungsleitung. Dann würde ich euch jetzt um euer Handzeichen bitten, ob ihr dafür seid, dass dieses Team unsere Versammlung leitet. Bitte jetzt die Stimmkarten heben. Ja, sieht man im grünen Bereich auf der Stimmkarte. Nein, ist der rote Bereich auf der Stimmkarte. Grün, also in meine Richtung zeigen. Das sieht sehr positiv aus. Ich würde sagen, ihr habt den Job. Glückwunsch. Damit übergebe ich dann an Schlumpf. Bitte sehr. Dankeschön. Ich mache dann mal von hier weiter. Erstmal so. Machen wir mit der noch nicht abgestimmten Tagesordnung aus dem Wiki weiter. Der wichtigste nächste Punkt, Abstimmung über die Zulassung von Streaming, Gästen, Presse, Videoaufzeichnungen, Gerichtsaufzeichnungen, Stenografie, Rauchzeichen, Erdstrahlen, Subraumübertragung. Das meiste davon steht schon in der Satzung. Ich möchte trotzdem gerne, dass ihr mir das kurz bestätigt. Wer ist für ja? Und die roten könnt ihr gleichzeitig hochhalten. Gut, danke. Das ist eine Mehrheit dafür. Dann wählen wir jetzt die wichtigsten Leute überhaupt auf dem LPT. Die sitzen da hinten. Der Lost Encoding und der Thomas. Die haben sich für Protokoll beworben. Ja, und ohne Protokoll haben wir hinterher auch keinen unterschriebenen Vorstand. So. Möchte sonst noch jemand Protokoll machen? Gut. Dann stimmen wir das gerne mal gemeinsam ab. Wer ist dafür, dass die beiden Protokoll machen? Danke. Wer ist dagegen? Niemand. Danke. Dann seid ihr gewählt und macht bitte weiter. So. Nächster Punkt. Wahl des Wahlleiters und Ernennung seiner Wahlhelfer. Dann kommt der Maid jetzt mal auf die Bühne. Vielleicht mit seinem Team. Möchte sonst noch jemand außer dem Maid die Wahlleitung haben? Das will wirklich keiner. Maid, dann stell dich mal bitte vor. Ja, seid gegrüßt. Ich bin Maid. Ihr kennt mich vielleicht schon vom letzten Parteitag. Heute wird alles besser laufen. Denn ich habe ein Archie an meiner Seite und die Jessie. Die wären mein Team. Wir haben eine überarbeitete Wahlordnung. Wir haben der Schlumpf und der Ralf gemacht. Damit sollte alles laufen. Wir haben euren Wünschen Rechnung getragen. Zu mir noch. Ich bin 37, komme aus dem VKV Leverkusen, bin dort Büropirat. Und ja, wir schauen, dass wir das alles hier sauber und gut über die Bühne kriegen. Wenn ihr Fragen habt, fragt. Ansonsten möget ihr für immer schweigen. Nein, das ist meine kirchliche Ader. Ja. Ich wäre fertig mit meiner Vorstellung. Gut. Entschuldigung, jetzt habe ich auch einen Ton. Danke, Kai. Gut, wer ist dafür, dass der Maid mit seinem Team hier die Wahlleitung macht? Und wer ist dagegen? Auch niemand, dann seid ihr gewählt. Ihr habt den Job. Willst du deine Wahlhelfer jetzt machen? Ja. Dann los. So. Jeder gute Wahlleiter braucht Wahlhelfer. Wir haben zurzeit vier Wahlurnen. Und hätten gerne noch zwei Personen als Ersatz. Dementsprechend bräuchten wir zehn Wahlhelfer. Wer würde denn gerne freiwillig und unaufgefordert Wahlhelfer machen? Kommt bitte mal kurz nach vorne. Wir können euch hier vorne hinschellen. Ja. Egal. Wie beim Fußball. Drei, vier, fünf. Drei bräuchte ich noch. Ja, mach mal morgen. Ich kann ja immer wieder nachnominieren. Gut. Wir hätten hier acht Wahlhelfer, die sich zur Verfügung stellen. Oh, dann haben wir natürlich zehn. Zwei, vier, sechs, acht, zehn. Perfekt. Ja, ich muss nicht zählen. Das machen meine Wahlhelfer. Deswegen. Ja. Ist jemand hier in der Versammlung, der etwas gegen meine Wahlhelfer, die sich hier zu meiner Rechten aufgestellt haben, haben oder nicht? Hat jemand etwas gegen meine Wahlhelfer? So möge er jetzt die Karte heben. Mit sowohl als auch, bitte. Okay. Da ich keine Karte sehe, sind meine Wahlhelfer somit angenommen. Ich danke euch. Wir treffen uns gleich hier draußen im Vorraum. Folgt mir einfach mal. Und dann besprechen wir alles Weitere. Danke. Und ich übergebe an den Schlumpf. Gut, dann können wir weitermachen. Ganz wichtig heute. Wir haben eine Geschäftsordnung für diesen Parteitag und eine Wahlordnung. Die habt ihr sicherlich alle schon im Wiki gelesen. Gibt es weitere Vorschläge für eine Geschäftsordnung oder Wahlordnung? Im Wiki waren keine. Es meldet sich keiner. Dann bleibt es bei dieser einen, die wir gleich zur Wahl stellen. Habt ihr Fragen zu der Geschäftsordnung? Ich sehe auch keine. Dann stimmen wir die bitte mal ab. Wer ist dafür, dass wir die im Wiki veröffentlichte Geschäfts- und Wahlordnung auf diesem Landtag gelten lassen? Das sind ganz viele Ja. Stimmen? Wer ist dagegen? Keiner. Wunderbar. Haben wir den Punkt auch durch? Dann kommen wir zur Tagesordnung. Die war auch im Wiki und in der Einladung und hatte sich auch nicht verändert. Habt ihr Fragen zu der Tagesordnung? Gibt es Alternativvorschläge? Gibt es nicht. Dann stimmen wir die auch bitte ab. Wer ist dafür? Und wer ist dagegen? Okay, die Tagesordnung ist angenommen. Verdammt, das geht schneller, als ich mir gedacht habe. Was machen wir denn jetzt, Mike? Jetzt machen wir den Finanzbericht des Schatzmeisters. Super, da muss ich nicht mehr reden. Finanzbericht des Schatzmeisters steht dann als nächster Tagesordnungspunkt hier. Der Bernd, bitte. Der Schatzmeister. Da ist er. Bitte, Bernd. Machst du ihm noch ein? Sonst hätte ich nämlich jetzt gesagt, ich bin Wolfgang Niersbach und kann mich an nichts erinnern. Und gerne hätte ich auch noch was zu dem Vortrag. Erstmal schönen guten Morgen. Und gerne hätte ich auch noch was zu dem Vortrag von Michelle gesagt. Das mache ich vielleicht nachher noch. Ich beschränke mich jetzt mal auf die Sachen, die hier wesentlich sind. So, jetzt sollte es einigermaßen gehen. Also, Tätigkeitsbericht. Die einzelnen Punkte der Tätigkeit oder meiner Tätigkeit während dieses Jahres sind im Wiki unter Protokolle LAFO abrufbar. Ich habe mich jetzt hier auf einige wesentliche Dinge beschränkt. die nach meinem Dafürhalten herausragend waren für das Jahr. Bitte weiter. Jetzt kommt nichts mehr, ne? Oh, oh. Üblicherweise sagt man, ich habe da mal was vorbereitet. Wir sind fröhlich entspannt. Ja, dann nutze ich mal kurz die Zeit für eine kleine Ansage. Wir sind ja jetzt hier in NRW und es gilt das Nichtrauchergesetz. Und gerade auf Schulen ist auch normalerweise das Rauchen auf dem gesamten Schulgelände verboten. Ich würde euch daher bitten, geht zum Rauchen bitte vor das Schulgelände. Es reicht wahrscheinlich, wenn man die Tür hinter sich lässt oder auf dem Bürgersteig steht. Bitte werft auf keinen Fall irgendwelche Kippen irgendwo hin. Und wenn ihr die mit reintragt und vergessen habt, sie wegzuwerfen, hinten an der Mensa steht irgendwo versteckten Ascher. Und ja, geht halt einfach zum Rauchen raus. Und ja, geht halt einfach zum Rauchen. Und ja, geht halt einfach zum Rauchen. Ja, das sieht doch gut aus. Okay, bitte dann. Bitteschön. Genau, also. Ich habe einige Ereignisse rausgesucht, die wie gesagt für mich und für uns und ich glaube auch für den Landesverband wesentlich waren in diesem Jahr. Da wäre als erstes Mal, wir haben alles umgestellt auf die Adresse des Landesverbandes in Düsseldorf, in der Akademiestraße 3, in der Landesgeschäftsstelle. Wer da noch nicht war, ein Besuch lohnt sich nicht nur in Düsseldorf, sondern auch dort. Und zwar beinhaltet das sowohl natürlich die Bank, wir haben die Hausbank geändert von Mülheim auf Düsseldorf. Die Konten in Mülheim bestehen nach wie vor. Allerdings arbeiten wir nur mehr mit der Bankverbindung in Düsseldorf. Das macht Sinn, wenn man dort ansässig ist, die Hausbank direkt vor Ort zu haben und nicht hunderte von Kilometern durch die Landegondeln zu müssen, um einige Gespräche zu führen. Wir haben auch weitere, bitteschön, hallo, sämtliche Behörden umgestellt. Natürlich ist jetzt auch das Finanzamt in Düsseldorf zuständig. Auch das erleichtert die Wege. Und als drittes, der Kollege ist auf Twitter unterwegs, hallo, danke, läuft sämtlicher Schriftverkehr und sämtliche Post dort auf. Das heißt, wir haben keine Privatadressen mehr, die bestückt werden, keine Briefe mehr, die irgendwo im Privaten verloren gehen, keine Postfächer mehr, die bestückt werden, die möglicherweise nicht abgeholt oder geleert werden oder nur in irgendwelchen unregelmäßigen Zeitabschnitten, sondern alles passiert dort vor Ort. Das heißt, alles ist jederzeit greifbar. Und bitte sehr, und gleich nochmal, die Folge daraus ist, es ist immer jemand vor Ort, es ist immer jemand erreichbar. Wir wissen über jeden Vorgang permanent Bescheid, bitte sehr. Es folgt eine allgemeine Prozessoptimierung. Das heißt also, wenn es um Rechnung geht, um sonstige Anfragen, die dort direkt bearbeitet werden. Wir haben extrem kurze Durchlaufzeiten mittlerweile bei Rechnungen, bei sämtlichen Schriftverkehren. Das ist sehr angenehm und letztendlich ist das einfach ein Zustand der allgemeinen Professionalisierung. Wir sind wesentlich professioneller aufgestellt, glaube ich. Das ist einfach der normale Standard. So, zweiter Satz, zweiter Slide dazu. Die Personalsituation. Wir haben, wie ihr wisst, oder vielleicht noch nicht wisst, dann wisst ihr das jetzt, wir haben bezahlte Kräfte immer wieder jetzt regelmäßig den Martin eingestellt. Wir beschäftigen ihn halbtags mit einem Halbtagsvertrag. Das heißt, er ist dort jeden Tag vor Ort, vier Stunden, immer erreichbar, von Montags bis Freitags. Es gibt keine Homeoffice-Zeiten. Die Landesgeschäftsstelle dort ist durchgehend besetzt. Das korrespondiert so ein bisschen mit dem, was ich eben sagte. Das ist natürlich eine Folge daraus, wenn du Leute dort hast, dann hast du auch Leute, die immer ansprechbar sind. Wir haben uns entschlossen, mehr mit der Bundesbuchhaltung zusammenzuarbeiten. Die Manuela Langer vom Bund, die vom Bund bezahlt wird, die beim Bund angestellt ist, beschäftigt sich derweil mit unserem Rechenschaftsbericht oder mit Teilen des Rechenschaftsberichts, unterstützt uns dort in der Buchhaltung. Auch das ist eine wesentliche Professionalisierung und auch das führt dazu, dass wir schneller sind, dass wir besser aufgestellt sind und einfach den Job professionell abhandeln. Bitte sehr. Personalabrechnungen werden oder haben wir auch outgesourced. Das macht ein Personalbüro in Frankfurt für uns für einen extrem günstigen Preis. Das hat den Vorteil, wir kriegen fristgerecht jeden Monat die Buchungsunterlagen, die Buchungsbelege, sowohl die Personalbelege, die wir brauchen. Keiner muss mehr irgendwem hinterherrennen. Alles ist für Rechenschaftsberichte und für Prüfungen vorrätig und vorhanden, natürlich auch in der LGS. So sollte es einfach sein. Hat zur Folge, dass wir mit unserem Rechenschaftsbericht extrem gut zeitlich aufgestellt sind in diesem Jahr. Wir werden definitiv fristgerecht fertig. Es sind im Augenblick, alle Kreisverbände sind gebucht. Es gibt noch ein paar Umbuchungen kleinerer Art. Es werden noch ein paar Debitoren und Kreditoren geändert, die berichtigt werden müssen. Und dann wären wir eigentlich fertig. Das heißt, der Stress, den wir die letzten Jahre haben, den gibt es so nicht mehr. Ich sage mal so, vielen Dank. Den Applaus möchte ich auch nicht für mich entgegennehmen, sondern von den Leuten, die dort die Schatzmeisterei und mich extrem unterstützen, ohne die das so nicht möglich wäre und nicht möglich gewesen wäre. Das ist natürlich der Martin in der Landesgeschäftsstelle und das ist die Manuela. Und nicht zuletzt, das ist der Kollege aus dem Vorstand Stahlrabe, der dort auch extrem viel mithilft und extrem viel weghält und bearbeitet. Ein herzliches Dank eigentlich an diese Leute. Also ich gebe diesen Dank und den Applaus auch an die weiter. Und verzeiht mir den kleinen Nebensatz und den kleinen Schlenker. Ich lege euch den Stahlrahmen extrem ans Herz für die Beisitzerwahl. Nur mal so. Also hat zur Folge der Buchungsstand. Wir sind im Prinzip Azure. Buchungsstand ist jetzt bei Anfang Oktober. Das ist ein ganz gutes Ergebnis für das, was die letzte Zeit geherrscht hat. Ja, auch das ist eigentlich eher Standard und so, wie es sein sollte. Drei. Gut schön. Hallo. Ja, ich habe es nicht als Open Slice vorbereitet, sondern als normale Präsentation. Ich könnte es selber weiterklicken. Machen wir das so. Fördert die Kommunikation, fördert die Interaktion. Wer es noch nicht gesehen hat oder nicht festgestellt hat, wir nehmen teil an dem Piratenhaushalt online. Das heißt, dort sind alle Zahlen, die den LV betreffen, jederzeit innerhalb von, ich glaube, ich meine, es werden 24 Stunden, das ist die letzte Information, die ich habe, online abrufbar. Das heißt, wenn ihr jetzt auf die Adresse geht, finanzpiratenpartei.de, dann seht ihr im Prinzip den Stand per heute oder den letzten Buchungsstand per heute, den der LV hat. Das ist Transparenz und letztendlich führt es auch dazu, dass ihr jederzeit wisst, was Sachstand ist und vor allen Dingen, dass ihr wisst, wie im Augenblick die Buchhaltung und die Zahlen aussehen. Deswegen habe ich es mir auch verkniffelt, hier viele Zahlen zu präsentieren. Jeden, der es interessiert und jeder, der es will, der kann sich dort schlau machen. Wir haben uns entschlossen, die Mitgliedsbeiträge jährlich über den Bund einziehen zu lassen. Hat den Vorteil, erstens, die machen sowieso Masseneinzüge. Zweitens, die Verteilung der Mitgliedsbeiträge, das heißt, die Anteile, die Verteilung der Anteile wird dort direkt vorgenommen. Und wir haben auch einen Riesenstressfaktor weniger. In der Vergangenheit ist das mehrmals so ausgeblieben, dass dort die Einzüge gemacht wurden. Dann wurden sie mal wieder gemacht, dann wurden sie unregelmäßig gemacht. Das ist relativ unbefriedigend für beide Seiten, sowohl für die Leute, die Beiträge zahlen möchten, zahlen müssen, und für den LV, der im Prinzip auch nie weiß, wann er die Kohle kriegt. Das heißt, auch dort danke an den Bund. Wir kümmern uns um nichts. Der Bund macht alles und hoffentlich überweist uns am Schluss das Geld. Das Dritte, auch das Mahnwesen läuft über den Bund. Auch das wird zentralisiert. Wir kümmern uns da nicht mehr drum. Die Zusammenarbeit läuft mit dem Generalsekretär über den Bund. Das heißt also mit beiden Generalsekretären und dann mit der Schatzmeisterei. Das haben wir gerade erst angefangen, wie ihr wisst, auch auf Betreiben vom Schlumpf, was eine sehr gute Idee war. Und wir sind im Augenblick noch dabei, Erfahrungen zu sammeln. Wie das mit Mahnung so ist, das gefällt nicht jedem, der eine kriegt. Die Rückläufe sind zum Teil extrem, aber wir gucken mal und werden im nächsten Jahr über die Erfahrungen dezidiert berichten. Und die vierte Übersicht. Und wer das noch nicht gehört hat, der Schatzmeisterclub. Es wurde im vergangenen Jahr ein Schatzmeister, also im laufenden Jahr ein Schatzmeister, ein sogenannter Schatzmeisterclub gegründet. Im Prinzip der Nachfolger des Finanzrates, bei dem obligatorisch alle Landesschatzmeister Mitglieder sind. Wir hatten im Mai das erste Treffen in Berlin dazu, um erste Vorstellungen auszuräumen oder zu kommunizieren oder zu diskutieren. Ich kann hier für mich sagen, ich war gegen eine satzungsmäßige Festschreibung in der Bundessatzung. Ich halte die, sagen wir mal, behördenmäßige Organisation dieses Clubs für überflüssig. Das, was der machen sollte oder machen soll, wäre auch so gegangen. Das Stimmergebnis war, glaube ich, damals 1 zu 16. So ist das nun mal. Ich habe gesagt, ich war dagegen, aber Demokratie funktioniert so. Ich trage das selbstverständlich mit. Ich trage die Beschlüsse mit. Ich trage auch die Ergebnisse mit. Allerdings, ich finde es keine gute Idee, aber wie gesagt, so ist es. Im Juli wurde das Ding in die Bundessatzung eingebracht. Dann, ihr erinnert euch, und im September gab es dann auch die konstituierende Sitzung des Schatzmeisterclubs. So, mittlerweile gab es ein paar Sitzungen mit den entsprechenden Problemen gleich zu Anfang. Ich bin gespannt, wo das Ganze rauskommt. Was soll der Schatzmeisterclub machen? Die Idee war, die Finanzsituation des Bundes, die sich einem Desaster zuneigt, zu verbessern. Das heißt, der Bund kann im Augenblick noch prima leben, wird das aber wahrscheinlich weniger können, wenn es auf die Wahlen zugeht. Wenn möglicherweise Landtagsfraktionen aus den Parlamenten verschwinden, wenn die Bundesmittel nicht mehr in dem Maße fließen, wie sie jetzt fließen, dann wird das Folgen und Konsequenzen für uns alle haben. Es ist von daher eine gute Idee, sich jetzt darauf einzustellen, sich jetzt darüber Gedanken zu machen. Und das soll eben der Schatzmeisterclub mit dem Expertenwissen der Schatzmeister und der Unterstützung leisten. So, es geht dabei um die Budgetierung dieser sogenannten Grundversorgung. Ich möchte da jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Das soll der Club festlegen, das soll der Club in die Wege leiten. Die Sitzungen sind öffentlich, es gibt Protokolle, die öffentlich einsehbar sind. Wen das im Detail interessiert, der kann dort nachschlagen und sollte das dann auch tun. Und als Drittes wird immer wieder angeführt, Ertragspotenziale, die die Piraten oder die Partei liegen lässt, sollte der Schatzmeisterclub zumindest mal anstimmen, anführen und andiskutieren. So, ganz ohne Zahlen geht so ein Ding dann doch nicht. Ich habe ein paar ausgewählt, um verschiedene Entwicklungen zu zeigen. Wir haben im Landesverband ein Budget für 2015 geplant von ca. rund 200.000 Euro für das gesamte Jahr. Wir sind im Augenblick bei rund 80.000 Euro. Das heißt, wir werden ein wesentliches Plus übrig behalten, das sich aller Voraussicht nach bei rund 100.000 Euro einspielt. Zumindest was das Budget betrifft. Wir werden im Gesamtergebnis bei ungefähr dem Doppelten liegen. Das hängt dann davon ab, was im Rechenschaftsbericht noch auftauchen wird und verbucht werden muss. Das ist ein sehr schönes Ergebnis eigentlich. Das zeigt auch einer der nächsten Slides, dass wir mittlerweile die Kostensituation ganz gut im Griff haben. Ich für meinen Teil fände es gut, wenn wir auf dem Wege weitermachen. Wir haben verbucht, Kosten für den letzten LPT als Beispiel etwas über 200 Euro. Das ist, denke ich mal, eine ganz angenehme und komfortable Situation, wenn man statt 5.000 oder 6.000 oder 10.000 Euro nur noch 200 bezahlt. Wir haben Verbindlichkeiten, Stand von 2014 auf 2015. Wir haben Verbindlichkeiten ausgewiesen über alles. Das heißt also mit KVs und sonstigen über knapp 250.000 Euro im Jahr 2014. Wir haben im Jahr 2015 17.000. Das ist ein Merkmal dafür, dass Verbindlichkeiten, sprich Rechnungen, sprich Verpflichtungen, schneller, besser, professioneller abgearbeitet werden, dass weniger liegen bleibt. Dementsprechend sieht die Altersstruktur aus. Auch das ist eigentlich der normale Standard, da wo ich eigentlich hinkommen wollte. Ganz kurz die Entwicklung der Bankguthaben. Da kannst du gleich, glaube ich, drei oder viermal hintereinander draufdrücken. Das heißt also, wir sind liquide. Wir können im Augenblick alle Rechnungen bezahlen, alle Verpflichtungen bezahlen. Das heißt lange nicht, dass wir jetzt das Geld einfach nur so rauswerfen und jetzt ab morgen quasi wieder Landesparteitage aus Purum Gold leisten. Ich denke, wir sollten auf dem Wege weiter schreiten und dann werden die Zahlen noch viel besser aussehen. So, und das nächste Bild ähnlich. So, 500.000 Euro im Jahr 2013 ist natürlich dem Wahlkampf geschuldet. Das ist logisch, dass wir da solche Ausreißer haben, aber wir haben ein Niveau von ca. 250.000 Euro bisher jährlich gehabt. Wir liegen in diesem Jahr, wie gesagt, bei rund 80.000 Euro. Das halte ich für angemessen, das halte ich für in Ordnung. Ich glaube nicht, dass wir Mangel verspüren an irgendeiner Stelle, wenn dem so ist. Ich bitte um Rückmeldung, aber das ist zumindest mal was, mit dem man, glaube ich, ruhig schlafen kann und bei dem man sich nicht Sorgen machen muss, dass der Landesverband irgendwann morgen oder in den nächsten Wochen pleite gehen würde. Das tut er nicht, das wird er auch nicht tun und das wird er auch nicht nach Verrechnung der noch offenen Seilen mit dem Bundesverband sein. Von daher kann ich Entwarnung da auf der ganzen Linie geben. Das ist der Stand der Dinge. Bitte schön. Aber es gibt natürlich, wie ihr seht, noch einen riesigen Raum für Verbesserungen. Immer wieder ist das Problem der Spendenbescheidigungen angesprochen worden. Ja, das ist ein Problem. Das war immer noch ein Problem. Das hat verschiedene Ursachen, die wir auch nicht alleine, zumindest mal nicht automatisieren oder automatisch beeinflussen könnten. Mir ist klar, wo das Problem herkommt. Mir ist klar, dass das so nicht geht. Wir haben mehrfach darüber diskutiert in mehreren Ebenen, in mehreren Kreisen. Ich würde das gerne verbessern wollen. Ich würde das gerne für das nächste Jahr besser und anders machen wollen. Das geht nur über einen erhöhten persönlichen Einsatz. Das System bietet keine Möglichkeit zu vermerken, ob Spendenbescheinigungen schon ausgestellt wurden, ob Spendenbescheinigungen schon erhalten wurden. Das heißt, es geht nur automatisch in einem Lauf. Dann sitzen sie alle dabei. Das kann ich aber nur zu einem Termin machen. Oder ich muss es von Hand zu Fuß machen und muss Listen mitführen, ob Spendenbescheinigungen schon ausgestellt wurden, ob Leute schon Spendenbescheinigungen bekommen haben. Wir werden für das nächste Jahr das System ein wenig ändern. Ich möchte da zumindest mal die Performance verbessern. Ich möchte, dass ihr eher schneller zu eurem Recht kommt, dass ihr eher und schneller zu euren Spendenbescheinigungen kommt. Wir werden daran arbeiten und werden im nächsten Jahr sehen, wie es gelaufen ist. Ein Punkt, den ich mir selber auch an die Brust heften muss und das mache ich auch, das ist die von meiner Seite aus mangelnde Kommunikation mit dem damaligen Schatzmeisterteam gewesen. Ich habe da vielen Leuten vor das Schienbein getreten. Das hatte verschiedene Gründe, die hier auch nichts zur Sache tun. Das tut mir leid. Das war so nicht geplant. Das war auch nicht so gedacht. Wenn sich Leute engagieren, wenn Leute freiwillig gerne mitmachen möchten, dann sollte man die Leute hegen und pflegen und sich nicht so arschlochmäßig benehmen, wie ich das gemacht habe. Dafür möchte ich mich in aller Form entschuldigen. Das war nicht korrekt. Und ich würde gerne versuchen, das im nächsten Jahr irgendwie zu kippen, irgendwie zu reparieren. Zum Beispiel hätte so ein Schatzmeisterteam wunderbar die Betreuung der Kreisschatzmeister übernehmen können. Falls hier Gesprächsbedarf besteht, falls hier Fragen bestehen, falls Fragen aus dem Kreis in den LV-Reihen bestehen, dann würde ich mir gut vorstellen können, dass so etwas ein Team mit auch abarbeiten könnte. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Punkt. Das SM-Team 2.0 habe ich das genannt. Ich gucke mal, ob mir das gelingt. Und ein SM-Team deswegen, weil möglicherweise über das Stichwort SM der eine oder andere dann doch noch die Lust verspürt, dabei mitzumachen. So. Ich habe vorhin gesagt, ich hätte ja gerne noch was zu der Rede von Michelle gesagt. Leider Gottes ist das hier nur der Tätigkeitsbericht des Schatzmeisters. Vielleicht haben wir nachher noch Gelegenheit. Ich hätte, weiß Gott, einiges dazu zu sagen. Ich bin an einiger Stelle anderer Meinung, aber das ist der politische Part und der tut hier, glaube ich, nichts zur Sache. Ich danke für euer Vertrauen. Ich danke für die Tatsache, dass ich dieses Amt bis heute habe machen dürfen. Wie ihr wisst, ich stehe wieder auf der Kandidatenliste. Ich würde es gerne weitermachen. Ich glaube, es ist noch einiges zu tun. Ich würde gerne diesen Weg auch beenden wollen und das Ganze, wenn es denn mal soweit ist, auch in vernünftige Hände besenrein übergeben wollen. Danke soweit. Viel Spaß hier noch auf dem Parteitag in wunderbaren Aachen und wir sehen uns. Danke, Bernd. So, wir machen weiter auf dem Weg zur Entlastung. Jetzt kommen die Tätigkeitsberichte der übrigen Vorstandsmitglieder. Die kommen auch schon. Einer nach dem anderen, würde ich sagen. Alle gleichzeitig reden lassen? Von mir aus auch das. Hallo, liebe Piraten. Eine kurze Anmerkung. Wir haben hier Internet zur Verfügung. Das ist auch potenziell relativ schnell. Das Problem ist, dass ihr relativ viel Bandbreite konsumiert. Und dass wir nur eine sehr begrenzte Datenmenge zur Verfügung haben. Also es ist so, dass die erste SIM-Karte jetzt schon in der Drosselung ist. Also die ersten 5 GB sind komplett weg. Die nächsten sind wahrscheinlich auch demnächst dann fällig. Ich würde euch bitten, schaltet eure Updates ab. Wenn ihr Windows benutzt, könnt ihr zum Beispiel das WLAN festlegen als getaktete Verbindung. Unter Android gibt es eine ähnliche Funktion. Schaut euch keine Videos an. Achtet einfach so ein bisschen drauf, weil sonst haben wir irgendwann morgen wahrscheinlich kein Internet. Okay, danke. Vielen Dank, Sissan. In der Stelle ein bisschen Werbung. Die Firma Viprinet stellt uns hier ihre Anlage zur Verfügung, damit wir dieses Internet überhaupt haben. Die SIM-Karten nicht, nein. Ja, mein Tätigkeitsbericht wird sehr kurz, weil ich dazu nochmals in meiner Kandidaturrede sagen werde. Ihr findet meine zwei wöchentlichen Tätigkeitsberichte sowohl im Wiki, in meinem Benutzerprofil, als auch unter dem Vorstand NRW, als auch auf meiner Webseite www.paki.be, nicht DE, sondern BE, weil ich in Belgien geboren bin. Ganz kurz gefasst, nach anfänglichen Turbulenzen im vergangenen Jahr mit einer Neuwahl und Wiederwahl von diversen Mitgliedern des Landesvorstandes, wurde ich in meiner Arbeit, in der Öffentlichkeitsarbeit sehr stark eingegrenzt, weil ich mich in erster Linie um die Organisation, Verwaltung und sonstige Dinge kümmern musste. Das hat sich, Gott sei Dank, mit dem aktuellen Vorstand sehr, sehr gebessert. Also seit April 2015 kann ich mich vollständig und rund um die Uhr um die Öffentlichkeits- und Pressearbeit des Landesverbandes kümmern. Das hat mich sehr begeistert. An der Stelle auch ein Riesendank an meine Kollegen im Landesvorstand, die haben eine riesengroße Arbeit geleistet. Und man hat es auch gesehen. Also wenn man mal in den Pressespiegel des Bundes guckt oder auch einfach mal nach meinem Namen googelt, dann wird man sehen, dass in den vergangenen Wochen und Monaten die Piraten nicht nur mit Gates oder irgendwelchen Ausfällen zu lesen waren, sondern dass gerade unter meinem Namen und Piraten Nordrhein-Westfalen auch vom Landesverband und nicht alleine von der Fraktion politische Aussagen und politische Initiativen und auch politische Statements zu finden sind, die über das hinausgehen, was die anderen Parteien in diesem Land tun, nämlich Alternativen aufzuzeigen, mal in die Wunde, Salz in die Wunde zu streuen und zum Beispiel in der Flüchtlingsthematik Lösungen aufzuzeigen, die vielleicht nicht ganz so populär sind. Ich habe das Thema Beschlagnahmung von Wohnungen angesprochen, wo es sehr viele Diskussionen gab, aber man sieht jetzt, ich lag damit nicht so falsch. Also wir haben eine Situation, wo die Kommunen teilweise darauf angewiesen sind, dass Firmen, Unternehmen, aber auch kleine Geschäftsleute mit ihren leer stehenden Wohnungen jetzt hingehen müssen und die Sachen zu vermieten, damit wir genügend Platz haben. Und wenn die das nicht machen wollen, weil sie irgendwie Geld waschen wollen oder was auch immer, dann muss die Kommune hingehen, dann muss auch das Land NRW hingehen und sagen, so geht das nicht, Leute. Und ich denke, dass ich damit auch irgendwo was angestoßen habe, wozu ich vorher nicht in der Lage war. Das heißt, ich bin immer nur so gut wie auch der gesamte Landesvorstand und ich bitte euch, mir das zu verzeihen, dass das in den ersten Monaten meiner letzten Amtszeit eben nicht so gut geklappt hat. Dafür habe ich mich um wichtige andere Sachen gekümmert. Joa, ein paar Sachen habe ich umgesetzt, ein paar Sachen habe ich nicht umgesetzt. Wie gesagt, ich komme in meiner Kandidaturrede noch dazu, weil das sehr eng mit dem verknüpft ist, was ich noch tun will. Ich danke euch. Da ich jetzt sehe, dass Wastel auf die Bühne kommt, ich möchte an der Stelle im Namen von Thomas Wollwort, dem zweiten Stellvertreter im Vorstand, ein paar Worte an euch richten. Der hatte mir eine Nachricht an euch übermittelt. Er entschuldigt sich vielmals an dieser Stelle für seine fehlenden Tätigkeiten im Landesvorstand. Es war ihm nicht klar, welche berufliche Belastung in den letzten Monaten auf ihn zukommt. Er führt ein Unternehmen, er ist Geschäftsführer in einer Werbe- und Medienagentur in Düsseldorf und durch mehrere Personalausfälle hatte er eine sehr erhöhte Arbeitsbelastung. Er hat sich in der ganzen Zeit aber dann zusätzlich noch als Fraktionsvorsitzender der Piratenfraktion im Rat Ratingen um die Belange gekümmert. Das heißt, er war einfach zeitlich zu überlastet, um sich um die Arbeit und die Aufgaben im Landesvorstand zu kümmern. Das wurde immer mit mir kommuniziert. Er hat sich da sehr fair verhalten, er hat mich auch nicht hängen lassen. Er hat sich entschuldigt, er war auch in den Sitzungen teilweise nicht da und hat sich da entschuldigt. Die Tätigkeitsberichte von ihm sind ihm bewusst. Er weiß, dass er da wenig getan hat. Er wird auch nicht wieder kandidieren, weil er sagt, er schafft es nicht. Er hat mich gebeten, euch um Entschuldigungen dafür zu bitten. Ich finde, das hat auch Größe, das einzugestehen und hier zu sagen. Danke. Bastel, bitte. Ja, hallo. Ich habe jetzt nicht so viel Zeit gehabt, meinen Tätigkeitsbericht zu füllen. Ich glaube, es ist jetzt irgendwie so rund fünf Monate her, dass ich gewählt worden bin, hier die Lücke zu füllen, die andere hinterlassen haben. Ich denke, das, was ich getan habe, habe ich gut gemacht. Ich hätte vor allem in den letzten Wochen ein bisschen mehr tun müssen eigentlich, aber da hat mir hier und da die Zeit zu gefehlt. Ich denke, das werden wir, wenn ihr das denn wollt, in den nächsten zwölf Monaten ändern, dass ich da halt durchgängiger und vor allem mit einer weiteren Perspektive agieren kann. Und ja, meinen Tätigkeitsbericht findet ihr im Wiki bei den NAFU-Protokollen. Danke. Ja, moin. Wir werden das, glaube ich, heute relativ schnell hinkriegen mit den Tätigkeitsberichten. Ich habe auch nicht sehr viel zu berichten. Ich habe euch getwittert, was ich getan habe. Wir sind ja die Leute, die das Parteimedium Twitter nutzen. Nein, ihr findet das natürlich auch in meinem Wiki-Profil. Ich habe so ein bisschen überlegt, ob ich von Schneewittchen anfangen soll zu erzählen, von dem jungen Mädchen, was ein Jahr lang oder 100 Jahre lang geschlafen hat. Ich habe den Eindruck, das letzte Jahr haben wir auch ein wenig geschlafen und das hat auch mit mir zu tun. Ich hatte mir Ziele gesetzt. Ich hatte im letzten Jahr gesagt, ich möchte Strukturen schaffen. Dafür wollte ich mir ein halbes Jahr geben. Daran habe ich auch gearbeitet. Allerdings sind die Strukturen in der Form, wie ich sie mir vorgestellt habe, nicht entstanden bislang. Das ist tatsächlich eine Erwartung, die ich mir gegenüber, aber auch euch gegenüber nicht erfüllen konnte. Die würde ich gerne trotzdem erfüllen. Allerdings würde sie, aber dazu komme ich später noch mal, mittlerweile anders aussehen. Wir haben ein Jahr hinter uns, wo wir in verschiedenen Städten, in verschiedenen Kreisen, in den KVen, aber auch in der Fraktion wieder mal Ereignisse hatten, die wir alle nicht brauchen, die wir nicht haben wollen, die uns auch in der politischen Arbeit hindern und die dazu führen, dass ganz, ganz viel Zeit und Arbeit und Kraft gebunden wird in eben genau diese Geschichten. Michel hat eben einige Punkte angesprochen. Wir müssen sehr, sehr viel mehr Aktionen machen. Wir müssen auf die Pauke hauen. Wir müssen gehört werden. Und das ist im letzten Jahr viel, viel, viel zu wenig passiert. Und da beziehe ich mich mit ein. Ich habe die ersten Monate sehr, sehr stark das gemacht, was ich eigentlich überhaupt nicht tun wollte. Das habe ich im letzten Jahr auch auf der Bühne stehend gesagt. Ich möchte nicht unbedingt die ganzen Tickets schubsen. Allerdings haben wir in dem vergangenen Jahr, ich glaube, 3000 und so und so viele Tickets gehabt, die alle irgendwie bearbeitet sein wollen. Nicht unbedingt immer von jedem, aber zumindest, wenn es beschlusspflichtige Tickets sind, sollten wir sie uns alle früh genug angeschaut haben, damit wir auch zeitgerecht beschließen können. Das heißt, man kann sich vorstellen, da laufen irgendwie 8 bis 10 Tickets jeden Tag über den Bildschirm. Keine schöne Sache, aber muss sein. Leider Gottes hat das am Anfang tatsächlich uns alle sehr, sehr gebunden. Wir haben, Paci hat das schon erwähnt, den Vorstand zumindest neu strukturiert, arbeiten da jetzt homogen zusammen und haben damit einen Vorstand, der den Landesverband führen kann, in einer ruhigeren Weise und damit verlässlicher. Nichtsdestotrotz müssen wir, ich bleibe jetzt wieder bei Michels Worten, mehr auf die Pauk hauen, wir müssen mehr Aktion machen. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten meine Tätigkeiten in die Richtung etwas verändert. Ich habe ein bisschen mehr Kontakt zu NGOs gesucht, ich habe ein bisschen mehr Pressearbeit gemacht und Kontakte geführt. Das macht mir auch alles sehr viel mehr Spaß. Über das Jahr hinweg habe ich da eigentlich fast nur im Bereich Blogpost und ein bisschen Mitarbeit AGOA machen können. Meine Aufrufe in die Partei hinein, die ausgesehen haben, wie Vorstellungen des Prinzips Regionalpiraten auf zwei TDPAs vor Ort, jeweils immer sehr gut aufgenommen, tolle Sache, müssen wir unbedingt machen. Danach finden sich aber leider Gottes keine Mitstreiter oder viel zu wenige Mitstreiter. Das hat damit zu tun, dass wir hier jetzt, ich habe mal eben nachgefragt, wir waren mit der akkreditierten Zahl knapp über 100, einige haben sich noch nicht akkreditiert. Wir werden also irgendwo bei 140, 150 landen. Wir hatten aber auch schon LPTs mit 400 plus und mehr. Das zeigt so ein bisschen das Bild der letzten Monate und Jahre. Und daran müssen wir was ändern, wir müssen wieder positiver werden, wir müssen die Piraten, die alle noch da sind natürlich, die in den Städten, in den Räten, in ihren KVs Arbeit leisten, aber alles nicht miteinander abgestimmt. Und man kann mal in Kommunalpiraten reinschauen, wie viele Anträge es gibt in den unterschiedlichen Ebenen und wie viele gute und sehr gute Anträge es gibt. Und einige davon kommen sogar durch und werden angenommen und beschlossen in den Städten, in den Kreisen. Wenn man also sieht, wie viel Arbeit passiert, ist es eigentlich ein Wunder, dass wir nirgendwo erscheinen und auch in der parteiinternen Öffentlichkeit das Meinungsbild herrscht. Ja, es ist alles so ein bisschen ruhig und schläfrig und das plätschert so vor sich hin und wenn wir jetzt nicht langsam mal die Kurve kriegen, dann wird das alles nichts mehr. Doch, das wird noch was. Die Kurve werden wir kriegen. Wir müssen diese Sachen, diese ganzen positiven Sachen, ich nenne als Beispiel Köln, wir haben in Bielefeld eine Paprika-Connection, wir haben in der letzten, nee, ja, letzte Woche war es, die erste Koalitionsvereinbarung mit einer CDU-Fraktion und weiteren unterschrieben. Das heißt, wir werden nicht nur als die Randerscheinung gesehen, sondern wir sind die, die mitarbeiten. Das ist meine persönliche Erfahrung auch in unterschiedlichen Städten. Wir sind die, die zwar nicht unbedingt in den Plenarsälen oder in den Ratssälen gefragt und angesprochen werden, das darf man nämlich nicht als CDU oder als SPDler, aber wir sind die, die vor dem Ratssaal angesprochen werden, die auf der Straße angesprochen werden, nicht nur von den Bürgern, sondern tatsächlich auch von Menschen aus der SPD, von Grünen und so weiter. Die fragen uns nämlich, wie wir in dieser einen oder in der anderen Sache vorgehen würden. Wir sind führend, was das Thema Flüchtlinge anbetrifft, wenn man ein Herz im Körper hat. Es gibt natürlich auch andere, die unsere Auffassung, mit der Flüchtlingspolitik jetzt umzugehen, negieren, aber die große Mehrheit der Menschen steht genau hinter dem, was wir im Bereich der Flüchtlingspolitik vertreten. Natürlich sind wir nach wie vor auch die mit der IT. Wir sind die, die sich am meisten auflehnen müssten, am lautesten gehört, also am lautesten sein müssten, damit sie am besten gehört werden, was zum Beispiel Thema NSA, was VDS und so weiter anbetrifft. Da müssen wir Wege finden, dass wir mehr Impact in der Öffentlichkeit haben. Das ist die Aufgabe der nächsten Zeit, weil, wie Michel gesagt hat, der Wahlkampf hat begonnen und der hat nicht nur im Landtag begonnen, der hat überall begonnen. Man sieht das sicherlich in den Kommunen auch. Es starten komischerweise in den jüngsten, in den letzten Wochen, Aktionen von anderen, Aktionen von Fraktionen, die mit uns zusammenarbeiten oder nicht mit uns zusammenarbeiten, die einen ganz anderen Hintergrund haben, die aus einer anderen Richtung wehen. Und das ist für mich das Signal, dass der Wahlkampf nicht nur bei uns natürlich, sondern bei allen gestartet hat. Wir haben gestern noch gelesen, dass es jetzt Piraten gibt, die plötzlich andere Freunde gefunden haben, die sich da so ein bisschen mit dem Deckmäntelchen libertär und freiheitlich, wie soll ich sagen, erklären, dass sie jetzt plötzlich in der FDP mitarbeiten, obwohl vorher natürlich TTIP für diese Piraten überhaupt nicht möglich war. Jetzt machen sie bei der FDP mit, verstehe ich nicht. Aber sei es drum, wir sind Piraten, wir sind die, die jetzt gebraucht werden, die bis 2017, Michelle hat die 8 genannt, tolles Ziel, er schnitt sich auch noch die Fußsohlen, ich weiß nicht, ob ich mich da anschließen möchte, auf jeden Fall weiß ich, dass die Zahl, die Paki genannt hatte, die 6%, die werden wir definitiv erreichen und wenn wir in diesem kleinen Slot zwischen 6 und 8% bleiben, das bin ich gar nicht mehr im Rechenschaftsbericht, ich rede schon viel zu viel Mist, dann würde mich das sehr freuen. Und dafür würde ich alles tun, aber dazu später mehr. Ihr findet, wie gesagt, meinen Rechenschaftsbericht, ich komme jetzt eigentlich auf das, was ich sagen soll, zurück, im Wiki, unter meinem Profil und wenn ihr wollt, guckt das in meine Tweets, damit ihr den direkten Link findet. Danke. Ich mache das auch lieber so, sonst gibt ihr alles. Ja, mein Name ist Ralf Hurnig, einige kennen mich, einige noch nicht, der Nickname war Sokratos, ich habe auch schon kurz verbreitet, dass ich den Rechenschaftsbericht im Wiki abgelegt habe, unter meinem Benutzerprofil, möchte hier die Kurzfassung davon abgeben, ja, ich habe das getan, wozu ich gewählt worden bin, ich habe aufgeräumt, ich habe die Mitgliederdatenverwaltung gemacht und ich bin jetzt gerade in dem Erinnerungsmahnwesen dick eingebunden mit so, naja, ich sage mal, teilweise 50, 60, 70 Tickets am Tag und die Sachen laufen, Ergebnisse davon werden zeitnah immer wieder veröffentlicht, die Daten haben wir in den Sprechstunden und in den Vorstandssitzungen in Europa gebracht. Es hat was gebracht, wir sind fast fünfstellig mit den Mitgliedseinnahmen, die wir verbuchen konnten dadurch, ja, es gab auch Austritte, die deutsten Sachen waren, ich war nie Mitglied, ich wollte nie Mitglied sein, ich wusste nicht, dass ich bezahlen musste und ähnliches, aber die Leute waren tatsächlich nie da und die haben auch nie was gearbeitet, also wird das kein großer Verlust sein, von den Mitgliederzahlen, mir macht mehr Sorge, die Leute, die austreten, weil es Spannungen, Differenzen und ähnliches gibt, aber dazu können wir uns später auch nochmal unterhalten. Ja, ansonsten möchte ich mich hier kurz fassen und übergib an den Nächsten. Ja. Okay, dann machen wir es auch so. Ja, als Beisitzer ist man, da hat man irgendwie, beziehungsweise man hat sehr groß die Schwierigkeit, wo fühle ich mich jetzt eigentlich zuständig, wofür bin ich eigentlich zuständig und man sucht sich seine Aufgaben. Paci hat es, achso, ja, mein Name ist natürlich Dennis Deutschkämmer, nur für Paci hat es vorhin noch ein bisschen angerissen. Die erste Phase war ziemlich emotional, was diese ganze Landesvorstandssache anging. Ich glaube, das hatten auch viele in der Vorstandssitzung immer gemerkt, nicht unbedingt zwischen uns, aber auch da wurden, ja, es knarzte irgendwo immer sehr viel. Das hatte sich jetzt, ich möchte auch fast sagen, mit gutem Gewissen, wirklich seit April, seit der Nachwahl, der Vorstandsämter quasi restlos erledigt. Also da nochmal wirklich an Ralf, an Bernd, wirklich Chapeau. Sehr gute Arbeit, sehr, sehr gute Arbeit, aber ich muss ja jetzt nicht erzählen, was Sie beiden gemacht haben, das haben Sie gerade in wirklich guter Ausführung getan. Das habe ich gemacht. Ich habe sehr viel mit der, gut, ich war nicht immer im Untergrund, aber ich war auch nicht immer im Vordergrund. Ich habe sehr viel mit den nichtöffentlichen Mitgliederdingen gemacht, also was das einmal angeht mit, hier ist eine Beschwerde, da ist eine Beschwerde, und habe dort versucht, die Streitereien zu klären, war sozusagen quasi der, manchmal Mediator, möchte mich aber nicht als solcher bezeichnen. Ich habe die beiden Landesparteitage von der LAFO-Seite her organisatorisch begleitet, kann man fast so sagen, beziehungsweise eben auch gelenkt, wohin wir jetzt hier organisatorisch eben stehen. Ja, heute versuchen wir irgendwie das Internet hier auch klar zu kriegen, das läuft, hoffe ich. Ja, was hat man so alles gemacht? Das ist ja ja, ich bin jetzt ja täglich wenig vorbereitet, weil ich hier die ganze Zeit immer so eine LPT mache. Und gerade nur das Jackett angeschmissen habe. Ja, Mitglieder, LPTs, organisatorische Dinge, ein bisschen Bären zu arbeiten, ein bisschen im Gensek zu arbeiten, was das angeht, beratend da auch häufig zur Seite stehen, wie man einige Dinge verfassen könnte, wie man Dinge schreiben könnte. Mein großer Wunsch war es damals, als ich kandidiert habe, so als Beisitzer, eigentlich wollte ich Politik machen. Und ja, ich höre da ein bisschen Gelächter von der Seite aus dem peripheren Blick. Ja, eigentlich wollte ich Politik machen und dahin sind wir jetzt in den letzten Monaten erst gegangen, bin ich erst gegangen. Wie gesagt, die erste Phase ist unglaublich schwierig, weil man sehr viel lernen muss. Man sieht sehr, sehr vieles und hofft, dass nicht immer noch mehr Krempel nachkommt. Man denkt einfach so, boah, wäre ich doch nur manchmal ein normales Basismitglied geblieben, dann hätte ich das alles gar nicht wissen müssen. Viele Baustellen davon haben wir bereinigt, viele Baustellen davon sind nicht mehr offen und so konnten wir uns jetzt auch in den letzten Monaten vermehrt endlich der sogenannten Politik zu wenden, dass wir Kontakt mit auch anderen Parteien aufgenommen haben, dass wir Kontakt mit NGOs aufgenommen haben, dass wir jetzt die Presse-Synchronisierung, nenne ich jetzt mal, beziehungsweise das Schreiben, alles professionalisiert haben. Der Time-Codex kann da bestimmt ein Lied von singen und da habe ich mich immer so als kleines Zahnrädchen gefühlt, eben als Beisitzer und habe dort im Bereich, ich denke mal, fast alle irgendwie unterstützt und konnte dadurch sehr viele Erfahrungen sammeln, konnte dadurch, ja, auch sehr viel Fähigkeiten erlernen und dafür bin ich wirklich sehr, sehr dankbar, muss ich gestehen, dass ich auch diese Gelegenheit bekommen habe. Ich weiß nicht, ich schwallere hier jetzt schon wieder rum, ich möchte jetzt hier nicht noch weiter Zeit klauen. Vielen Dank. Ja, hallo Aachen. Fürs Protokoll kurz und um die Ersten zu verwirren, mein Name ist Marc Becker, jetzt werden sich einige fragen, was Becker? Ich habe letzten Samstag geheiratet und den Namen meiner Holden angenommen, deswegen nicht mehr. Jansen. Habe ich da gerade ein Buh gehört hinten? Zu meiner... Sehe ich genauso. Also, zu meiner Tätigkeit als Beisitzer. Die ersten Monate war es noch relativ einfach. Das waren so dieses übliche Ticket bearbeiten, aber vor allem mit Juristen auseinandersetzen, weil da irgendwelche komischen Dinge auf LPTs beschlossen wurden, wo man sich dann nochmal schlau machen muss. Das hätte auch alles wunderbar so weitergehen können, bis dann unsere Landesdatenschutzbeauftragte ihren Job hingeschmissen hat. Wir sind vor dem Gesetz verpflichtet, innerhalb eines Monats einen Nachfolger zu benennen. Wir haben es ausgeschrieben, es hat sich leider keiner darauf beworben. Und da ich als Einziger dann irgendwie im Landesverband schon eine Qualifizierung als Datenschutzbeauftragter hatte, habe ich dann gesagt, gut, dann mache ich das jetzt erstmal, aber ich kann nicht gleichzeitig ein Vorstandsamt ausführen. Denn das, was bei uns an Tickets reingekommen ist und die Arbeit in den ersten Monaten ausgemacht hat, das war zu 30% Datenschutzinquisition, was da teilweise betrieben wurde. Das ist nicht mehr der Fall. Gott sei Dank. Wir haben, damit ihr wisst, wie es weitergeht, auch im Bereich Datenschutz, wir haben einen externen Datenschutzbeauftragten jetzt noch bestellt vom Landesverband, der das aber natürlich, wir haben nur ein gewisses Budget und man kann das einem einzelnen oder einer einzelnen Firma für dieses Geld nicht zumuten, das für den gesamten Landesverband zu übernehmen. Ich werde also auch zukünftig mich dann da mit der Firma in Verbindung setzen und für euch auch mit euch in Verbindung bleiben, dass ich den ganzen internen Datenschutzbereich mache, alles Größere geben wir an diese Firma ab. Ich habe ein Tool entwickelt, das ist auch schon abgenommen soweit. Das heißt, wir werden unsere Datenschutzbelehrungen für die ganzen KVs demnächst online machen können. Das heißt, auch mit diesen Datenschutzbelehrungen im Mumble, das wird dann mit den Terminen auch leichter für euch werden und ihr könnt das dann machen, wann ihr Zeit habt und nicht, wenn ich Zeit habe. Ja, und dann denkt man sich immer so, jetzt hat man ein bisschen Luft und dann kommt dann direkt das Nächste hinterher. Letzten Monat ist leider mein Fraktionskollege von den Linken in der Stadt Meerbusch verstorben im Alter von 43 Jahren. Ja, und zack hat man den Fraktionsvorsitz an der Wacke. Das bindet Zeit. Das alles, wenn ich mir den Datenschutz jetzt noch nehme, den Bereich Fraktionsvorsitz und es stehen nächstes Jahr Wahlen vor der Tür und ihr wisst, ich war bei den Kreativen immer aktiv und ich werde es auch nächstes Jahr wieder sein. Das wäre für einen Einzelnen oder ist für einen Einzelnen zu viel. Deswegen werde ich auch nicht noch mal für den Posten des Beisitzers kandidieren. Ich hoffe, es ist noch der eine oder andere hier, der sagt und sich ein Herz fasst und sagt, hey komm, kann ich mir vorstellen, mache ich mit. Ich kann es euch empfehlen, ihr habt ein saugeiles Team. Danke euch. Ja, hallo, ich bin heute dann der Letzte mal in der Reihe. Die meisten werden mich kennen. Ich bin der Stahlrabe. Ich war jetzt knapp 600 Tage Beisitzer für euch. Ich muss gestehen, tatsächlich habe ich keinen Rechenschaftsbericht schriftlich abgelegt bisher. Unter anderem auch aus zeitlichen Gründen. Ich werde das noch nachholen. Ein paar Sachen kann ich euch erzählen. Bernd hat es schon erwähnt. Ich habe viel für das Schatzmeisterteam gemacht. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, in meiner letzten Rede, ich war einer der Verfechter der Zentralisierung mit der Landesgeschäftsstelle. Das haben wir einigermaßen hingekriegt. Ich war auch ein Verfechter von bezahlten Stellen. Habe das vorangetrieben mit der Buchhaltungskraft. Zeitgleich ist jetzt leider unsere Verwaltungsangestellte ausgefallen. Die haben wir nicht neu besetzt. Der Martin macht das irgendwie so mit. Ihr merkt aber, es funktioniert. Es ist total unaufgeregt geworden. Die Arbeit wird erledigt. Es wird nicht mehr rumgemeckert. Und das finde ich ist das beste Beispiel, wie Bernd auch schon sagte, das beste Beispiel für Professionalisierung und professionelle Arbeit. Und ich würde gerne auch in diese Richtung weitergehen. Wir haben gerade gelernt, dass wir weit unter Budget agieren im Moment. Wir müssen natürlich gucken, dass wir das Geld, was wir haben, möglichst sinnvoll einsetzen. Ich würde es gerne für Personal auch einsetzen, unter anderem. Insbesondere, Michelle hat es auch schon gesagt, Wahrnehmung, Außenwahrnehmung extremst wichtig. Ich würde zum Beispiel diese Idee gerne nochmal aufgreifen wollen, einen bezahlten Pressesprecher einzustellen. Und sei es auch nur halbtags. Was habe ich sonst so gemacht? Ich habe das klassische Ticketschubsen gemacht. Ich bin damals angetreten für euch als Verwalter. Ich habe gesagt, ich möchte die Grundlage dafür liefern, dass die Leute von euch, die gut sind in Politik und die gerne Politik machen wollen, inhaltliche Politik, Sachpolitik, dass die die Möglichkeit dazu haben, dass die sich mit dem ganzen Verwaltungsmist nicht auseinandersetzen müssen und sich darauf verlassen können, dass die Formalismen im Hintergrund laufen. Ich möchte das weiter so halten. Ich habe mich nicht großartig in die Sachpolitik eingemischt als Landesvorstand. Da kann man drüber streiten, ob das sinnvoll ist oder nicht. Als Beisitzer werde ich das zunächst mal so beibehalten. Ihr wisst, ich kandidiere auch wieder. So als ganz kleinen Anhaltspunkt noch, was so ein Vorstand macht. Ich bin ja nur Beisitzer. Ich bin ja nicht Schatzmeister oder Genseck, die auch noch feste Geschäftsbereiche haben, die die betreuen müssen. Also ich habe in den knapp 600 Tagen meiner Vorstandsarbeit so 30 und ein paar zerquetschte tausend E-Mails erhalten. Davon sind natürlich die meisten aus unserem Ticketsystem, sagen wir mal 80%. Von diesen 32.000 E-Mails habe ich ungefähr 32.000 zur Kenntnis genommen. Ich habe die natürlich nicht alle gelesen, aber ich gucke auf den Betreff, ich sortiere die zu und ich entscheide, was muss bearbeitet werden. Das, was nicht aus dem Request-Tracker gekommen ist, das sind immer noch 6.000 E-Mails, die an meine normale E-Mail-Adresse gehen. Die muss man alle lesen, die muss man verstehen und man muss entscheiden, ob man darauf reagiert. Ich habe 1.200 E-Mails in diesem Zusammenhang geschrieben. Das sind jetzt nur zwei E-Mails pro Tag. Aber ich erinnere mal daran, wir machen das alle ehrenamtlich. Das ist ein nicht so unterschätzender Aufwand. Ich denke, das reicht für mich so als Tätigbarkeitsbericht erstmal aus. Aber was ich ein bisschen vermisst habe, auch bei unseren Vorrednern, wir sollen ja Rechenschaft euch gegenüber ablegen. Habt ihr nicht vielleicht Fragen an uns? Vielleicht möchte jemand von irgendeinem der Vorstandsmitglieder noch irgendetwas wissen. Dann würde ich euch jetzt darum bitten. Das ist überschaubar. Doch, da hinten ist doch jemand. Mikro? Das Saalmikro ist offen. Oder du sagst es mir, ich wiederhole es. Das war... Ja, danke schön. Das war natürlich ein kleines Stilmittel. Als Anekdote. Ich habe mich damals beworben als Gensek. Das war eine Gensek-Nachwahl außer der Reihe. Ich bin damals nicht gewählt worden, da ist Claudia Hagen-Schulte gewählt worden. Dann habe ich mich... Ich habe es mir nicht leicht gemacht, habe aber gesagt, na gut, ich werde dann Beisitzer. Und als man mich dann gewählt hat, kam ein ehemaliges Vorstandsmitglied auf mich zu, nämlich der Alex Reinsch. Und der hat gesagt, du, sag mal nicht traurig, Beisitzer sind Vorstände ohne festgeschriebenen Geschäftsbereich. Das sind die Joker. Die können mehr oder minder das machen, was sie wollen, können sich die Rosinen rauspicken, können kreative Dinge, können neue Dinge anstoßen. jenseits des normalen Tagesgeschäfts. Wenn ihr wüsstet, was der Ralf alles abarbeiten muss, wirklich diese verdammte Maloche mit dieser Mitgliederverwaltung, da bleibt für Kreativität nicht mehr viel Zeit. Der Manfred, der hat auch einen festen Geschäftsbereich. Daran ist er gebunden. Das kostet all seine Zeit. Also das mit dem Nur-Beisitzer, das war absichtlich so formuliert. Vielen Dank. Da ist noch eine Frage. Ich wiederhole die dann für den Stream gleich. Ja, das ist immer, ja, das ist wieder die Anmerkung, dass oft Menschen auf uns zukommen, die ihre Hilfe, ihre Mitarbeit anbieten, die dann entweder zurückgewiesen werden oder wo es einfach ein bisschen versickert, versandet oder sowas. Ja, das ist uns bewusst. Da habe ich auch ein schlechtes Gewissen. Es gibt aber verschiedene Gründe, warum sowas passiert. Und jetzt beispielsweise bei diesen Querelen des Schatzmeisterteams, da habe ich wirklich ein bisschen gepokert auf den Martin, auf diese Buchhaltungsstelle. Und ihr habt auch gesehen, der Martin als Halbtagskraft ist in der Lage, das alleine abzuhandeln, ohne auf Ehrenamtliche zurückgreifen zu müssen. Und deshalb, das Tagesgeschäft Bernd, ja, der Bernd, der schlug den Kopf, das Tagesgeschäft, ich sage mal Buchung und so, das ist seine Profession, Buchhaltung. Ich konkretisiere das. Alles, was darüber hinausgeht, das, was der Bernd vorhin gesagt hat, das möchte ich unterstützen. Dafür wieder ein Schatzmeisterteam, aber bitte nicht für die buchhalterische Tagesarbeit. Dafür haben wir jetzt einen Spezialisten. Ja, ich weiß ungefähr, worum es dir geht, ja. So, hat noch jemand Fragen? Das ist nicht der Fall. Sonst würde ich euch bitten, geht ruhig zu dem Saalmikrofon, das beißt nicht, und dann kann man euch im Stream auch sehr schön hören. Aber da keine weiteren Fragen sind, wären jetzt die Kassenprüfer da dran? Kann niemanden herlaufen? Doch. Wer sind die Kassenprüfer? So, bitteschön. Bericht. Ja, hier steht der Kassenprüfer im Plural. Aber ich denke, es reicht auch, wenn einer den Bericht verliest. Alles überliebe. Applaus So, schönen guten Tag alle Anwesenden, Guten Tag Piraten und alle anderen und für das Protokoll, mein Bericht habe ich auch in schriftlicher Form vorliegen, kann also angefordert werden, muss nicht unbedingt mitgeschrieben werden. Die meisten von euch sind heute hier, weil sie wählen wollen. Es ist ja ein Wahlparteitag. Gehört nach meinem Verständnis mindestens die Auswahl zwischen zwei Möglichkeiten dazu. Und zur Einstimmung darauf bitte ich euch, ihr dürft entscheiden, wollt ihr die Kurzfassung oder wollt ihr die Langfassung? Ihr könnt das jetzt durch die Stimmkarte mal zeigen. Für kurz bitte ja. Ja, jetzt habe ich mir die ganze Arbeit umsonst gemacht. Na gut. Als Einführung vielleicht einen kurzen Hinweis auf die Aufgabe des Kassenprüfers. Der Kassenprüfer soll Vermögensschäden von der Partei abwenden, indem er prüft, indem er prüft, dass das anvertraute Geld, bestehend aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden, Parteifinanzierungsmitteln und so weiter, Satzungs- und Gesetzeskonform ausgegeben werden oder eben nicht ausgegeben werden, oder die Mittel noch da sind. Des Weiteren soll er den wirtschaftlichen Umgang mit diesen Mitteln prüfen, um Verschwendung, die nicht im Sinne der Mitglieder ist, aufzudecken. Ich möchte euch die Geduld nicht übermäßig strapazieren mit der Aufzählung der verschiedenen Paragrafen und dem Verlesen der Handreichung für die Kassenprüfer der Piratenpartei Deutschlands, die darauf beruht. Aber ich möchte euch mindestens eines zur Kenntnis bringen. Der Kassenprüfer kann für nicht aufgedeckte Vermögensschäden persönlich haftbar gemacht werden. Und das hat mir den Anlass gegeben, eine Prüfung, wenn sie dann durchgeführt wird, ordentlich und komplett durchzuführen. Das soll aber erstmal reichen. Jetzt kommt der eigentliche Bericht des Kassenprüfers. Es fand keine fach- und sachgerechte Kassenprüfung statt, da Umstände eingetreten sind, die nicht vorhersehbar waren. Da laut der Bundesschatzmeisterei mindestens zwei Kassenprüfer diese Prüfung durchführen sollten, ich aber ganz alleine bei der angesetzten Termin in der Düsseldorfer LGS pünktlich anwesend war, konnte schon aus diesem Grunde keine Prüfung stattfinden. Es gab noch einige kleine Unwägsamkeiten, die Gott sei Dank durch den Herrn Bernd Janotter, unser Schatzmeister heißt Bernd Janotter für das Protokoll, auf dem kurzen Dienstweg hat er dieses aber abstellen können. Die Gründe, warum das jetzt so gekommen ist, konnte ich also, weiß Gott, nicht vorhersehen und auch nicht beeinflussen. Ich werde die Empfehlung aussprechen, in Abstimmung mit dem Vorstand der Schatzmeisterei der Piratenpartei NRW, die Kassenprüfung zum Jahreswechsel erneut anzusetzen. Es sollten dazu mindestens drei Kassenprüfer neu gewählt werden, die auch, und das ist wichtig, über die nötige Zeit verfügen, eine Prüfung auch wirklich korrekt durchzuführen. Ich stelle mich schon einmal der übernommenen Verantwortung erneut zur Wahl und würde mich freuen, wenn das Vertrauen, das ihr mir beim letzten Wahlparteitag entgegengebracht habt, auch dieses Mal entgegenbringen könnt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Für Fragen, bitte später. Ja, danke, Jürgen. Heiden, Arbeit, für nichts, ne? Ja, ja. Ich denke, da es nicht stattgefunden hat, er übrigen sich wahrscheinlich auch Fragen oder hat jemand eine konkrete Frage dazu? Der Jürgen war schließlich anwesend. Jojo. Jürgen? Das ist ein Mikro. Ah, sehr gut, danke. Du hast gesagt, du hast keine ordnungsgemäße Kassenprüfung durchführen können. Hast du denn ein bisschen was prüfen können? Also kannst du uns eine Empfehlung geben, ob wir den Vorstand entlasten sollen oder eben nicht? Ich habe einige Papiere gesehen, aber aufgrund der Tatsache, dass es eine Prüfung ja gar nicht gibt, nicht versucht, irgendeine Spitze des Eisberges zu finden, an der ich mich dann festkrallen kann. Es wäre auch unsinnig, das jetzt zu publizieren, weil das bringt nichts. Alles klar. Gut, danke. Noch jemand Fragen an Jürgen? Nein, dann herzlichen Dank für deinen Bericht, Jürgen. Wir waren ja schon auf dem Weg dahin. Der nächste Punkt wäre jetzt die Entlastung des Vorstands. Dazu hätte ich dann auch gerne den Vorstand gleich mal auf der Bühne. Und euch möchte ich vorher fragen, ob ihr den Vorstand in seiner Gesamtheit, also ob ihr die Abstimmung für die Entlastung des Vorstands in seiner Gesamtheit machen wollt, oder ob ihr Einzelmitglieder entlasten wolltet, weil wir ja gerade gehört haben, dass es keine Kassenprüfung gibt. Wer ist dafür, dass die Abstimmung über den Gesamtvorstand geht? Ich gebe jetzt bitte mal die Karte. Wer möchte lieber die Einzelabstimmung haben? Das ist deutlich weniger. Dann entlasten wir den Vorstand in seiner Gesamtheit. Wollen die alle noch kommen, Paci? Also, ich bin der Gunther aus Dürm. Psst, ein bisschen Ruhe. Eine Vorstandsentlastung ohne Kassenprüfung ist pauschal nicht möglich, juristisch. Es geht nur unter Vorbehalt der Kassenprüfung. Das ist ein Job für den JVD. Okay, das dauert ein bisschen. Pass auf, dann frage ich die Versammlung erstmal, ob ihr eine Entlastung unter Vorbehalt der Kassenprüfung machen möchtet. Könnt ihr dafür eure Stimmkarte mal bitte hochheben, wer dafür ist, dass ihr den Vorstand unter Vorbehalt der nach durchzuführenden Kassenprüfung gemacht wird? Und wer ist dagegen? Keiner. Gut, dann machen wir das so. Es ist ja auch irgendwie der Plan gewesen, dass der Jürgen das in Absprache mit dem Bernd zum Jahresende neu macht. Okay. Gut, Fragen habt ihr nicht mehr? Wer ist dafür, wie gerade angesprochen, den Vorstand unter Vorbehalt der Kassenprüfung zu entlasten? Hebe jetzt bitte seine Ja-Karte. Gut, wer möchte den Vorstand nicht entlasten? Da sehe ich zwei Stimmen. Dann seid ihr entlastet unter Vorbehalt der noch durchzuführenden Kassenprüfung. Vielen Dank. Bleibt aber noch mal eine Sekunde hier, bitte. Bleibt ja noch mal eine Sekunde hier, bitte. Also mit dem Zuhören. Ich glaube, da war noch irgendwas. Irgendjemand hatte mir gesagt, ihr sollt noch eine Sekunde hierbleiben. War das die VACO? War das die VACO? VACO! Tut mir leid. Irgendwas ist. Vielleicht holt jemand schnell die VACO? VACO! Also zu... Ob ihr ein Kind kriegt? Nee, aber Geduld gehört ja, glaube ich, auch zu den Tugenden eines Vorstands, nicht wahr? VACO, war hier noch irgendwas mit dem Vorstand? Wir haben den gerade entlastet. Wir haben natürlich auch eine Kleinigkeit vorbereitet. Man kann ja eigentlich gar nicht oft genug Danke sagen. Und das wollen wir jetzt auch noch mal tun damit. Was ist das, was wir jetzt gemacht haben? Okay. Was man in dem Zusammenhang, was man in dem Zusammenhang allerdings wissen muss, was man in dem Zusammenhang allerdings wissen muss, ist, dass es gibt eine Person, der ist es ganz besonders zu verdanken, dass sämtliche Landesvorstandssitzungen, Landesvorstandssprechstunden völlig, völlig schmerzfrei, völlig problemlos, ganz easy, locker, geschmeidig und entspannt ablaufen. Und das ist VACO. Also, die hat es am meisten verdient. So, auch von mir noch mal vielen Dank. Jetzt hat der JVD allerdings die Frage mit diesem Vorbehalt der Kassenprüfung beantwortet und leider unschön. Er hat gesagt, es gibt sowas nicht. Also, entweder müssen wir den Vorstand entlasten oder wir tun es nicht. Bitte? Er hat ja auch noch gesagt, dass es möglich ist, den Vorstand zu entlasten, auch wenn es keine Kassenprüfung gab. Ja, genau. Das ist auch schon mal gemacht worden. Es gab auch schon mal Teilentlastungen, also dass bestimmte Personen... Genau, die Kassenprüfung ist Wunsch, aber die Entlastung müssen wir schon darüber entscheiden. Pass auf, ich mache einen Vorschlag zur Güte. Ich möchte mich hier nicht mit fremden Federn schmücken und ich möchte auch keine Entlastung haben, wenn möglicherweise wesentliche Dinge nicht erledigt sind oder möglicherweise wesentliche Dinge fehlen bei dem ganzen Prozedere. Wir haben Vorstände dabei, die sich nicht wieder zur Wahl stellen. Es wäre unfair, diese Leute dann nicht zu entlasten und dass die quasi aus dem Vorstand ausscheiden ohne Entlastung. Deswegen macht entweder Einzelentlastung oder wir sagen, wir verschieben die Entlastung auf den nächsten LPT, machen die dann quasi im Nachgang. Ich hätte gerne eine Kassenprüfung. Ich möchte gerne auch, sagen wir mal, das Testat in Anführungszeichen haben, dass das alles korrekt läuft und in Ordnung ist. Da wäre mir selber wohler, das wäre euch gegenüber auch fair, das wäre der Partei gegenüber fair. Lasst uns einen Weg finden, wie wir das machen. Mein Vorschlag ist, ich weiß gar nicht, ob das möglich ist, zum Beispiel die Leute, die ausscheiden, zu entlasten und den Rest im Nachgang zu entlasten, nachträglich. Da wird schon Kopf geschüttelt. Sonst entlastet bitte den Vorstand nachträglich auf dem nächsten LPT. Danke. Kleine Sekunde. Bernd, wäre das auch okay, wenn wir den... Kleine Sekunde, darf ich kurz was dazu sagen? Weil soweit ich das sehe, bin ich der Einzige, der nicht mehr kandidiert. Ich habe mit den Jungs die letzten Monate zusammengearbeitet und ich stehe auch dazu. Und wenn ihr jetzt den Vorstand nicht entlastet, dann mich bitte auch nicht. Wir können dann jetzt nur noch Thomas rausnehmen. Also mich braucht er nicht einzeln abstimmen, nehmt von mir aus Thomas raus. Ich hänge da gerne mit drin. Danke. Der Babak hat beide Hände gehoben. Kommt das? Ja. Ich hätte gerne kurz einen Antrag auf Meinungsbild, ob wir tatsächlich hier eine getrennte Entlastung haben wollen als Gemeinschaft oder nicht. Ich glaube, dann erübrigt sich alles andere, was gerade eben gesagt worden ist, auch wenn ich Bernd respektiere und schätze für das, was er gerade gesagt hat. Gut, danke. Und von mir noch die Nebenbemerkung. Falls ihr Einzelentlastung haben wollt, können wir trotzdem auch alle bis auf Bernd zusammen abstimmen. Das ist ja nett. Ich bin ja gut. Das ist ja super nett. Du hast doch gesagt, du möchtest noch eine Kassenprüfung haben. Nein, aber wir machen jetzt erstmal den GO-Antrag. Von Babak. Der lautet einen Antrag auf Meinungsbild. Möchtet ihr eine einfache Ja-Nahe-Infrage, ja? Nach was soll ich fragen? Nach gemeinschaftlich? Oder Frage eben nicht. Also nochmal, Antrag auf Meinungsbild, ob die anwesende LMV eine gemeinschaftliche Entlastung haben möchte oder nicht. Ja oder nein? Gut, Ja bedeutet gemeinschaftliche Entlastung, Nein bedeutet Einzelentlastung. So, jetzt haben wir es. Habt ihr noch jemanden Fragen dazu? Gut. Sammy? Du kannst Gegenrede machen. Eigentlich nicht. Mir ist scheißegal, was es war. Können wir bitte einfach mal darüber das wieder rauspulen, was vorhin hieß, wir verschieben die Entlastung auf den nächsten LPT. Das wäre für mich das Einfachste, denke ich. So, Stopp. Das wäre für den Tagesordnungspunkt, dass wir den Tagesordnungspunkt Entlastung des Vorstands auf den nächsten LPT verschieben. Gut, wer ist dagegen? Das ist eine knappe Mehrheit für dafür, dann ist der Tagesordnungspunkt jetzt verschoben. Dankeschön. Gut, das war wohl ein GO-Antrag auf Auszählung, richtig? Nein, das war kein Meinungsbild. Das war ein GO-Antrag auf Verschiebung eines Tagesordnungspunktes. Ich habe den doch extra vertauscht. Ja, habe ich einfach gemacht, weil ich die VL bin und ich das für sinnvoller habe. So, der Maid, die Wahlleitung und ihr seid ein bisschen leise. Die Wahlleitung bitte auf die Bühne. Gut, und ich wiederhole das nochmal. Geschäftsordnungsamt, ihr könnt auch gerne bleiben oder gehen. Antrag auf Verschiebung des Tagesordnungspunktes, nee, Vertagung, Entschuldigung, Vertagung des Tagesordnungspunktes der Entlastung des Vorstands auf den nächsten Landesparteitag. Wer ist dafür? Hebe jetzt bitte die Karte. Gut, dann jetzt bitte die Karten gegen die Vertagung des Tagesordnungspunktes. Vielen Dank. Gut, wir haben ausgezählt. Vielen Dank. 38 Stimmen sind für die Vertagung und 42 sind dagegen. Wir machen das also jetzt. Jetzt genau, jetzt kommt das Meinungsbild, ob ihr die Entlastung gemeinschaftlich machen wollt. Wenn ihr mit Nein stimmt, machen wir eine Einzelentlastung. Wer ist dafür, den Vorstand gemeinschaftlich zu entlasten? Wer ist dagegen? Das ist eindeutig, ja. Der Kai nickt auch. Dann machen wir jetzt nochmal erneut die Gemeinschaft. Danke. Die gemeinschaftliche Entlastung des Vorstands. Ich frage euch, ob ihr den Vorstand entlasten wollt. Es gibt keine Vorbehalte bezüglich irgendwelcher zukünftigen Kassenprüfungen. Wer ist dafür, dass der Vorstand entlastet ist? Wer möchte den Vorstand entlasten? Dankeschön. Und wer ist dagegen? Wer möchte das nicht? Das ist eine klare Minderheit. Gut, dann seid ihr jetzt wirklich entlastet. Es tut mir leid mit dem ganzen Mist. Ich hoffe, ich habe eure Meinungsbildung so weit unterstützt, wie das möglich ist. Dankeschön. Ja, dann übernehme ich aus sichtlichen Grund. Als nächstes kommt ein Satzungsänderungsantrag. Entschuldigung, erst mal ein GO-Antrag. Ich würde mal gerne eine kleine Anmerkung machen. Wir haben hier so eine Karte, da steht vorne Ja und auf der Rückseite Nein. Wenn wir so eine Abstimmung machen und dann nacheinander mit abstimmen sollen, dann führt das ein bisschen zu Verwirrung. Weil ich war jetzt gerade zum Beispiel gegen einen Antrag, habe also mit Nein gestimmt. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das da mit Ja oder mit Nein gewertet wurde. Ja, aber ich glaube, ich habe eindeutig gefragt. Ja. Habe ich nicht? Also in Zukunft ein bisschen dann entweder Karten mit Ja oder Nein oder es sein lassen. Okay, gut. Wir geben uns Mühe, etwas genauer darauf zu achten, etwas genauer zu sagen. Die Mehrheitsverhältnisse bei der letzten Abfrage waren aber ziemlich eindeutig. Ja, wie gesagt, dann übernehme ich. Wir haben jetzt einen Satzungsänderungsantrag. Der Schlumpf wird den vortragen. Und ich gebe dem Schlumpf das Wort. Danke. Und zwar geht es um einen Satzungsänderungsantrag, der die Wahl des Landesvorstands beeinflusst. Das ist der Satzungsänderungsantrag 004 von mir. Titel Flexibilität bei der Wahl des Landesvorstands. Der Wortlaut ist, der Landesparteitag möge beschließen, in § 6b Absatz 1, dass die Worte zwei stellvertretende Vorsitzende durch ein bis zwei stellvertretende Vorsitzende sowie drei Beisitzer durch ein bis drei Beisitzer zu ersetzen. Und der Absatz 11 muss dann auch formal angepasst werden. Der lautet im Moment, fällt die Anzahl der Vorstandsmitglieder, die ihren Aufgaben nachkommen können, auf weniger als fünf, wird dann ersetzt durch, fällt die Anzahl der Vorstandsmitglieder, die ihren Aufgaben nachkommen können, bei sieben bis neun gewählten Vorständen auf weniger als fünf, beziehungsweise bei fünf bis sechs gewählten Vorständen auf weniger als vier. Ich glaube, es geht weiter mit, dann ist der Vorstand nicht mehr handlungsfähig und muss ein außergewöhnlicher Parteitag gewählt werden, abgehalten werden. So, warum möchte ich das? Ich glaube, in der Vergangenheit hat sich ein paar Mal gezeigt, dass der Vorstand auch mit weniger als neun Vorständen handlungsfähig ist oder auskommen kann. Wir haben auch in der jüngsten Vergangenheit sowohl knappe Wahlergebnisse gehabt bei solchen Sachen. Wir hatten auch schon mal, dass für drei Beisitzer auch nur drei Leute kandidiert haben. Wir haben, glaube ich, auch bewiesen, dass wir mit Verwaltungs- und Schatzmeisterteams gut arbeiten können. Ich möchte euch einfach nur die Möglichkeit geben, dass ihr auch weniger Leute in den Vorstand wählen könnt. Ihr könnt auch nach wie vor weiter alle neun wählen. Hier steht ja ein bis zwei stellvertretende Vorsitzende oder ein bis drei Beisitzer. Aber es ist nicht mehr zwingend notwendig, dass ihr alle neun Positionen besetzt. So und mehr ist es einfach nicht. Ihr habt mehr Flexibilität. Ihr könnt gucken, wie ist die Kandidatenlage. Es sind auf jeden Fall mindestens fünf. Und dann könnt ihr entscheiden. Ja, gibt es Fragen zu diesem Antrag? Dann wird die Vorhand sein Mikrofon. Das sieht nicht so aus. Dann würde ich den Antrag gern abstimmen lassen. Wer für diesen Antrag ist, möge jetzt bitte seine Karte heben. Okay, wer gegen den Antrag ist, bitte jetzt die Karte heben. Ja, das ist sehr eindeutig. Damit ist der Antrag angenommen. Ja, als nächstes kommen wir dann zu den Wahl des neuen Vorstandes. Mit 6.1 ist Wahl des ersten Vorsitzenden. Dafür möchte ich noch fragen, ob der Wahllisterleiter möchte bitte mal auf die Bühne kommen, um die Kandidatenliste zu eröffnen bzw. zu schließen. Mahlzeit, ich noch mal. So, ich gucke da mal auf meinen Spicker. Mir wurde gesagt, wir wählen den ersten Vorsitzenden. Damit wir das machen können, eröffne ich jetzt die Kandidatenliste für die Wahl zum ersten Vorsitzenden. Jeder, der sich berufen fühlt, dieses Amt innezuhaben für die nächste Zeit, möge sich bitte bei mir gleich vorne am Wahlleitertisch akkreditieren. Vielen Dank. Maid, möchtest du auch noch weitere Kandidatenlisten schon eröffnen, damit wir das schon laufen haben? Genau. Ja, damit wir nicht zu viel auf einmal machen, nehmen wir dann auch noch die Wahl zum zweiten Vorsitzenden. Wer sich für das Amt des zweiten Vorsitzenden berufen wird, möge sich auch bitte jetzt bei mir... Habe ich ja. Ich habe für den ersten aufgerufen. Ja, für den zweiten Vorsitzenden. Okay, für die Vertreter des ersten Vorsitzenden. Damit eröffne ich die Kandidatenliste. Sowohl jeder, der sich für den ersten Vorsitzenden als auch für die Stellvertreter des ersten Vorsitzenden berufen fühlt, möge sich jetzt bitte bei mir am Wahlleitertisch einfinden. Danke. So, braucht ihr vielleicht eine Pause? Obwohl ich annehme, dass das relativ schnell geht. Und wir dann vielleicht nach der Rede und nach der Wahl vielleicht eine Mittagspause ansetzen. Ich dachte, wir können auch ein bisschen Kasperle-Theater hier machen. Hast du keine Lust? Nee, vielleicht ausziehen oder so. Auszählen. Ausziehen. Ausziehen. Ja, ich kann ja nochmal eine unbeliebte Ansage machen. Ich habe gesehen, draußen haben immer noch Leute auf dem Schulgelände geraucht. Gut, dazu eine sehr dringende Bitte des Hausmeisters, die da lautet, keine Kippen auf dem Schulhof. Ihr könnt zwischen den Zeilen lesen, lasst einfach keine Kippen rumliegen. Wie gesagt, ein Ascher war, glaube ich, hinten irgendwo versteckt in der Mensa. Und sonst nehmt ihr die einfach mal mit wieder zurück oder entsorgt sie außerhalb des Schulgeländes. Dankeschön. Mülleimer gehen bestimmt auch. Mülleimer gehen bestimmt auch. Ich wurde eh noch da am Arbeiten wünscht und das ist sowieso nicht da. Tschüss. います D Vielen Dank. 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 Und... weil... auch nichts, dann macht es bitte so, wie ich es gemacht habe. Erkundigt euch beim jeweiligen Bürgermeister oder wo auch immer, wenn ihr es nicht schon wisst. Ich bin dann mal einfach dahin gefahren, nach Nordhagen. Das ist ein Kaff, da ist nichts. Da geht eine Landstraße hin, da können wir, wie wir da Freifunk hinlegen sollen, ist überhaupt noch fraglich. Da wohnen 57 junge Männer und da kümmert sich kein Schwein drum. Das sind also so Situationen, die sind nicht so spektakulär wie eine Familie mit kleinen Kindern, wo man sich dann rührend kümmern kann, Sachen spenden oder ähnliches. Also es muss wirklich überall ganz, ganz dringend geholfen werden und was getan werden. Und ich denke, das könnten wir als Kommunalpiraten vielleicht initiieren und entweder auch über Twitter verbreiten. Auf jeden Fall so, dass da wirklich was passiert. Danke euch. So. Ja, der Maid, es hat immer noch die Kandidatenliste offen. Die Versammlung geht ja weiter. Wir haben einen GO-Änderungsantrag von der VL. Und zwar geht es um die Wahlordnung Paragraf 1, Satz 7. Vielleicht kannst du uns das mal auf dem... Ja, das gehört ja zur GO. Ja, ansonsten werde ich das kurz erklären. Der Satz 7 heißt im Moment, die Reihenfolge, in welcher sich die Kandidaten dem Plenum vorstellen, wird ausgelost. Die VL würde das gerne ändern, in die Reihenfolge, in welcher sich die Kandidaten dem Plenum vorstellen, ist alphabetisch. Das hat verschiedene Gründe. Vor allen Dingen aber technische, was das Programm betrifft, mit dem wir die Wahl vorstellen. Abgesehen davon wird es vom Bundesparteitag und auch vielen anderen Landesverbänden so gemacht. Dieser GO-Änderungsantrag, also Änderung der Geschäftsordnung, besitzt vollständige Unterschriften und ist auch sonst formal korrekt. Deswegen würden wir das jetzt abstimmen. Gibt es einen Alternativantrag oder eine Gegenrede? Noch nicht mal formal? Ja, gut. Dann würden wir das jetzt nämlich abstimmen. Das wäre nämlich Dankeschön. So gehört sich das. Also, wer ist dafür, dass wir die Geschäftsordnung, das ist Paragraf 1 der Wahlordnung, Satz 7, wie folgt ändern, die Reihenfolge, in welcher sich die Kandidaten dem Plenum vorstellen, ist alphabetisch. Ich bitte jetzt um die Ja-Zeichen und dann bitte die Nein-Zeichen. Keine Stimmkarten von der VL. Damit ist der Änderungsantrag angenommen. Vielen Dank. Die GO, die die Wahlordnung beinhaltet, wird dementsprechend geändert. Meid, deine fünf Minuten sind um. Die Wahlordnung beinhaltet, wird dementsprechend geändert. Also, ich hatte gerade eben den letzten Aufruf gestartet für die Kandidatenliste zum 1V und zu den Stellvertretern. Da die Möglichkeit besteht, dass wir haben zwei Kandidaten bis jetzt für den ersten Vorsitzenden. Da es die Möglichkeit besteht, dass einer der beiden Kandidaten sich als Stellvertreter wählt, werde ich es so machen. Ich schließe hiermit die Liste des ersten Vorsitzenden. Die Kandidatenliste des ersten Vorsitzenden ist geschlossen. Die Kandidatenliste für die Stellvertreter bleibt weiter offen. Losen der Listenreihenfolge haben wir gerade eben gekippt. Das heißt, die Kandidatenvorstellung hätten wir dann jetzt. Liebe Kandidaten, lieber Michel, lieber Paki, würdet ihr bitte einmal nach vorne kommen? Gut, Paki, du hältst dich bereit. Du bist S wie Schiffer. Claudia, nein. Michel ist mit dem Marsching als M vor dir. So hören wir jetzt, ja, Michel Marsching. Das ist aber auch hier eine Technik. So. Es stand gerade mehr so. However. Hallo, ich bin es nochmal. Kann der Paki gleich auch sagen. Ich behaupte ja, der meint, hat uns nur noch hier vorne gebeten, damit er kurz überlegen kann, welcher Buchstabe zuerst rankommt. Gut, aber gut. Ja, Tag. Ich bin vorgeschlagen worden, vor drei Tagen im Wiki als Vorsitzender für den Landesverband zu kandidieren. Und habe natürlich die üblichen Zweifel und habe die üblichen E-Mails dazu bekommen. Ich habe einige bekommen, die gesagt haben, das ist eine gute Idee. Ich habe einige, wenige bekommen, die gesagt haben, das ist eine schlechte Idee. Ämterkumulation geht überhaupt nicht. Du bist schon Vorsitzender in der Fraktion, jetzt auch noch Vorsitzender im Landesverband. Du bist MDL, das geht sowieso nicht. Machtmensch kennen wir schon. Und wenn ich nicht so unsicher gewesen wäre, seinerzeit hätte ich da wahrscheinlich jetzt nicht kandidiert. Ich habe bis vorhin auch überlegt, ich habe jetzt dreimal meine Stimmkarte auf den Boden geschmissen, es kam dreimal Ja raus. Ich nehme jetzt diesen Wink des Schicksals mal an. Das ist tatsächlich, ja. Also ich möchte sagen, ich habe tatsächlich so eine Restunsicherheit auf der anderen Seite. Natürlich, mir haben auch Leute echt gute Ratschläge gegeben. Danke dafür. Also wenn du jetzt da hochgehst und du verlierst schon wieder gegen Paki, das schadet dir persönlich. Ich glaube nicht, dass mir das in irgendeiner Form schadet, weil es ist eure Wahl. Es ist Punkt eins und Punkt zwei jetzt. Dann habe ich wenigstens meine Ideen mal gesagt. Ihr habt sie alle gehört. Paki kann sie mitnehmen und umsetzen. Das ist doch auch eine super Idee. Warum mache ich das überhaupt? Diese Partei ist mein Baby. Und ich glaube genauso, wie diese Partei euer Baby ist. Ihr tragt das alles alle irgendwie in euch. Ich habe es vorhin schon gesagt bei der Rede. Ihr habt alle einen Grund, warum ihr hier seid. Ich glaube, dass auch alle, die hier sind, dass sie hängen an der Partei. Nein, nicht alle. Ich habe leider auch hören müssen, dass einige hier sind, weil sie lachen wollen und sich lustig machen wollen über den Quatsch, den wir hier tun. Ich finde, das ist nicht angemessen. Ich finde, sich hier hinzustellen und zu lachen ist der falsche Weg. Wer nicht mittun will, der soll sich bitte an den Rand stellen und soll aus dem Weg gehen und soll die machen lassen, die noch da sind. Ich stelle mal kurz meine Ideen vor. Paki kann seine nennen. Ihr habt die Wahl. Erstens. Ich glaube, dass wir eine starke Vernetzung brauchen zwischen Fraktion und Landesverband. Das hätten wir schon vor zwei Jahren gebraucht. Ja, dafür nicht. Das hätten wir schon vor zwei Jahren gebraucht. Ich habe immer wieder auch in Gesprächen gesagt, dass ich sehr dafür wäre, dass es muss nicht ich jetzt hier als Vorsitzender sein, aber dass auch andere aus der Fraktion in den Landesvorstand gehen und diese Vernetzung einfach dadurch da ist, dass wir eben die Fraktion auch im Landesverband viel stärker integriert haben, als wir es im Moment haben. Das wurde abgelehnt vor zwei Jahren, letztes Jahr, das muss man einfach so sagen, es haben sich im letzten Jahr, dann hat sich auch keiner mehr zur Wahl gestellt und wozu es geführt hat, sehen wir jetzt. Meiner Meinung nach sind wir trotzdem, Paki und ich, es in den letzten sechs Wochen einigermaßen versucht haben, viel zu wenig miteinander vernetzt und das wäre das Erste, was sich ändern würde. Und auch dazu würde die Kandidatur beitragen. Zweiter Punkt. Ich hätte gerne bei aller Professionalisierung eine Trennung des Vorstands. Wir reden seit Ewigkeiten über diesen verwaltenden Vorstand und wir sehen in der Realität und wir wissen in der Realität, es gibt nicht nur den verwaltenden Vorstand. Der Paki macht politische Arbeit, indem er nach draußen geht und den Leuten erzählt, was unsere Politik ist. Der politische Geschäftsführer macht politische Arbeit, wenn er anfängt, Tage der politischen Arbeit, hey, die heißen schon so, zu organisieren. Landesparteitage, AKs zu vernetzen und so weiter. Das ist politische Arbeit. Wir haben einen teilweise politischen Vorstand und ich würde ganz klar in einer Geschäftsordnung festschreiben wollen, dass es einen politischen Vorstand gibt. Erster Vorsitzender, 2T-Vorsitzende, wie auch immer und der politische Geschäftsführer und die Beisitzer, die da Lust drauf haben. Und dass es einen verwaltenden Vorstand gibt, nämlich den Schatzmeister, Gensek und die Beisitzer, die da mithelfen. Mit den entsprechenden Teams dabei. Mit einem ganz wichtigen Unterschied zu heute. Ich möchte, solltet ihr mich wählen und irgendeiner kommt mit irgendeinem Verwaltungsfuhr, werde ich einfach nur sagen, geh weg. Weil dafür bin ich nicht zuständig und ich glaube, dass die politischen Vorstände auch mit diesem ganzen Verwaltungskrams nichts zu tun haben sollten. Das Verwaltungszeug, und ich will das nicht despektierlich sagen, aber das können die Teams, die wir gebildet haben, wir haben es gehört, Schatzi-Team und so, das funktioniert. Da braucht sich nicht auch noch jemand drum kümmern, der eigentlich politische Arbeit organisieren soll. Das macht die politische Arbeit im Landesverband tot und da sollten wir was gegen tun. Nächster Punkt. Wir haben gerade gehört, wir haben 200.000 Euro. Ich plädiere für mindestens drei Landesparteitage im Jahr. Zwei zur Programmentwicklung, einer zum Wählen. Wir werden hier kein Programm machen, hier wird gewählt. Das braucht man auch, aber wir haben ganz wenig Zeit am Ende nur für dieses mit den Programmen. Mehr Parteitage, sie sind klein, sie sind günstig. Wir haben gehört, 200.000 Euro liegen auf der hohen Kante. Wir sollten dieses Geld für unsere Belange einsetzen und das wäre so ein Belang. Das gleiche ist Tage der politischen Arbeit. Meiner Meinung nach einmal im Quartal mindestens. Wir müssen politische Arbeit wiederentwickeln. Wenn hier jemand kommt und sagt, ich habe eine Idee und ich würde da gerne ein AK machen, und ihr könnt euch bei Twitter melden und das ist eine Besonderheit, dass er hier steht. Das ist echt ein Einzelfall. Dann haben wir mit der politischen Arbeit ein Problem und wir sind eine politische Partei. Ich hätte gerne wieder politische Arbeit. Nächster Punkt. Die Vorstandssitzung. Vorstandssitzung zwischen verwaltendem Vorstand und politischem Vorstand trennen. Im verwaltenden Vorstand werden Tickets abgearbeitet. Da können diejenigen, die sich für diesen Formalfuh interessieren, zusammenkommen, können sich das auch anhören. Eine zweite Vorstandssitzung, eine getrennte, sollte eine politische sein, wo über die aktuellen Entwicklungen gesprochen wird, wo politisch diskutiert werden kann. Ich möchte gerne lieber politische Diskussionen als zuzuhören im Mammel, wie Tickets abgearbeitet werden. Dann. Dann, und das sage ich nicht nur, weil ich das jetzt mache, im Bereich der Fraktion, sondern auch, weil ich einfach der festen Überzeugung bin, dass wir das brauchen. Ich nenne es mal mehr Stammtischbesuche, mehr Vor-Ort-Besuche von Großkopferten. Das hat erstens was mit der Fraktion zu tun. Da sind wir dran. Dass die Fraktion wieder mehr in den Wahlkreisen ist, dass die Fraktion wieder, in Anführungszeichen, näher an die Basis rückt. Das wollen wir. Das ist auch in der Fraktion gemeinsam immer wieder eine Willensbekundung. Das müsste aber auch für den Vorstand gelten. Mein erster Vorschlag dazu, Packi und Masch wissen, dass ich dafür bin, aus verschiedenen Gründen wurde da, wird da ein bisschen zurückhaltend drauf reagiert. Ich sage, wenn jemand PolGF ist oder 1V in diesem Landesverband und der soll in die entsprechenden Kommunen fahren, er soll vor Ort fahren, dann kriegt der verdammt nochmal eine Bahncard 100 oder entsprechend die Bahnkosten ersetzt und dann hat er die Möglichkeit, ohne dass ihm Kosten entstehen, diese Arbeit wahrzunehmen. Ich persönlich bräuchte das nicht. Als MDL habe ich dieses Ticket, soll aber kein Argument sein. Ich möchte damit nur sagen, die Möglichkeit muss einfach bestehen, dass nicht jemandem, der sich hier hinstellt und der ehrenamtlich in den Vorstand gewählt wird, hinterher auch noch Kosten entstehen dafür, dass er seine Arbeit macht. Ich bin auch gleich fertig, keine Angst. Mein letzter Punkt. Wir müssen wieder mehr Spaß haben in der Partei. Wir sind viel zu ernst. Ja, wir wollen ernste Politik machen, aber auch dabei kann man Spaß haben. Wir sind viel zu ernst. Wir machen viel zu sehr der gegen den und irgendwie und auf Twitter und dann rastet einer aus und drei kommen wieder dagegen. Leute, dieses Twitter ist nicht der Nabel der Welt. Macht es aus. Macht einfach mal einen Tag Pause und dann guckt der hinterher nochmal drauf und sagt, ach komm, so wichtig war das nur auch wieder nicht. Und habt lieber Spaß dabei, wenn ihr gemeinsam Politik macht, wenn ihr gemeinsam Positionen verschriftlicht, wo ihr hinterher sagen könnt, guck mal, wir haben tatsächlich ein progressives Programm und wir wollen das nach vorne bringen. Wo ist eigentlich unser Bällebad, um das mal so zu fragen? In einem meiner Lieblingskommunien, das liegt an den Werbejingels, Demolition Man, kommt am Ende so eine Ansprache. Und die Ansprache ist in etwa so, ich kriege es nicht hundertprozentig hin, aber der Polizist aus der Zukunft sagt, so, die zwei Gruppen sind irgendwie zusammengekommen, sagt er, ihr einen, ihr werdet ein bisschen sauberer und die anderen, ihr werdet ein bisschen schmutziger. Und dann haben am Ende alle Spaß, weil ihr trefft euch in der Mitte. Ich sage, wir brauchen ein bisschen mehr, wir müssen ein bisschen mehr wie eine normale Partei sein. Wir müssen ein bisschen weniger naiv sein. Ich habe vorhin zum Beispiel gesagt, wenn Anträge nicht durchkommen, man sieht, dass man keine Mehrheit hat, muss man das halt auch mal annehmen und nicht naiv glauben, dass wenn man nur lang genug abstimmt, nationale Identität, dass man dann irgendwann zum gewünschten Ergebnis kommt. Wir brauchen ein bisschen mehr Realpolitik, ein bisschen mehr Spaß und ein bisschen weniger Traumschlösser. Nicht falsch verstehen, ich möchte, dass wir weiter träumen und dass wir das mit dem Träumen nicht verlieren, aber vielleicht können wir uns auch Traumhütchen bauen oder so. Ich bin jetzt eh fertig. Im Moment habe ich das Gefühl in der Fraktion, ich fühle mich wie so ein General auf dem Pferd. Der reitet voran, da vorne ist der Feind, der Wahlkampf hat begonnen. Attacke, dann reitet man los. Ich möchte, dass dieser Landesverband wieder weiß, wo der Feind steht, nämlich bei den anderen Parteien und nicht in den eigenen Reihen. Und ich möchte euch alle einladen, mit mir mitzukämpfen und bitte daher um eure Stimme. That's it. Dankeschön. Paki, jetzt darfst du. Das machen wir zusammen dann. Das ist einfacher für alle Beteiligten. Ich achte auch auf seine zehn Minuten, aber er darf erst mal sein Mikrofon so machen, dass er es auch hinkriegt. Und dann starte ich die Zeit, wenn er dann auch wirklich losredet. Wir wollen ihm ja nicht was nehmen. Viel Spaß dir. Ja, vielen Dank, Michel, für die Ideen, auf die ich gerne auch noch eingehen werde, die auch zum Teil schon im Vorstand bearbeitet werden. Ich möchte nur zwei, drei Punkte ansprechen kurz. Du sprichst an die Vernetzung mit der Fraktion. Wir haben maßgeblich die Vernetzung angestoßen, indem wir die Fraktions-Lafo-Klausuren machen, wo wir auch schon im letzten Jahr die Vernetzung mit der Fraktion verbessert haben. Ich habe mir als Vorsitzender den Arsch aufgerissen dafür, dass die Referenten, dass die MDL mehr Inhalte liefern, dass wir gemeinsam im Kontakt sind. Und das funktioniert immer besser. Insofern übernehme ich deine Idee schon. Und klar, das brauchen wir. Das brauchen wir auf jeden Fall. Und das brauchen wir vor allem auf Hinsicht auf die Landtagswahl. Wir brauchen euren Input. Der Landesverband lebt von der Fraktion, indem er die Ideen, die politischen Ideen und Impulse, die ihr in den Landtag bringt, natürlich auch in der Partei umwandeln, weiterdenken, zurückgeben, Kritik äußern. All dies muss mehr passieren und muss auch besser funktionieren. Da bin ich völlig bei dir. Was die Aufteilung des Vorstands angeht, haben wir auch da das letzte Jahr gesehen, dass Masch und ich uns hauptsächlich auf die politische Arbeit konzentrieren konnten. Das hat immer nur so gut funktioniert, wie wir nicht in Verwaltungsdinge reingezogen wurden. Ich werde unglaublich oft bezüglich Verwaltungsfragen angesprochen. Und Masch wird es wahrscheinlich genauso gehen. Das liegt einfach in der Natur der Sache. Der Chef wird halt irgendwie gefragt, wenn irgendwas brennt, wenn es irgendwo knarzt, wenn irgendwas ist. Und ich habe früher nicht delegiert, ich habe es mittlerweile drauf. Ich delegiere momentan die Sachen einfach weg an meine Kollegen oder auch an unsere Beauftragten, die wir mittlerweile beauftragt haben. Sei es die Mediatoren Melanie oder Christian Gebel oder auch Hans-Emmanuel und das funktioniert. Das funktioniert wunderbar. Das kann man natürlich noch ausbauen. Aber danke auch für diese Idee. Wir nehmen das auf. Dieser Spaß, den du ansprichst, den können wir nur alle haben, indem wir einfach mal die Augen aufmachen und sehen, was für lächerliche Politik da draußen passiert. Wie weh das eigentlich tut. Also ich meine, wir sitzen seit 2012 in diesem Landtag und wenn man sich unser Wahlprogramm anguckt von 2012, dann ist nichts von dem, was wir da vorgeschlagen haben, umgesetzt worden. Das heißt, unsere Themen und die Ideen, die wir haben, um dieses Land nach vorne zu bekommen, die sind einfach in der Versenkung verschwunden. Das geht einfach nicht. Wir haben den Freifunkantrag durchbekommen. Was ist seitdem passiert? Gar nichts. Die Kommunen klagen darüber, dass aus dem Land keine Impulse kommen, doch mal eben Geld und auch Stellen dafür bereitzustellen, da die Initiative voranzutreiben. Und da müssen wir halt weiter mit Spaß und das ist bei Freifunk mit Sicherheit der Fall, das kennt ihr alle, wenn so ein Knoten auf einmal online geht, dann haben wir das Grinsen im Gesicht und sagen, hey, hier sind Flüchtlinge, hier sind Bürger, die ansonsten von der Außenwelt abgeschnitten werden und wir haben es geschafft, politisch und auch aktiv technisch diese Möglichkeit zu schaffen. Das ist Spaß. Und das müssen wir einfach leben und das müssen wir zeigen. Tue Gutes und rede darüber. So, das war der Teil, dass ich jetzt auf deine Kandidatur und deine Rede eingegangen bin. Jetzt kommt der Teil, den ich vorbereitet hatte. Zunächst mal möchte ich mich bei den Menschen bedanken, die mir auch in der zweiten Amtszeit nahe standen, mich unterstützten und durch ihre Arbeit dazu beigetragen haben, dass ich überhaupt arbeitsfähig war. Das ist vor allem meiner Düsseldorfer Gang zu verdanken. Die wundervolle Vako. Applaus, bitte. Der wundervolle Time-Kodex. Jürgen, meine linke rechte Hand, der ist überall. Ich weiß nicht, was ich ohne ihn machen würde. Danke. Und zu guter Letzt, ist in letzter Zeit öffentlich nicht mehr so häufig in Erscheinung getreten, aber er hilft mir, wo er kann. Das ist der gute Uwe Stein, der Mitkrieger, der tut ganz großartige Dinge für diesen Landesverband, indem er mich einfach als Sparing-Partner beiseite steht oder mich mit Ideen füttert. Danke. Und auch bei der Fraktion möchte ich mich bedanken. Gerade in den letzten Wochen hat mir Michelle sehr geholfen, die Vernetzung zu verbessern und auch ein großer Dank an Grumpy, der immer ein Ohr für mich hat und auch sehr oft direkt ans Telefon geht, wenn ich ihn anrufe. Danke. Ihr wart immer für mich da, ihr hört mir zu. Bitte? Ja, vielleicht habe ich einfach Glück. Ihr wart immer für mich da, hört mir zu, nehmt mir die Arbeit ab, wenn mir alles über den Kopf wächst und seid einfach das beste Team der Welt, mit dem ich je zusammenarbeiten durfte. Dafür danke ich euch von ganzem Herzen. Der nächste Dank geht an die vielen Helfer im Hintergrund. Martin, unseren fleißigen Mitarbeiter in der LGS, die Menschen in der AG ÖA im Presseteam, die AG Technik, die Leute in der Verwaltung, die AG Events, die LPT-Orga, die Mediatoren, die Mumble-Moderatoren, Hans-Emmanuel Herbers als Koordinator für Kommunales und vielen, vielen anderen, die ich jetzt nicht aufzählen kann. Und zu guter Letzt danke ich natürlich auch ganz herzlich meinen Kollegen im Landesvorstand, der unglaublich vertrauensvoll, konstruktiv und immer kritisch war. Ich wurde auch sehr stark kritisiert und dafür danke ich euch, dass ihr mir immer auch einen Spiegel vorgehalten habt. Das brauche ich manchmal. Ja, mittlerweile kennen wir uns ja schon ganz gut, da ich den Job hier seit dem 27. April 2013 mache und ich habe, glaube ich, in dieser Zeit bisher nichts kaputt gemacht. Ich habe kein Geld produziert und habe einige Gates ein wenig positiv begleitet. Die Zeit im LAFO von August 2014 bis heute habe ich ja eben schon skizziert, nachdem die ersten anfänglichen Unstimmigkeiten dann beseitigt waren und wir mit dem neuen Mitarbeiter nach vorne kommen konnten, konnte ich mich wieder intensiver auf die Pressearbeit konzentrieren und die Vernetzung mit den NGOs. Was ich mir vorgenommen habe, aber nicht erreicht habe bisher, möchte ich kurz skizzieren und dann dazu übergehen, euch zu sagen, was ich gerne umsetzen würde und was ich von den Sachen auch gerne weitermachen würde. Liquid Feedback und BO für den Landesverband NRW sind leider noch nicht am Start. Das hat mannigfaltige Gründe, die im technischen und auch im juristischen Bereich liegen und die auch mit der Situation im Bund zu tun haben. Aber ich bin dran und ich bin zuversichtlich, dass noch in diesem Jahr Bewegung in die Sache kommt, vor allem in Sachen SMV. Der von mir gewünschte Relaunch unserer Webseite ist ins Stocken geraten und hat sich ebenfalls verzögert. Auch hier bin ich mir sicher, dass noch dieses Jahr Bewegung in die Sache kommt. Und immerhin haben wir seit vorgestern dank Thomas Weinbrenner eine Übersichtsseite im Wiki für unseren Landesverband, was mir auch sehr wichtig war. Dafür vielen Dank. Sichtbarkeit. Sichtbarkeit heißt auch, dass unser Landesverband an den Infoständen und den Stammtischen mit einem Flyer präsentiert wird. Ich würde mich dafür einsetzen, dass dieser Flyer alles beinhaltet, was uns ausmacht. Unsere Stärken, unsere positiven, erreichten Dinge. Das alles müsste in den nächsten Monat entwickelt werden und noch vor dem nächsten Landesparteitag veröffentlicht werden, sodass wir dann in den Wahlkampf starten können. Dafür habe ich es wenigstens geschafft, auf Bundesebene den Flyer für Open Antrag zu gestalten. Der ist fertig, der liegt vorne an der Akkreditierung. Könnt ihr euch mitnehmen. Es wird nächste Woche die Themenwoche Open Antrag gehen, die ihr alle unterstützen müsst. Open Antrag ist eines der wichtigsten Alleinstellungsmerkmale dieser Partei. Geht damit nach draußen, erklärt den Leuten, was das ist. Die sitzen dann da und überlegen sich, was wollen wir eigentlich in unserer Stadt oder in unserem Land ändern und bringen das bei uns ein. Das ist ein Riesenvorteil für uns. Was habe ich noch gemacht? Diese kleinen Profilbildchen bei der Vorratsdatenspeicherung, Kampagne, die rauskam, mit den lustigen Sprüchen drüber, habe ich auch noch gemacht. Was möchte ich ändern oder bewegen? Ich habe mir das Thema Online-Beteiligung immer auf die Fahne geschrieben. Das möchte ich auch gerne so beibehalten. Ich habe in der letzten Sitzung, auch wenn ich nicht anwesend sein konnte, weil ich einen wichtigen Termin in der jüdischen Gemeinde Düsseldorf hatte, eine Minute, den Antrag zu Democracy OS eingereicht. Das möchte ich gerne weiter vorantreiben. Ich denke, dass wir mit diesem Tool auch noch mal Akzente zeigen können, dass wir mit Online-Beteiligung gut umgehen können. Die proaktive Pressearbeit, die ich in den letzten Monaten zunehmend mit Erfolg gemacht habe, möchte ich gerne weitermachen. Ich möchte gerne noch mehr Journalisten und NGOs kennenlernen und unsere Ideen nach vorne bringen und da auch mal in die Bresche springen und auch mal krasse Forderungen und frechere Forderungen stellen. Ich würde gerne die Fraktion noch mehr unterstützen. Michelle und ich sind uns, glaube ich, in der politischen Weise, was wir nach vorne treiben wollen, ziemlich einig. Ich glaube nicht, dass wir da größere Schwierigkeiten bekommen. Es geht jetzt auf die Landtagswahl zu und wir müssen das Wahlprogramm erarbeiten. Insofern würde ich mich um eine Ausschreibung der Wahlprogrammskoordination und eine Antragskommission kümmern und die vier Themensprecher ausschreiben zu den Themen, die wir beschlossen haben. die Schwerpunkte für den Wahlkampf. Ich bin jetzt schon auch mit einigen Leuten im Gespräch, um die dafür zu motivieren, dann auch sich zu bewerben für diese Themenbeauftragung. Alles in allem möchte ich dem Landesverband ein frischeres, ein angriffslustigeres, ein frecheres Image verpassen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir erneut euer Vertrauen aussprecht, damit ich das alles und noch viel mehr mit euch umsetzen kann. Dankeschön. Dann ist der Maid dran, wenn er sich dann Ja, okay, natürlich. Ja, ja, natürlich. Fragen. Geht mal beide hoch. Alles gut. Die kann ich auch gerne machen. Ja, zum Bitte, Stahlrabe. Zu Michel eine Anmerkung oder zu Michels Rede eine Anmerkung und eine Frage an dich. Die Anmerkung, das war irgendwie ein bisschen missverständlich. Selbstverständlich hat jeder, der ein Amt übernimmt, Anrecht auf Erstattung seiner Auslagen jetzt schon. Das heißt, jeder, der irgendwo mit der Bahn hinfährt, kriegt die Kosten auch erstattet, so er es denn wünscht. Also wir ballern jetzt als Vorstandsmitglied, natürlich tun wir das, aber wir müssten es nicht zwingend. Die meisten Vorstandsmitglieder spenden einen Großteil ihrer Fahrtkosten sowieso immer wieder. Wir müssten es nicht tun. Also jeder, der politisch arbeiten will, kann sich das erstatten lassen. Aber die Frage an dich, und da habe ich jetzt so ein bisschen so ein Déjà-vu beim letzten Mal, habe ich dich das, glaube ich, auch gefragt. Du bist in der Fraktion, du bist jetzt Chef der Fraktion. Die Dinge, die du da gerne umsetzen würdest, was die politische Arbeit angeht, die könntest du jetzt schon umsetzen. Dafür müsstest du nicht 1V sein. Du hast jetzt schon die Wahrnehmung, die dafür nötig ist. Dass du uns nochmal erklärst, wo der Benefit da ist, und ich halte es für keine gute Idee per GO einzelnen Vorstandsmitgliedern, die Mitarbeit an politisch inhaltliche Arbeit zu verwehren. Das finde ich irgendwie komisch. Ja, aber so kam das rüber. Erklär das bitte nochmal etwas genauer. Also im letzten Jahr, hast du mir die Fragen nicht gestellt, da habe ich nicht kandidiert. Kleiner Hinweis, aber macht nichts. Ah, bei der letzten Kandidatur. Ja, okay. Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Mensch, so lange her. Ja, ich auch. Leider. Macht nichts. Also, wo liegt der Benefit, war die erste Frage. Ich glaube, der Benefit liegt vor allen Dingen darin, dass man mit einer gemeinsamen Stimme spricht und dass man nicht, dass der Informationsfluss einfach nicht verloren geht zwischen dem, was 1V ausmacht, nämlich auch eine Repräsentation nach außen. Und da sehe ich die Hauptaufgabe beim Erklären, beim Rumfahren, beim Stimmen einsammeln, beim Fragen stellen, beim Zuhören und dem, was ich erstens jetzt sowieso schon mache durch diese Stammtisch-Tour, zweitens dadurch, dass ich eben an der Presse dran bin, du hast es ja gerade gesagt, die kommen eben auch nach Düsseldorf und es ist eine gewisse Öffentlichkeit da, aber ich sehe einfach, dass man erstens diese Aufgaben nicht zweimal machen muss und zweitens, dass man da einfach die Kräfte bündeln kann und dass man einfach in Anführungszeichen mit einer Stimme sprechen kann. Ich glaube, wir sind vom Landesverband und von der Fraktion sehr selten so weit auseinander, wie es häufig scheint. Das ist der erste Punkt, erste Frage. Und die zweite Frage zu diesem politischen, also nee, dann noch das mit dem, du hast was gesagt zu den Fahrtkosten, der Vorteil von so einer Bahncard wäre, ich muss mir nicht Gedanken machen darüber, ob ich das Geld auslegen kann, weil ich muss es ja im Moment vorstrecken und genau das, wenn ich es nicht vorstrecken kann, dann kann ich keine politische Arbeit machen, das heißt, hier kann sich niemand hinstellen, der keine Kohle hat, um das Geld vorzustrecken, weil das Geld gibt es ja erst hinterher zurück. Alles, was ich möchte, ist eine Vereinfachung, das heißt, so eine Bahncard wäre einfach eine Vereinfachung. Letzter Punkt, das mit den Vorständen, nein, ich möchte niemandem politische Arbeit verwehren, es geht nur darum, dass man klar sagt, diese drei, vier, fünf Leute sind zuständig für politische Arbeit und diese drei, vier, fünf Leute sind zuständig für Verwaltung, dass so eine politische, ich nenne es mal politische Vorstandssitzung natürlich offen wäre und dass da offen politisch diskutiert werden kann, ist ja gar keine Frage und wer Verwaltung macht und möchte dann politisch bei der politischen Vorstandssitzung sozusagen mitarbeiten, ja, hey, bitte, wir sind eine politische Partei, ist doch super. Creon, bitte. Ja, danke schön, Herr Vorsitzender. Also, an Paki muss ich nicht viele Fragen stellen, ich weiß jetzt seit zwei Jahren, was er für einen Vorstandsschop macht, ich helfe ihm natürlich auch sehr gerne bei dem 500 Seiten starken Flyer, wo alles positive über uns drinsteht, aber an Michelle kommt eine Frage oder zwei Fragen, weil ich natürlich gerne die, er wollte beide politische Arbeiten, tut es auch, ich möchte natürlich gerne beide Energien nach vollen Kräften für die Partei eingesetzt wissen und jetzt hat Michelle erzählt, was er alles machen möchte und ich schicke voraus, ich sehe, okay, das kann man natürlich auch als politischer Geschäftsführer sehr gut tun, was du vorgestellt hast und ich weiß, dass du jemand bist, der sehr, sehr gut vorangehen kann, aber ein sehr gutes Team hinter sich braucht, Leute, die dich von allen Seiten unterstützen, die auch durchaus mal was Kreatives vorgeben, das kann im Landesverband vielleicht sogar ein bisschen mit der Kreativität noch ein bisschen besser funktionieren, aber du hast natürlich beim Landesverband als erster Vorsitzender dann keine festen Mitarbeiter in dem Sinne hinter dir. Im Gegenteil, ich behaupte mal, ich glaube, dass auch bei den Tätigkeitsberichten rausgehört zu haben, ich behaupte mal, als erster Vorsitzender bist du halt leider dann doch nicht derjenige, der nur die politische Arbeit machen muss, sondern muss natürlich nicht um die Tickets bearbeiten vielleicht, aber du musst eine Menge, Menge Organisationen auch für die Partei übernehmen und wenn es ist, auf Einzel zuzugehen und irgendwelche Einzelfallarbeit zu machen. Das bleibt dann an dieser Stelle nicht aus. Ist an der Stelle wichtig, insofern natürlich eine Doppelbelastung. Also, an dich, die beiden Fragen. Würdest du denn auch für den politischen Geschäftsführer kandidieren? Ich habe eben ja schon gesagt, ich fände das für alle Mandatsträger eigentlich einen passenden Job, auch um die Vernetzung herzustellen. Und wenn du jetzt beide Ämter hättest, die Frage stelle ich auch mal, wenn du jetzt beide Ämter hättest, erster Vorsitzender, Landesverband und auch noch Fraktion. Und jetzt würden wir hier beschließen, hier, das geht nicht, wir wollen Mandat und Amt trennen. Für welches würdest du dich entscheiden? Ich dachte, du stehst die Frage, ob ich dann auch noch den Bundesvorsitz mache. Vielen Dank für diese Fragen, ich beantworte zunächst ein anderer. Nein. Also, Punkt eins. Das mit dem Team. Ja, das ist so. Ich bin jemand, der auch gerne mal Ideen einfach reinschmeißt, wenn sie nicht zu seinem Geschäftsbereich gehören und dann muss da auch irgendwie was mit passieren. Du hast das mit der Verwaltung angesprochen, das will ich zuerst beantworten. Diese verwaltenden Tätigkeiten, die habe ich ja im Moment in der Fraktion auch, aber da gibt es eben ein Team, wo ich hingehen kann und kann sagen, okay, es ist was auf mich zugekommen, hier, das ist eine Verwaltungssache, ich gebe das ab und dann wird das eben irgendwie geknurzelt und dann passieren Dinge. Und ich kriege einfach nur das Ergebnis mitgeteilt. Ich behaupte jetzt mal, und das ist jetzt bitte nicht als Schleimer oder so, hier, gleich abgesteppelt werden, aber es gibt ja Teams, die sind ja da und die sind ja nicht weg, also hoffe ich zumindest, dass sie nicht alle plötzlich schreiend wegrennen, sollte ich dann Vorsitzer werden. Im Moment funktioniert die Arbeit gut und es gibt Teams, wohin man delegieren kann, ob das die Öffentlichkeitsarbeit ist, die Buchhaltung ist und, 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 das heißt, die Leute sind ja da und genau auf die gleichen Leute würde ich natürlich zurückgreifen, die jetzt schon gute Arbeit machen, die dann hoffentlich genauso gute Arbeit machen. Also das zu dem Team dahinter. Für welches würde ich mich entscheiden? Im Moment würde ich mich tatsächlich entscheiden für den Fraktionsvorsitz. dann würde ich hier nicht stehen. Also wenn diese Entscheidung vorher getroffen worden wäre, würde ich hier nicht stehen, würde ich sagen, hey gut, das ist die Entscheidung der Versammlung, der Paki macht das. So wie es jetzt im Moment ist, besteht die Möglichkeit, ich stehe hier und bewerbe mich und ich muss sagen, ja, man könnte das als Polgf machen. Meine Lösung sieht allerdings noch ein bisschen anders aus, weil ich würde, wenn der Paki dann tatsächlich es nicht werden sollte, den Paki bitten, als Polgf zu kandidieren, weil ich glaube, dass er da auch eine große Nummer wäre. Bevor wir zu dir kommen, hätte ich noch gerne ein paar Anmerkungen. Ihr müsst nicht so weit ausholen, bevor ihr eure Frage stellt. Verdammt. Es wäre sicherlich auch für die Kandidaten ganz angenehm, wenn ihr vorher genau sagt, wen von beiden oder ob ihr beide befragen wollt. Ist auch teilweise gesagt worden, ich sage es einfach noch mal. Und ich fände es auch gut, wenn ihr einfach nur eine Frage stellt und euch danach gerne wieder hinten anstellt, dann kommen wir vielleicht ein bisschen zügiger durch. Danke. Okay, erstmal vielen Dank, dass ihr beide euch das antun wollt. Ihr hattet in euren Kandidatenreden viel davon gesprochen, wie ihr innerparteilich Dinge organisieren wollt. Jetzt steht der Landesverband NRW finanziell sehr gut da. Das heißt, das Thema Geld ist vielleicht nicht ganz so drängend, aber es ist grundsätzlich ein Problem, das wir als Partei noch nicht gelöst haben, das Thema Fundraising. Die politischen Vorstände in Anführungszeichen schieben es dann auf die Verwalter beziehungsweise auf die Schatzmeister, die Schatzmeister schieben es wieder zurück auf die politischen Vorstände, da beißt sich die Katze ja so ein bisschen in den Schwanz. Also meine Frage an euch, wie wollt ihr als 1V tatsächlich die Partei nach außen repräsentieren, wenn man jetzt mal von diesen ganzen Stammtischbesuchen absieht, die ja auch innerparteilich in irgendeiner Form sind, wie plant ihr diese Vernetzung, die wir brauchen voranzutreiben mit NGOs, mit Wählergruppen, mit Unternehmen, dass da vielleicht mehr Interesse und auch ein bisschen mehr Geld in die Partei hineinfließt. Gut, mache ich als Erster. Also Punkt 1 ist, ich kenne das ja, diese Treffen mit den NGOs, Unternehmen, sonst irgendwas. Das große Problem im Moment da ist das, was ich auch vorhin beschrieben habe, mit diesem man nimmt sich ein Brezel und Bier und geht nach Hause, weil man keinen kennt. Und mir persönlich würde schon helfen, ich, ja, bisschen blöd, jetzt muss ich ausholen, das ist doof, aber ich habe jetzt in der Fraktion diesen Freitag und ich habe es, wir haben es auch an die öffentliche Liste geschickt, einfach mal geschickt, wo ich hinfahre, damit eventuell jemand sagen kann, egal, das ist ein öffentlicher Termin, komme ich auch hin. Wenn man schon mal so eine kleine Gruppe hat, dann kann man von da aus sich auch an Tische stellen und mitreden und so. Mir persönlich fällt das noch schwer, vor allen Dingen, wenn es in so geschlossenen Kreisen ist. Aber bei Unternehmen funktioniert das relativ gut. Also wenn man wirklich Unternehmensbesuche macht, die wollen ja auch was von einem hören und mit denen kann man auch reden. Das Thema Fundraising ist dabei ein großes Problem, weil in der Partei, in der Gesamtpartei, Bundespartei, dafür einfach gar kein vernünftiges Konzept irgendwie besteht. Das heißt, ich kann auch auf niemanden verweisen, selbst wenn jetzt jemand käme und würde sagen, hey, pass auf, hey, folge guten Ideen, ich will dir jetzt helfen, ja, an wen soll ich den denn vermitteln? Also das ist halt wirklich ein großes Problem. Ich glaube, da muss sich der Landesverband nochmal, tatsächlich würde ich auch als politische Aufgabe sehen, weil es hat was mit Politik zum Bund zu tun, nochmal dafür stark machen, dass auf Bundesebene es tatsächlich zu einer Lösung kommt. Es gab schon häufig, ich glaube, wir haben vor drei Jahren schon, als ich das letzte Mal vorstand, war 2012, haben wir schon über Fundraising geredet. Da kamen nämlich die ersten Firmenspenden und wie soll man die überhaupt verbuchen? Ja, und dann hieß es, hey, wir machen das, wir machen das und dann ist aber nie so wirklich was passiert. Und ich würde mich tatsächlich dafür stark machen, dass die Landesverbände gemeinsam mit dem Bund nochmal da irgendwo eine Lösung finden, dass man jemanden hat, auf den man verweisen kann. Also, ich mache das bereits, ich bin in Kontakt mit mehreren Unternehmen. Ich möchte nur mal ein Beispiel nennen. Es gab vor einer Woche ungefähr ein Interview mit dem Vorstandsvorsitzenden der Klöckner GmbH, das ist metallverarbeitendes, oder metallhandel, metallverarbeitender Handel, da habe ich mit dem Firmensprecher telefoniert und habe gefragt, ob ich den Chef mal treffen könnte. Ich bin im Gespräch mit mehreren IT-Unternehmen, die uns Spenden zugesagt haben für Veranstaltungen. Ich würde gerne nächstes Jahr drei große Mittelstandsoffensiven angehen, und zwar in drei großen Veranstaltungen. Dafür habe ich auch schon Geld akquiriert, das sind ungefähr 10.000 Euro. Das kostet natürlich alles sehr viel Zeit, weil das sind sehr viele persönliche Kontakte. Man muss sich sehr genau angucken, mit welchen Unternehmen man spricht. Wir waren bei der Kontoeröffnung bei der Sparkasse Düsseldorf zum Beispiel auch mit dem Kundenberater im Gespräch über Sponsoring. Wir haben hier auf dem Parteitag das erste Mal Sponsoring in Form der Internetmöglichkeit. Das sind überall so kleine Punkte, die sich zu einem Gesamtpuzzle ergeben und ich gebe das dann meistens an den Bernd weiter. Also ich will natürlich den Bernd damit einbeziehen, weil er soll sich dann auch mit den Leuten unterhalten, wenn es um Geld geht. Das ist nicht mein Geschäftsbereich, da halte ich mich komplett raus. Mir geht es darum, dass ich die Kontakte herstelle und das mache ich schon. Das mache ich aktiv und ich habe mittlerweile 10.000 Euro akquiriert. Das sind feste Zusagen, die kommen nächstes Jahr. Ich bin gerade im Gespräch mit Dietmar Schulz, um eine Auswahl zu treffen, der Vortragenden, eine Podiumsdiskussion. Ich habe mit der Zelle Zeche Zollverein telefoniert, dass sie uns einen Termin vorschlägt für diese Veranstaltung, so richtig schicke Location, wo wir IT-Unternehmer, Freiberufler, Verband freier Berufe und solche Gesellschaften halt einfach einladen und mit denen einen Dialog starten, dass wir sagen, hey, wir haben für NRW geile Ideen, wie man die Wirtschaft nach vorne bringt, weil hier ist ein Riesenpotenzial, was im Moment nicht abgerufen wird. Reicht dir das an Antwort? Okay. Ja, ich möchte an dem Michelle eine Frage stellen, die kommt von Twitter. Ich bin da als Proxy. Ich habe sie auf dem Handy. Du hast gerade in der Fraktion den Vorsitzenden übernommen. Meinst du nicht, dass du dich erst mal darauf konzentrieren sollst, bevor du noch eine zweite Instanz motivieren und nach vorne bringen willst? Völlig überraschende Frage. Ich glaube einfach, dass es eine so große Überschneidung gibt, in dem, was ich mir vorstelle, was ich als Landesvorsitzender tun würde und was ich als Fraktionsvorsitzender tue, dass es so viel Energie auch im Moment gibt, so viel Umbruch und Aufbruchstimmung. Wenn ich mir die Stammtische angucke, dass man das eher bündeln sollte, als dass man sagt, naja, wir machen jetzt erst mal den einen Patienten operieren und dann gucken wir mal hinterher, ob man den anderen Patienten auch noch irgendwie. Ich glaube, dass das zusammen gehört. Das kann man machen, indem man beide nebeneinander auf den Tisch legt und die Ärzte reden miteinander und versuchen irgendwie, das gemeinsam hinzukriegen oder man sagt, man macht das einfach gemeinsam, es macht eine Person. Also die Wahl überlasse ich halt einfach euch. Meiner Meinung nach ist das eine Möglichkeit, die Kräfte zu bündeln. Frage an Michel. Du bist gestartet mit dem Satz, du möchtest gerne die Vernetzung zwischen Fraktionen und Landesvorstand verbessern. Danach kam dann eine lange Liste gestalterischer Vorschläge, was du als Landesvorsitzender alles anders machen möchtest. Für mich ist das ein Widerspruch, weil was willst du denn jetzt machen? Vernetzung oder Landesverband neu gestalten? Für mich ist Vernetzung, insbesondere wenn man schon zwei bestehende Gremien hat, wie die Fraktion und den Landesvorstand, ist Vernetzung eine dienende Funktion. eine dienende Funktion, die eben die Themen und die Diskussionsentwicklung von der einen Seite in die andere Seite rückspiegelt und wieder zurück. Das ist die Aufgabe. Kannst du dir das vorstellen? Und zweite Frage in dem Zusammenhang. Wieso willst du das ausgerechnet als erster Vorsitzender machen? Wenn ich Vernetzung machen wollte zwischen zwei Gremien, dann hätte ich mich beworben als Beisitzer. Also das mit der Beisitzer-Kandidatur kann ich dir ganz einfach beantworten. Wir hätten ein Aufmerksamkeitsproblem, ist der eine Punkt, weil einfach tatsächlich, das habe ich vor zwei Jahren schon gesagt, also die Argumente kann ich da tatsächlich nur wiederholen. Die Medien kommen in den Landtag, das heißt, der Paki hat jetzt schon das Problem, dass er zu ganz dringenden aktuellen Fragen, ich sage mal, nicht als allererster gefragt wird. Er wird auch gefragt, klar, und im Moment funktioniert das ja auch gut, aber die Wege sind halt kürzer, für viele einfach in den Landtag zu kommen. Die Vernetzung ist nicht Aufgabe einer Person. Ich glaube, dass, wenn ich das gerade so dargestellt habe, mea culpa, das funktioniert auch gar nicht, dass ein Einzelner vernetzt. Nur ist natürlich ein erster Schritt bei der Vernetzung dann getan, wenn, und da geht es nicht um eine Person, aber wenn MdL aus dem Landtag tatsächlich im Landesvorstand sind und wenn dieser Informationsweg einfach nicht mehr gemacht werden muss. Da geht es nicht um mich als einzelne Person oder diesen einen Posten, sondern es geht grundsätzlich um MdL. Wir haben noch so ein paar Kandidaturen offen, also da dürfen sich durchaus nachher noch Leute melden, auch von den MdL. Das wäre, also ich würde das gut finden. Und ein letztes, ich habe gerade viel vorgestellt, ja, aber das sind nicht alles Dinge, die ich als Vorsitzender machen will, sondern die ich sehe, dass der Vorstand sie machen muss im nächsten Jahr. So eine Aufgabe, den TDPR zu organisieren, ist nicht Aufgabe des ersten Vorsitzenden, sondern das macht der politische Geschäftsführer, wurde ja auch gerade schon gesagt. Ich glaube, dass es in diesem, ich nenne ihn mal politischen Vorstand, eine gewisse Zusammenarbeit geben kann und dass ich auch als Vorsitzender, und dafür waren meine Beispiele nicht alle, aber die gedacht, die jetzt für ein PGF, also für ein PolGF waren, dass man das gemeinsam macht, dass man gemeinsam Sachen anstößt. Das ist nicht die Aufgabe oder nicht das, was ich machen will alleine, sondern was dieser politische Vorstand meiner Meinung nach tun sollte. Hallo. Wir haben mit frischen Ideen die Politik ein bisschen aufgewirbelt. Wir sind in die Parlamente gegangen und dort angekommen. Wir sind auch mitten in der Gesellschaft angekommen. Frage an euch beide, weil ich das Gefühl habe, man müsste das nochmal konkretisieren, und zwar ist es halt auch eine Frage, die mit den Finanzen zu tun hat. Wir haben jetzt angekommen in den Parlamenten, in der Politik festgestellt, dass Politik machen Geld kostet. Gute Politik machen kostet viel Geld und sehr gute Politik machen kostet Unmengen Geld. Wir Piraten haben ein Einnahmeproblem und das ist, das macht sich deutlich, indem halt das Ehrenamt Menschen verbrennt und ich bin der festen Überzeugung, dass wir uns mit Geld Freiräume erkaufen können. Freiräume, die es zulassen, kreativ zu sein und wieder Spaß zu haben. Mich würde daher interessieren, inwieweit ihr auf eurer Prioritätenliste die Einnahmesituation oder die Verbesserung der Einnahmesituation der Partei habt, vielleicht auf einer Skala von Prio ganz hoch, ermitteln oder mal schauen. Vielen Dank. Also ich habe ja eben schon gesagt, was ich mache, diese Vernetzung mit Unternehmen und auch das Werben um Unternehmensspenden. Insofern hat das für mich ungefähr die gleiche Priorität wie die Mitgliederwerbung, die Werbung um NGOs, kommt bessere Kontakte und auch die Kontakte zu den Journalisten. Der Zeitaufwand in meiner bisherigen Arbeit ist ungefähr der gleiche. Ich würde es einschätzen zwischen eins und drei bis vier. Also kommt immer darauf an, mit wem du es zu tun hast, weil Mitglieder sind auch wichtig. Die kommen in die Partei, die aktivieren Dinge, die haben Ideen. Das kann man nicht in monetären Aspekten messen. Das ist alles wichtig. Also ich glaube nach wie vor, dass Mitglieder wichtiger sind als Fundraising. Fundraising ist ein vernachlässigter Punkt bei uns. Das sollten wir auch tun. Aber ich persönlich glaube, dass Mitglieder wieder zurückholen wichtig ist. Wir haben viel Fachkompetenz verloren. Es ist wichtig, auch zu Mitgliedern hinzugehen, sie zu fragen, was wollt ihr eigentlich? Auch mal einfach zuhören. Viele fühlen sich alleine gelassen, gerade wenn es in die Außenbereiche, in die ländlichen Bereiche geht. Wenn wir die Mitglieder wieder aktivieren, wenn wir den Spaß wieder bringen, wenn die wieder merken, das bringt auch was, dass man zum Beispiel zu einem Parteitag kommt und wir nicht mit 100 Leuten, sondern wieder mit 300 da sitzen, dann wird das der viel, viel größere Erfolg als dieses Fundraising. Und mit den Mitgliedern kommen Beiträge, kommen Spenden und so weiter. Hilft dir das? Ja, also der Packer hat eben gesagt, er würde gerne frecher werden im Sinne der Außendarstellung und auch der Forderungen, die wir aufstellen. Jetzt bist du schon seit zwei Jahren Vorsitzender. Was war bisher sozusagen das Frechste, was du gemacht hast? Und kannst du irgendwie zum Beispiel nennen, auch wenn das nachher vielleicht etwas ganz anderes wird, was du dir unter frech vorstellst? Und die Frage auch an den Michel, was stellt sich der Michel unter frech vor, außer den Deal mit den Refugee-Welcome-T-Shirts im Landtag? Also frech in dem Sinne, dass ich es direkt beeinflussen kann, sind Sachen, die ich jetzt mal als Beispiel nenne. Das war zum Beispiel einmal die Forderung nach der Beschlagnahmung von leerstehendem Wohnraum, der insofern frech war, weil er auch ein bisschen aus der Reihe geht und die Leute aufrüttelt, weil sie darüber nachdenken, was passiert da eigentlich. Der war aufrüttelnd. Frech ist auch, dass ich mit Leuten wie dem Nixus zum Beispiel in der Pressearbeit arbeite, die einfach mal eine Pressemitteilung schreiben, wo Begriffe genannt werden wie Kraft-Kohle-Koalition, die einfach ja auch einen gewissen Witz haben, ein Gespür dafür haben, dass man mit so kleinen Wortspielen die Leute zum Nachdenken bringt. Das ist Sprache. Wir haben oft das Problem, dass wir in unserer Sprache sehr verklausulierte Texte schreiben. Das fällt mir auch in den eigenen Pressemitteilungen immer wieder auf und ich versuche mich dann zu bessern und das nochmal umzuschreiben und ich feile wirklich an der Sprache, damit die Leute aufhorchen und sagen, ey wow, was sagt der denn da jetzt gerade? Und das gebe ich auch so in die Kommunen. Also wenn ich mich mit kommunalen Leuten unterhalte, dann bitte ich die darum, dass sie was Eigenes produzieren in ihrer Pressemitteilung. Nicht so sehr auf die Schreibstile der anderen Parteien gucken, weil das ist was, wovon wir uns abheben können und wo wir auch mit unseren Ideen ein Stückchen weitergehen können als das, was eigentlich umsetzbar ist. Wir müssen nicht unbedingt vorschlagen, dass wir schon irgendwas haben, was sowieso schon Konsens ist, sondern wir müssen eine Stufe weitergehen. Wir müssen ein bisschen krasser sein in unseren Forderungen. Das gilt für die digitalen Themen, das gilt aber auch für die ganz üblichen Standardprogramme wie Soziales, Arbeit oder sonst irgendwas. Da müssen wir einfach frecher werden. Das ist es. Jetzt bin ich ja schon fast glücklich. So, bitteschön. Jetzt bin ich fast glücklich, ich kann den Paki mal wieder sprechen. Ja, Sprache ist wichtig, aber ich finde frech ist das, klingt jetzt blöd, weil ich es schon häufig gesagt habe, frech ist das, was Spaß macht. Frech sind so Dinge wie die Flashmobs, die wir damals gemacht haben gegen die Nacktscanner, einfach mal so halbnackt durch den Düsseldorfer Flughafen rennen. Frech wäre, wenn man ein bisschen die Bedenken fallen lässt, zum Beispiel mal zu so einem Flüchtlingscamp da hinzugehen und sich hinzustellen und zu sagen, so, wir wollen jetzt hier mal gucken, wie es hier aussieht, auch wenn wir keine Abgeordneten sind. Dann bin ich natürlich ein bisschen raus, aber ihr wisst, was ich meine. So Aktionen, wo man Mitglieder mitnimmt, wo man auf die Straße geht. Wir haben damals diese Killerschach-Nummern gehabt, also diese ganzen, wo einer sagt, ey, ich habe eine Idee und dann kommen 5, 6, 7, 10 Leute und sagen, ey, dann mache ich mit und dann trifft man sich, macht irgendwas. Das halt, das, das finde ich frech, weil uns das direkt zu den Menschen hinträgt. Sprache ist nett, aber, das klingt jetzt blöd, aber wir sind schon sehr stark im Bereich Bildung unterwegs. Ich behaupte, die Bildung bei vielen ist nicht so, dass sie den Wortwitz in all dem, was wir so rausbringen, verstehen. Und deswegen ist mir Sprache einfach nicht frech genug. Ja, also erstmal vielen Dank euch beiden für die Kandidatur. Gratulation an zwei wirklich gute Kandidatenreden. Man kann viel fordern, aber am Ende an den Taten sollte er sie erkennen. Frage an den Michel. Die Frage nach der Vernetzung zwischen Landesvorstand und Fraktion. Wir haben, ich weiß gar nicht wie lange, mittlerweile als festen Punkt in der Landesvorstandssitzung den Bericht aus der Fraktion. Der ist auf erstaunliche Weise immer mal wieder verwaist. Also es gibt ein, zwei MDLs, die diese Gelegenheit nutzen, dort auch berichten, die dort auch, sagen wir mal, du siehst, in welche Richtung diese Frage geht. Ich stelle sie direkt. Wie oft warst du dort? Und hast berichtet? Berichtet? Ich tatsächlich nie. Also klar, von meiner Arbeit mal. Ich würde sagen, dreimal. Ich kann es nicht genau sagen, weiß ich nicht. Ich bin tatsächlich nicht da gewesen seit der Wahl jetzt in den Fraktionsvorsitz. Mir wird zumindest zugetragen, dass es da immer jemanden gab. Wenn das nicht so ist, dann mag man mir das bitte auch zutragen. Dann muss ich mich darum kümmern. Das Problem ist die Terminlage an diesen Abendterminen. Die war schlecht. Die war schon schlecht aus der Zeit, als ich nicht Vorsitzender war. Dann sind Dinge dazugekommen. Es steht auf der Agenda, das zu machen. Es steht auf der Agenda, das auch regelmäßiger so zu machen, so wie ich gestern zum Beispiel diese Mail rumgeschickt habe, dass man einfach auch mal in den Landesverband rausschickt, was passiert überhaupt. Dann braucht man vielleicht diesen Slot gar nicht mehr in der Vorstandssitzung, sondern dann macht man das einfach regelmäßig jede Woche und dann kann man sich diesen tatsächlichen mündlichen Bericht einfach sparen. Und das geht nicht nur für den Vorsitzenden, das sollten eigentlich alle machen. Regelmäßig berichten in ihrem Bereich, was sie tun. So, Gero. Der Babak hatte beide Hände gehoben. Ich nehme den mal vor. Ganz kurz, Antrag auf Schließung der Rednerliste. Das Essen riecht bereits. Ja, das stimmt, aber nach 13 Uhr ist das Essen warm. Wir würden aber gerne diesen Wahlgang und das Grillen noch durchziehen. Nichtsdestotrotz, wer hinterher seine Stimme abgegeben hat, kann natürlich Essen gehen. So, aber GO-Antrag auf Schließung der Gegnerliste. Gibt es da Formale oder Gegenrede formal? Okay. Begründet. Wir haben die Zeit. Gut. Dann müssen wir darüber abstimmen. Wer ist dafür, die Rednerliste zu schließen? Hebt bitte die Karte. Wer ist dagegen? Das ist die Mehrheit. Okay, dann machen wir. Wir hätten sowieso nochmal weitergemacht. Noch ein GO-Antrag vom Harald. Ich stelle den GO-Antrag, die Befragung zu unterbrechen, weil wir sind hier überwiegend Leute, die schon lange im Landesverband sind, die auch alle nicht doof sind, die können sich das merken, was die beiden Kandidaten gesagt haben. Und wir können das gleich fortsetzen, den Wahlgang dann halt eine halbe Stunde später machen und jetzt eine halbe Stunde eine Erstenspause. Gut. Haben wir da Gegenrede gegen diesen GO-Antrag? Habe ich gesehen, formell. Dann stimmen wir bitte darüber ab. Das war ein Antrag auf Unterbrechung für 30 Minuten. Genau. Achso, wer ist dafür? Gut. Wer ist dagegen? Ja, das ist auch wieder eine Mehrheit. Oder? Hast du das gesehen? Ja, haben wir auch so gesehen. Dann machen wir weiter. Keine Unterbrechung. Bitte. Ja, ich habe eine Frage an Paki. Die Frage trifft dich als Kopf des Vorstandes, stellvertretend für einen Teil des Vorstandes. Vorab, ich möchte mich bei euch bedanken, damit ich nicht immer nur negative Dinge sage, dafür, dass ihr eine weitestgehend geldfreie Amtszeit hinter euch gebracht habt, ohne dass wir mit Unsäglichkeiten in der Presse landen. Ich vermisse aber an ein paar Stellen tatsächlich Respekt und Ernsthaftigkeit bei euch. Da möchte ich auch zwei Beispiele vernennen, wo Michelle einen Vorschlag gebracht hat mit der Umstrukturierung, der unter Umständen ein paar Dinge davon behebt. Die zwei Beispiele sind das eine, die Vorstandssitzungen und Sprechstunden fangen penetrant mit teilweise deutlich mehr als der akademischen Viertelstunde Verspätung an. Das finde ich gegenüber den Anwesenden ziemliche Respektlosigkeit. Was ich aber noch viel schlimmer finde, ist, dass offenkundig mehrere Vorstandsmitglieder, auch nicht alle, möchte ich dazu auch betonen, völlig unvorbereitet in die Sitzungen kommen. Ein Paradebeispiel dafür, und damit bin ich dann auch bei der eigentlichen Frage, ist die Tagesordnung zum Tag der politischen Arbeit, der von euch als, das ist die Beschlussfassung, verkündet wurde, offenkundig, ohne dass ihr das als Vorstand gelesen hättet, weil dann wäre aufgefallen, dass ihr da getrollt worden seid. Wie möchtest du dafür sorgen, oder möchtest du dafür sorgen, dass sich an diesen beiden Dingen etwas ändert? Ich wünsche mir da mehr Respekt und Ernsthaftigkeit. Ich beantworte die zweite Frage mal zuerst. Die Tagesordnung vom Tag der politischen Arbeit wurde nicht getrollt, sondern da wurde im Wiki eine lustige Idee, irgendwie ein lustiger Vorschlag eingebracht. Im Wiki kann jeder schreiben, es war jetzt jemand, der sein Profil danach direkt wieder gelöscht war. Das heißt, es wurde nicht feststellbar, wer das war. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das müssen wir aushalten. Also das war jetzt kein hetzerischer Hasskommentar oder irgendwas, wo man hätte das entfernen müssen. Deswegen haben wir es einfach stehen gelassen. Natürlich sind wir ernsthaft in unserer Arbeit und natürlich sind wir auch bemüht, den nötigen Respekt für die Leute, die in die Vorstandssitzung zu kommen, aufzubringen. Aber wenn du dir die Situation oder auch die Belastung der Leute, die bereits im Vorstand sind oder die jetzt im Vorstand waren, anguckst, einen mag jetzt mittlerweile Becker, der in einer Fraktion auf kommunaler Ebene arbeitet, ich als sachkundiger Bürger im Düsseldorfer Schulausschuss, Bernd Janotter in der Fraktion in Kerpen, um nur einige zu nennen. Da kommt es vor, dass man aus einer Ausschusssitzung nicht rechtzeitig zurückkommt. Und das haben wir in der Regel auch versucht zu entschuldigen. Das ist nicht immer gelungen, gerade im Fall von Thomas, der sich dafür öffentlich entschuldigt hat, den ich auch darum gebeten habe. Da können wir mahnen und bitten darum, dass das in Zukunft besser läuft. Aber ich muss sagen, ich fordere da auch ein bisschen Verständnis von den Leuten. Wenn du im Mumble sitzt, dann kannst du parallel auch noch andere Dinge machen. Du guckst im Netz, du sitzt an deinem Rechner, du schreibst irgendwie nebenher, du surfst rum, du liest, du bist auf Social Media. Das ist jetzt keine Situation, wo man wie hier in einem Raum sitzt und sich die Füße plattsteht oder irgendwie eine wichtige Verabredung verpasst. Insofern mit diesem Thema Online-Kommunikation wird teilweise von vielen Seiten etwas respektlos umgegangen. Insofern nehme ich das auch an. Ich sehe das auch. Aber ich glaube nicht, dass es eine Respektlosigkeit ist oder dass die Leute das absichtlich machen, sondern es ist eher eine Stresssituation für alle im Vorstand. Reicht dir das als Begründung oder möchtest du noch eine Gegenfrage stellen, weil du siehst so zweifelnd aus gerade? Also gegen Gegenfragen haben wir eigentlich was während dieser Sache, weil jeder möchte mal rankommen. Die Redner lässt es lang. Du kannst dich gerne hinten nochmal anstellen. Da wirst du auch nichts dagegen haben, Paci. Und du wirst auch nichts dagegen haben. Dankeschön. Gut. Eine Frage an der Michelle. Michelle, ich fand deine Bewerbungsregel vorhin sehr gut. Danke erstmal dafür. Aber ich habe mal eine Frage, wie du dir das konkret mit den künftigen Landesparteitagen vorstellst. Der Kassenverstand ist tatsächlich sehr prall gefüllt. Aber wenn wir dann die künftigen Landes- und Bundestagswahlen haben, dann müssen wir uns ja auch von den anderen Parteien durch Kreativität im Wahlkampf irgendwie hervorheben. Und Kreativität kostet Geld. Geld, was du dann aber lieber dann für die Parteitage ausgeben möchtest. Wie stellst du das da konkret vor? Darf der Paci auch was sagen, wenn er nicht gefragt wurde? Ich möchte auch was sagen. Ich hätte gerade auch was sagen wollen, das ist aber unfair dann. Nein. Punkt eins ist, die Parteitage sind inzwischen so klein, das kostet hier keine Zehntausende von Euro mehr, wie das früher mal war. Wir haben gerade gesehen, wir haben ein sattes Plus dieses Jahr. Während wir mit Zustimmung 200.000 Euro habe ich richtig mitbekommen. So ungefähr sind im Moment da. Ja, plus, minus. Okay, 200.000 oder so was. Ich habe mir 200.000 notiert. Wenn wir, also meine Überzeugung, und das ist auch die Kritik an dieser Partei an sich und auch an mir, also wenn ich die Partei kritisiere, kritisere ich mich immer mit, wir machen zu wenig politischen Transfer von der Arbeit, die im Landtag passiert und auch dem, was in der Kommune passiert, ins Land rein und wir kommen nicht dazu, diese Anträge zu machen. Wenn wir jetzt hier, wir haben gerade gehört, wir haben die Zeit, wir machen jetzt hier, guck mal, er sagt ja, wir haben die Zeit übrigens, weil er am Essen ist, wenn ich das kurz sagen darf. Er hat das Essen einfach hingeholt. Ich möchte das nur kurz gesagt haben. Also, wenn wir hier zusammenkommen und wir wählen jetzt mal einen neuen Vorstand, dann ist der Parteitag vorbei, haben wir wieder keine Politik transferiert. Was mir einfach fehlt ist, entweder am Tag der politischen Arbeit, also von mir aus können wir es auch so machen. Nächster Vorschlag, wir machen gerne sechs Tage der politischen Arbeit, alle zwei Monate und irgendwo dazwischen machen wir einen Landesparteitag und da gibt es nur noch Beschlussvorlagen, da wird einfach nicht mehr diskutiert. Da wird gesagt, okay, das haben wir vorher bei TDPR, ist alles durchdiskutiert. Hier ist die Beschlussvorlage ABCDE und da wird das einfach abgestimmt. Das können wir auch machen. Aber mir fehlt einfach der Transfer und wir müssen entweder den einen oder den anderen Weg gehen und dazu sind Parteitage meiner Meinung nach inzwischen in der Priorität nach oben gestiegen und zwar extrem, weil sonst machen wir keine politische Arbeit mehr in dieser Transfergeschichte. Ich würde dazu nur gerne ergänzen, wir haben, weil Michelle das jetzt eben gerade zugeschrieben wurde, wir haben bereits beschlossen, dass wir nächstes Jahr vier Parteitage machen, nämlich zwei Programmparteitage in den ersten beiden Quartalen, dann eine Aufstellungsversammlung im dritten Quartal und dann noch eine Vorstandswahl im vierten Quartal. Ich werde hier kein Plädoyer für oder gegen Trennungamt und Mandat von mir geben, weil ich bin eh dafür, auch Mandat und Amt zusammenzutragen, auch aus ähnlichen Erwägungen, die Michelle genannt hat, die ich auch schon mal auf einem Bundesparteitag selber ins Mikrofon gesprochen habe. Ihr beide seid Kandidaten, die hier sich zur Wahl stellen und betonen, politische Vorstände sein zu wollen. Paki, von dir habe ich einiges gehört, was deine Agenda auch im Doing ist, auch was thematische, inhaltliche Umsetzung angeht, nur das jetzt mal an einzelnen Punkte herauszuheben, du hast ein paar genannt. Michelle, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, weil so sehr du sagst, du möchtest hier eigentlich nicht so diesen technischen Vorstand machen und Verwaltungsvorstand, sondern möchtest politischer Vorstand sein, habe ich sehr viel Technisches und Verwaltungsmäßiges gehört in deinen Antworten. Und ich möchte gerne von euch beiden, weil mir das ehrlich gesagt für den Rahmen etwas zu kurz gekommen ist, etwas hören zu eurer politischen Vision für den Landesverband Nordrhein-Westfalen in politischer Hinsicht. Ganz klar, weil wenn wir hier Politik nach vorne tragen müssen und da bedauere ich etwas, dass ich mich am Anfang vielleicht nicht ins Zeug geschmissen habe und gesagt habe, ich möchte von jedem eine halbstündige Rede hören und zwar zur politischen Fragestellung, zur Politik, die uns im Landesverband interessiert, zur Politik, die die Basis interessiert, die die Menschen im Land interessiert. Das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu kurz gekommen bei Kandidaten, die hier am Pult stehen und sagen, sie möchten politische Vorstände sein. Also ich möchte von euch beiden gerne, wenn es möglich ist, die Versammlung und auch die Versammlung, die ihm zustimmt, wenigstens mal vier, fünf Minuten hören, wo eure politischen Zielsetzungen für das Land Nordrhein-Westfalen sind und zwar unabhängig von einem dann gegebenenfalls programmatischen Teil am zweiten Tag oder auch an jeden anderen Landesparteitag in programmatischer Hinsicht, denn eines steht ganz klar fest, programmatische Inhalte bestimmt, der Landesverband bestimmen die Partei, Mitglieder insgesamt, aber dennoch, ihr habt eigene Visionen oder habt sie nicht. Ich habe von dir, Michelle, auch im letzten Plenum in dieser Grundsatzdebatte da einiges zu gehört, das ist sicherlich auch von vielen erarbeitet worden in der Fraktion, aber ich habe das auch selber in meiner nachfolgenden Rede als Vision bezeichnet. So und sowas möchte ich von euch hören, damit ich entscheiden kann. Diebmar, du wiederholst dich ein bisschen. Dankeschön. Diebmar, zeig mal, Daumen hoch oder runter. Warst du vor halb elf hier? Heute Morgen? Daumen runter. Weißt du nicht? Ah, Daumen runter. Okay, dann kann ich glaube ich die Frage für uns gemeinsam beantworten und diejenigen, die damals, die damals, das war vorhin, die vorhin schon da waren, ich habe jetzt meine politischen Visionen nicht wiederholt, weil ich heute Morgen schon gesagt habe, der Paki hat das auch gemacht bei seiner Eröffnungsrede. Ich glaube, die Wiederholung, wenn ihr das wollt, können wir das jetzt nochmal machen. Ich habe den Zettel gerade nochmal geholt, aber da stehen Sachen drauf, ne? MINT und 200%-Hürde, Flüchtlingsfrage und so weiter. Ich will das gar nicht alles ausführen. Also wir haben das vorhin schon gemacht, deswegen... Die Aufzeichnung ist nicht online. Vielleicht kann der Diebmar gleich im Vier-Augen-Gespräch einfach nochmal den Zettel abfragen. Meine Frage geht an euch beide. Ich beschäftige mich ja so ein bisschen mit Öffentlichkeitsarbeit und dabei fällt mir immer wieder auf, bei der Fraktion ist es so, ihr beschäftigt euch sehr viel mit Anträgen, diesen Dingen. Mir kommt da ab und zu in der Veröffentlichung die politische Vision oder die Politik dahinter ein bisschen zu kurz. Und ich persönlich denke, der neue Landesvorsitzende sollte in der Lage sein, schneller auf tagesaktuelle politische Dinge zu reagieren. Bisher ist es sehr häufig so, dass wir politische Felder haben, die die anderen Parteien dann sofort besetzen. Und wir haben dann, sei es aus programmatischen Gründen, sei es aus, da kann ich jetzt nichts zu sagen, dann eben keine Äußerungen dazu. Und ich persönlich glaube, wir haben in vielen Themenfeldern sehr viel zu sagen und würde mir vom neuen Landesvorsitzenden halt wünschen, dass der dann auch aktiv direkt in das Tagesthema reingeht und dazu die Meinung der NRW-Piraten halt kundtut. Wie würdet ihr so was angehen? Holt ihr euch dann von der Fraktion, von der Basis oder so vorher ein Go dazu zu einem Statement? Entscheidet ihr das im Vorstand? Geht ihr proaktiv selber ran? Wie würdet ihr so was machen, dass wir da schneller sind und mehr am Puls? Ja, das kann ich dir ganz einfach beantworten. Ich kriege natürlich die Infos in der Fraktion, die sind einfach da. Das ist das, was wir tagtäglich machen. Da schwirren viele Nachrichten rum, da schwirren viele Themen rum und da kann man sich Themen greifen. Ich nehme, oder ich glaube, das ist ganz klar, wir haben das ja in der öffentlichen Sitzung auch diskutiert. Wir haben das in der Fraktion gerade umstrukturiert, weil wir die planbaren Themen möglichst früh wissen wollen, auch für die Pressestelle in der Fraktion, damit wir auf tagesaktuelle Dinge besser reagieren können, weil die anderen Sachen vorbereitet sind. Was ich mir wünschen würde, wäre so eine Art, also wäre auf jeden Fall eine Verzahnung noch mehr. Also auch wenn ich jetzt nicht gewählt werde, würde ich darauf hinarbeiten, dass wir mehr die Öffentlichkeitsarbeit noch verzahnen zwischen Fraktion und Partei. Aber ich würde mir vor allen Dingen wünschen, dass die Fraktion, du hast es gerade gesagt, wir haben ganz viel mit Anträgen zu tun und so, dass wir sehr viel von diesem planbaren Zeug machen und dass die die Pressearbeit der Partei tatsächlich auf dieses tagesaktuelle hinausläuft, dass man sieht, dass man da sehr schnell auch agieren kann. Wie holt man sich da irgendwo ein Go für? Ich glaube, das geht nicht. Das geht nicht, wenn man, wie du jetzt gesagt hast, tagesaktuell reagieren will. Da muss man mit dem Ohr am Puls der Mitglieder sozusagen sein. Dann hat man gefühlte Mehrheiten. Ihr erinnert euch alle an den Wahlkampf 2012, wo ich das mit der Diätenerhöhung gesagt habe. Das war wahrscheinlich nicht Mehrheitsmeinung zu der Zeit und da habe ich einfach den Deckel gekriegt. Das ist dann mal passiert. In vielen anderen Fällen habe ich richtig gelegen. Man macht dann auch Fehler. Das muss man auch einfach dann so offen sagen. Hey, war mal ein Fehler. Aber ich glaube, wenn man wirklich tagesaktuell und zack und schnell reagieren will, dann muss man das einfach aus dem Gefühl heraus machen und oder in Absprache eben mit den Leuten, die in der Pressearbeit unterwegs sind. Varko, du und so weiter und Uwe. Und ich glaube, anders geht es gar nicht. Ja, ich will da gar nicht viel hinzufügen. Michelle hat recht. Wir können in so einem Moment, wo die Journalisten einen fragen, nicht sagen, so ich rufe in einer Stunde zurück, ich muss erst mal die Meinung der Basis einholen. Das Problem hatten wir schon vor zwei Jahren, wo die Journalisten dann Leute da stehen hatten, die gesagt haben, dazu haben wir aktuell keine Meinung. Du selbst, Jürgen, weißt, wie schnell ich bin. Wir sind meistens ziemlich synchron. Wir machen ein Pet auf, wir hauen da ein Skatement rein und schicken das dann raus. Man entscheidet dann natürlich nochmal, ob man das nur einzelnen Journalisten mit einer Sperrfrist schickt oder eben einfach quer streut oder auf den Blog haut, einen Blogpost macht. Das ist immer für das jeweilige Thema so eine ganz knifflige Entscheidung, wo man in dem Moment gucken muss. Manchmal haue ich auch einfach ein Statement auf Twitter oder auf Facebook raus und gucke, wie die Leute reagieren. Da kriegt man ja auch schon mal ein Feedback. Und dann, wenn ich sehe, okay, das bewegt die Leute, das kommt gut an, dann formuliere ich dazu noch darüber hinaus ein Statement, um das den Journalisten zu präsentieren, zu sagen, hier, nehmen Sie das bitte als in unserer Sicht der Dinge. Was ich immer machen würde, wenn ich merke, dass ein Statement ein völliges Shitstorm ausgelöst hat, dass wirklich die Leute sich darüber streiten, dass sonst was ist, das haben wir in der Vergangenheit auch gemacht. Man erinnert sich an die Aussage mit dem Sozialliberal, das ja auch eine politisch schwierige Entscheidung war. Dann hole ich mir das von der Basis ab auf dem kommenden Parteitag. Und was ich dazu ergänzen möchte, ist, diese Online-Beteiligung sehe ich immer noch als eine wichtige Möglichkeit an. Das Thema Democracy OS wäre so eine Möglichkeit. Da kann man Anträge morgens einspielen, die dann den Tag über kommentieren und am Abend hat man dann ein Stimmungsbild. Das sind so meine verschiedenen Ebenen. Ich möchte noch einen Satz ergänzen, den wollte ich sowieso bringen, weil du das gesagt hast. Wir haben keine Meinung dazu. Wir sind im Wahlkampf auch gewesen, mal ganz groß in der Zeitung mit den vier Buchstaben. Wir sind die Partei, die auch mal keine Antwort hat. Ich glaube, dass es auch zur Ehrlichkeit und vielleicht noch ein bisschen zum Spaß dazu gehört, ab und an mal zu sagen, hey, bei dem Thema, weißt du, wir haben Kernthemen. Da sind wir gut drin und wir haben gewisse Themen. Ich sage mal, New Park bei der FDP oder so kommt immer wieder. Ihr mit eurem New Park geht weg. Ja, den Klassiker schlechthin Packi. An dich die Frage, was war dein größter Erfolg in deiner Zeit als Landesvorsitzender? An mich stell die Frage, was war dein größter Erfolg als MDL? Bitte jetzt keine Aufzählung. Sucht euch euren persönlich größten Erfolg heraus, bitte. Boah, da muss ich... Auf jeden Fall können wir als allererstes mal sagen, dass es ein bisschen unruhig ist. Es wäre schön, wenn es leise bleibt. Dankeschön. Ich glaube, dass es mein größter Erfolg in diesem Landesverband ist, dass ich es immer geschafft habe, in diesem Landesvorstand, ein Team zu formen und so eine Art Teamführung hinzubekommen, dass ich mir da Respekt erarbeitet habe, dass die Leute mich angenommen haben und die Arbeit, die Zusammenarbeit im größten Teil gut funktioniert hat. Das ist, glaube ich, mein größter Erfolg. Ich glaube, als MDL gibt es nicht den einen größten Erfolg. Wir wissen, dass wir 19 Individuen sind, dass es ganz schwierig ist. Aber ich möchte trotzdem was nennen für mich. Habe ich schon wieder 19 gesagt? Ich habe gestern auf Twitter gelesen, mächtige Menschen hatten schon immer Probleme mit einem Schwert und einem Stein und dann stand da so ein Ritter, der versuchte, das Schwert aus dem Stein zu ziehen. Aber na gut. Nein, was mich am meisten befriedigt als MDL, muss ich ganz ehrlich sagen, in meiner täglichen Arbeit ist das, was ich im Petitionsausschuss mache. Diese Arbeit direkt am Bürger, wo man den Leuten wirklich helfen kann und wo die dann auch sehen, wenn ich dann mal vor Ort bin und das passiert eigentlich relativ häufig, da setzt sich jemand für mich ein. Ich glaube, dass das im Grunde genommen die Quintessenz von dem ist, was wir als Partei machen. Also direkt vor Ort sein, direkt den Leuten helfen, Lösungen finden. Davon müssen wir viel mehr haben und das befriedigt mich in meiner Arbeit als MDL am meisten. Ja, eine Frage an Michelle. Beteiligungsmöglichkeit lebt ja auch immer vom Informationsfluss. Bis gestern wusste ich noch nicht, dass du wirklich kandidierst. Das standst du nur als Vorschlag im Wiki. Warum hast du dich da zum Beispiel nicht eingetragen? Also manche denken dann ja vielleicht auch, ah, nur Faki und der Rest der Truppe. Ich muss gar nicht zur Wahl fahren. Also warum so spontan? Danke. Ich habe mich gar nicht eingetragen. Ja, weshalb? Weshalb ich mich nicht eingetragen habe. Also die Hauptgespräche dazu haben auf einer Veranstaltung stattgefunden, letztes Wochenende, wo jede Menge Piraten waren und wo ich darauf angesprochen worden bin. Ich glaube auch, dass die Nanunana, die mich dann eingetragen hat, im Wiki daher ihren Impuls hatte. I don't know. Wir haben darüber geredet und wir haben da eher so drüber gescherzt. Ich habe da auch mit Paki drüber geredet. Also können wir ja ganz offen sagen. Wir haben gesagt, Mensch, wie können wir denn und wollen wir nicht und überhaupt. Und nach ein, zwei Bierchen war das dann so eine lustige Idee. Okay, dass sich das jetzt so konkretisiert hat, ist tatsächlich in den letzten zehn, zwölf Stunden, dass ich gesagt habe, okay, ich kann es mir tatsächlich vorstellen, nochmal hinsetzen. Was stelle ich mir denn vor? Was sind denn meine Ideen? Und als ich gemerkt habe, das wird immer mehr und immer mehr und das sprudelt irgendwie, dann habe ich gesagt, okay, dann ist es vielleicht doch das Richtige zu sagen, jawohl, ich mache es. Auch meine Frage nur an Michelle. Michelle, die beiden wesentlichen Aspekte, die du gebracht hast für dich als 1V lauteten, bessere Vernetzung zwischen Fraktion und Landesvorstand, Klammer auf, vielleicht auch Landesverband, habe ich da nicht rausgehört. Der zweite wesentliche Vorteil war deine bessere Präsentationsmöglichkeit als Fraktionsmitglied, als MDL. Klar, logisch. Die konkrete Frage, die ich dir stellen möchte, ist, kannst du das beides vielleicht auch als stellvertretender Vorsitzender nutzen und würdest du das tun und dann entsprechend kandidieren, falls du nicht zum ersten Vorsitzenden gewählt wirst? Manfred. Ach, Manfred. Also, auch diese Frage ist ja nicht neu. Ich sehe, das habe ich beim letzten Mal auch schon gesagt, ich habe ein großes Sendungsbewusstsein, das wissen hier, glaube ich, auch alle. Ich möchte keinen Paki unter dem sendungsbewussten 2V-Michel-Marsching überrollen. Heißt das so? Unterüberrollen? Ich habe keine Ahnung. Dann arbeite ich lieber mit ihm zusammen und versuche, dass wir es in der Kooperation irgendwie hinkriegen. Das wäre das andere Modell. Ich hätte einfach die Befürchtung, dass es dadurch dazu kommt, dass Paki zwar formell erster Vorsitzender ist, aber die Leute sagen, hey, komm, dann nehme ich mir einfach den Stellvertreter. Und dann ist er auch noch Fraktionsvorsitzender. Da brauchen wir mit dem anderen gar nicht mehr quatschen. Und dann geht der Landesverband eher unter, weil die Fraktion dann zu viel Aufmerksamkeit bekäme. Paki, du hast gerade eben mit Democracy OS nochmal ein Stichwort geliefert, was mir wichtiger ist als die Nachfrage von eben. Woher nimmst du die Zuversicht, dass noch ein technisches Tool Probleme besser löst als Liquid Feedback, was, glaube ich, offenkundig gescheitert ist? Und habe ich dich eben richtig verstanden, dass du da Entscheidungen innerhalb der 8 oder 12 Stunden eines Tages erwartest? Ich persönlich würde das für grob undemokratisch halten, sich dann auf sowas zu berufen und zu verlassen. Also zum einen hatte ich ja gesagt, dass ich das Tool gerne ausprobieren würde, einfach um es kennenzulernen, um zu sehen, wie es funktioniert. Weil ich der Meinung bin, dass das eines unserer Kernthemen ist, auch Online-Partizipation nach vorne zu bringen und daraus zu lernen und den Leuten zu zeigen, hier, wir haben das schon ausprobiert. Du siehst, wie sich die anderen Parteien damit abmühen, mit irgendwelchen Online-Befragungen und so. Die schaffen es nicht. Deswegen ist mir das wichtig und ich glaube, was die Meinung zu Liquid Feedback oder der SMV betrifft, werden wir nie auf einen Nenner kommen. Ich bin nicht der Meinung, dass das gescheitert ist, sondern ich bin der Meinung, dass wir es noch nie wirklich ausprobiert haben. Und nein, ich würde mich nicht darauf berufen und sagen, so, das stand aber da, die Leute haben so abgestimmt. Es wäre ein Teil meiner Entscheidungsfindung und es wäre auch ein Teil meiner Meinungsfindung. Weil so ein Tool ja nicht nur ermöglicht, dass wir uns da austauschen können oder dass wir da unsere Meinung reinschreiben können, sondern das Tool ermöglicht uns, Meinungen zu hören, auf die wir gar nicht gekommen wären. Das heißt, es wäre für mich ein Ideenpool. Und dieses Tool wäre nicht verbindlich wie eine SMV oder ein BO, weil wir ihn nicht in der Satzung haben, sondern es wäre ein reines Beratungstool, was ich mir auch sehr gut vorstellen könnte für Themen, die zum Beispiel auf kommunaler Ebene alle betreffen. Wir haben jetzt eine Mailingliste des Ackerkommunals, da werden auch einzelne Mails draufgeschmissen mit Ideen, mit Fragen und so weiter. Ich glaube, dass wir über die, ja ich sag mal, etwas rückschrittliche Form der Mailinglisten weit hinaus sind und diese technischen Möglichkeiten eben auch ausprobieren sollen. Das haben wir früher gemacht, das sollten wir einfach heute machen. Und das ist so ein Mischmasch aus diesen Argumenten. So, dann darf ich jetzt noch mal ein drittes und ein letztes Mal. Du sagtest vorhin, du sagtest vorhin, Michelle, der Wahlkampf, wieso? Ja, ja, komm. Also, du sagtest vorhin, der Wahlkampf, der Wahlkampf hätte begonnen. Ich sage, nein, der Wahlkampf hat vor zwei Jahren bereits begonnen. Ich wundere mich ein bisschen, du hast auch gesagt, ja, die MDLs, auch die LAFOs, gebe ich dir recht, müssen mehr raus, müssen mehr auf die Stammtische, müssen mehr in die KVs. Ich frage mich allen Ernstes, ich hatte das, genau das Thema vor einem Jahr, vor knapp einem Jahr auf der ersten Fraktions-LAFO-Klausur, auf der ich sein durfte, hatte ich das schon mal in dem Kreis bemängelt und hatte dort auf viele nickende Köpfe, bin dort auf viele nickende Köpfe gestoßen. Wir haben seit zweieinhalb Jahren, oder seit, ja, Sekunde, gleich, wir haben seit zwei Jahren unseren MDL nicht mehr gesehen, also unseren zugeordneten MDL. Wir hatten zwei Einladungen, hatten tatsächlich dann Besuch gekriegt. Jetzt ist mittlerweile unser MDL abhandengekommen. Du forderst, du forderst, du forderst, du forderst hier was, wo ich dich frage, das ist schön zu fordern, aber warum hast du es zugelassen dann, dass diese Situation, das zum Beispiel südlich von Köln nur noch weiß existiert, dass diese Situation überhaupt entstehen konnte? Oh, die Frage ist so vielschichtig mit dem letzten Satz, Bernd. Wow. Okay, wie habe ich es zugelassen, also ich habe zugelassen, dass gestern ein Fraktionsmitglied ausgetreten ist und damit diese Fläche weiß ist. Das wäre die eine Interpretation, warte ganz kurz, das wäre die eine Interpretation, ich weiß aber, was du meinst. Ich habe drei Tage, nachdem wir, nachdem ich als Vorsitzender einer Fraktion gewählt war, mich zusammengesetzt mit dem, mit dem, das heißt ja nicht Polgf, das heißt bei uns nur Pgf, genau. Ja, Palgf, das heißt Pgf, also mit dem Grumpy. Und wir haben gesagt, hey, pass auf, wir brauchen diesen direkten Kontakt in die Kreise rein. Wir haben bei der ersten Vorstandssitzung über das Auto geredet, wir haben sofort dem neuen Geschäftsführer gesagt, organisiere was, wir haben eine Fahrmöglichkeit, ein Auto organisiert. Dieses Auto fährt jetzt mich als Vorsitzenden, aber auch jeden anderen, der es möchte, durch die Gegend und fährt mich in dem Fall, es ist ja jetzt Marsching Compt hinterher entstanden, in die jeweiligen Kommunen rein. Warte, ich komme dazu, ich weiß, was du sagen willst. Das ist im Moment mein Beitrag, dass ich nicht für 18 bzw. 17 andere den Job machen kann, das ist mir völlig klar. Dass diese Wahlkreiseinteilung nicht vernünftig ist und dass wir die bearbeiten müssen, steht auf unserer Agenda. Das geht so nicht weiter. Es gibt tatsächlich Flecken, die werden nie bis kaum besucht. Es gibt Flecken, da sind ständig Leute. Da haben wir auch eine relativ große Einigkeit, nur es liegt auch ein Stapel rum im Moment, den wir nach und nach abarbeiten. Das geht relativ schnell, aber bei der Neueinteilung von Wahlkreisen sind wir zum Beispiel noch nicht, wenn wir die überhaupt einteilen müssen, wenn wir nicht sagen, Leute, wir haben hier und da und da einen Stammtisch, hier ist ein Kalender, nehmt euch Termine und macht das. Ich bin immer abhängig, in dem Fall auch von den anderen Abgeordneten, von den anderen MDL. Die kann ich nur aufrufen, kann sagen, just do it. Ich kann sie nicht schicken. Was den Landesvorstand angeht, den einen Vorschlag habe ich ja gerade gemacht, tatsächlich zu sagen, hier hast du eine Bahncard, fahr rum für so einen politischen Geschäftsführer. Ich persönlich bräuchte diese Bahncard nicht, aber ich glaube, dass es für beide Seiten, für die Fraktion und für den Landesverband, einfach sehr, sehr wichtig ist, dass man einfach weiß, wo sind die Probleme, wo drängt es gerade. Ich habe einiges aufgenommen, letzter Satz, ich weiß, ich antworte zu lange, aber ich habe einiges aufgenommen, auch an Paki weitergegeben, wo gesagt wurde, es fehlt Informationsmaterial und ähnliches. Ich habe auch mit Masch darüber geredet, was, wo, wer. Also ich habe Informationen versucht, hin und her zu geben. Das wird nicht hundertprozentig gelungen sein, ich werde einiges vergessen haben, sei es drum, aber ich habe es versucht, ich habe es angestoßen. Mehr ging bis jetzt nicht. Ich würde es versuchen, immer weiter auszubauen. Nachfrage stellen dazu? Ach, dann nicht. Boah, diese Bückerei hier, ne? So, nochmal an Michelle. Tut mir leid, Paki, wenn ich immer Fragen an Michelle zu stellen habe. Wir haben jetzt gelernt, dass du nicht stellvertretender Vorsitzender werden wirst, sondern, falls du nicht Erster wirst, lieber so mit Paki zusammenarbeitest. Klammer auf, mit dem Vorstand und dem Landesverband hoffe ich, klar. Ich habe im vergangenen Jahr, das ist kein ganzes Jahr gewesen, mehrfach versucht, eins herzustellen, nämlich die regelmäßige Treffen zwischen MDLs oder der Fraktion, dem ersten Vorsitzenden, aber speziell mit mir. Das war mein Wunsch. Das habe ich dem Grampi angetragen. Grampi hat sich auch bemüht, nehme ich an. Das habe ich dem Joachim angetragen. Es hat leider Gottes zu keinem Ergebnis geführt. Ich bin da, ich sage es mal ganz offen, will nicht sagen, gegen Mauern gelaufen. Ich glaube nicht, dass das Unwillen war. Ich glaube eher, dass eure Tage so sind, wie meine ähnlich auch sind. Und es hat einfach nicht zu einem Termin geführt. Gleichermaßen hätte man natürlich hingehen können aus der Fraktion und sich irgendwie anders an den Landesvorstand wenden können, um Probleme, wie du es jetzt zum Schluss zum Beispiel in Einzelgesprächen fast schon gemacht hast mit Paki und mir. Wie stellst du dir vor, falls du nicht als Frau wirst, die zukünftige Zusammenarbeit zwischen dem Landesvorstand und der Fraktion, können wir, was mein Wunsch wäre, feste, regelmäßige Termine, die müssen nicht immer Dienstag 15.30 Uhr sein, da kann man flexibel arbeiten, aber die sollten lauten, spätestens nach zwei Wochen sollte man sprechen, gesprochen haben, Themen bedient haben, damit es aus dem Landesverband in die Fraktion getragen werden kann und aus der Fraktion auch wieder zurück in den Landesverband. Wie ist da die Bereitschaft und die zeitliche Möglichkeit überhaupt, falls du nicht 1.V wirst, um die Vernetzung doch zu gewährleisten? Also Punkt 1 ist, du hast es gerade gesagt, im Moment funktioniert das Ganze telefonisch. Wir beide haben regelmäßig und viel telefoniert. Mit Paki bin ich viel in Kontakt. Ich würde gerne tatsächlich einen Joe-Fix machen, also einen festen Termin in der Woche, wo man sagt, das ist der Termin. Problem ist natürlich, je nachdem, wer es wird, gehen wir mal von den Personen jetzt weg, mein Hauptberuf ist Politik im Moment bis Mai 2017, nein, Quatsch, bis Mai 2022. Aber ich habe halt die Zeit. Ich kann sagen, hey, weißt du was, Dienstag ist 14 Uhr. Dann sagst du, ja, Moment, da bin ich aber auf der Arbeit. Und dann sage ich, naja, machen wir 18 Uhr. Dann sagt Paki, aber da habe ich das Kind. Ich glaube, dass das relativ schwer ist. Was funktioniert, ist das mit dem Telefonieren? Das werde ich auch weitermachen. Was ich nicht tun kann ist, und da werde ich hier auch in keinem Mikrofon irgendetwas reinsagen, andere MDL dazu zu zwingen, dass sie da mitmachen müssen. Das muss alles freiwillig sein. Das versuche ich in der Fraktion auch hinzukriegen, dass Leute sagen, jawohl, ich mache das mit. Die Bereitschaft fühle ich, die ist da. Nicht nur für solche Treffen, wo ein, zwei Leute, ich mache das ja bei offener Tür im Büro des Fraktionsvorsitzenden, kommen ständig auch Leute rein, setzen sich dazu und so bei diesen Gruppen. Diese Bereitschaft fühle ich, aber ich kann niemanden dazu zwingen. Also wenn man jetzt sagt, es muss über dich hinausgehen, in die Fraktion vernetzen, ja, muss es. Ja, ich habe Fragen an euch beide. Ich bin heute Morgen hier hingefahren in dem Gefühl, wir wählen hier große Teile des Vorstandes wieder, auch mit einem recht guten Gefühl, weil sehr viel Fleiß in der Arbeit drinsteckte. die Partei in NRW, ich habe das jetzt in anderen Landesverbänden, die ich mir angeschaut habe, ein bisschen den Vergleich gehabt, in NRW auch wirklich lebendig ist, hier viel passiert, vom Vorstand auch viel betreut wird. Und der Grund, dass ich jetzt hier vorne stehe und Fragen stelle, der hat sich eigentlich erst durch die Kandidatur, die Gegenkandidatur, und dadurch, dass wir jetzt eine lange Fragerunde haben, ergeben. Denn ich höre von euch beiden viele Ideen. Denkt mir aber auch, wir sind anderthalb Jahre von der Wahl entfernt, also sehr kurz eigentlich. Und muss feststellen, wenn wir schon so vertieft, so lange jetzt in diese Diskussion eintreten, wie wir es jetzt gerade tun, dann reichen mir von euch beiden die Antworten bisher nicht. Ich möchte von euch gerne wissen, wie wir, mit welchem Profil, mit welcher Struktur dieser Wahlkampf- und Kampagnenarbeit wir 2017 antreten können und was euer konkreter Beitrag dazu als Vorsitzender sein wird, dass wir diese Wahl für uns so entscheiden, dass wir wieder einziehen. Ich möchte wissen, wie wir kampagnenfähig sind oder werden. Ich möchte von euch wissen, was eure Kante ist, als der Fels in der Brandung da vorne, womit ihr dieser Partei in der Außendarstellung auch das Profil geben werdet oder das Profil, was die Partei hat, dort hinstellen wird, wie ihr das als Person verkörpern könnt. Und ich möchte aber auch wissen, bei der ganzen Diskussion darüber, wer sich jetzt nun mit wem vernetzt hat und welche Themen aufgenommen worden sind oder nicht und wer wo da war und nicht. Ich möchte wissen, wie die Politik aus der Partei, aber auch aus der Zivilgesellschaft jetzt nun wirklich mal konkret gemacht wird für uns, damit wir sie auf den Plakaten haben in anderthalb Jahren. Ich höre einerseits von der Vernetzung mit NGOs, ich höre von der Vernetzung mit der Landtagsfraktion, ich höre von der Vernetzung mit den Kommunalen. Ich sehe aber ganz viele Themen, die da draußen sind, die ich bei uns aber nicht in der politischen Arbeit auf Landesebene wiederfinde. Wir sprechen über Bürgerbeteiligung als Beispiel. Es finden in einem knappen Dutzend Kommunen in Nordrhein-Westfalen gerade Leitlinienprozesse statt, also Prozesse zur Einführung von kommunalen Leitlinien für Bürgerbeteiligung. Dazu hört man von den Piraten auf Landesebene eigentlich zu Recht relativ wenig, weil es ein kommunales Thema ist und das die Leute vor Ort dort in den Gremien mit begleiten sollen. Aber wir könnten uns mal dran machen, zum Beispiel Mindeststandards für Bürgerbeteiligungsleitlinien zu definieren auf Landesebene. Wir könnten uns dran machen, Mindeststandards zu formulieren für Transparenz in den Volksvertretungen. Wir sprechen von Bürgerbeteiligung und Transparenz immer, aber ich finde es nicht wieder in den Verlautbarungen dieser Partei. Jetzt kommen wir mal mit der Transparenzsatzung. Das liegt ja gerade mal auf dem Tisch. Entschuldige bitte, aber könntest du langsam... Wie könntet ihr dieser Partei persönlich und mit eurer Arbeit Profil für den Wahlkampf 2017 geben? Dankeschön. Danke für die doch recht kritische Frage. Ich glaube, ich habe in meinen vorherigen Reden einige Kanten schon sehr deutlich gemacht. Eine weitere Kante ist, die habe ich wahrhaftig bisher noch nicht genannt, die Transparenzsatzung, die da von Mehr Demokratie, von dem Bündnis NRW Blick durch entwickelt wurde, wäre eine Möglichkeit, in den Landesverband zu tragen und die kommunalen Mandatsträger die Empfehlung abzugeben und das auch auf Landesebene in eine Kampagne zu gießen. Da bin ich bei dir und das wäre ein Punkt der Transparenz. Was ich bisher noch nicht erzählt habe, das lief bisher mehr so noch nach dem Motto, ich suche noch Leute, mit denen ich das umsetzen kann, deswegen gehe ich damit jetzt noch nicht so nach vorne, ist das Thema Open Data. Wir haben in NRW den Fall, dass dadurch, dass wir kein Transparenzgesetz auf Landesebene haben, die Umsetzung der Vorschläge aus dieser Transparenz-Offensive von der Landtagsfraktion alle nicht verpflichtend sind. Das heißt, jede Kommune kann sich selber entscheiden, wie sie damit umgeht. Ich bin aber gerade dabei, in Zusammenarbeit mit einigen kommunalen Piraten und auch aus dem Landtag ein, zwei Leuten, das Thema Open Data aufzubereiten, einmal für eine Kampagne, aber auch für Anträge, die wir speziell in die Kommunen tragen und die wir dann auch auf Landesebene verbreiten. Das sind so zwei Punkte rausgenommen, die ich mir fest vorgenommen habe, die wir in eine Landtagswahlkampfkampagne mit einfließen lassen. Natürlich bediene ich im Moment, vor allem aus Zeitgründen, vor allem die Flüchtlingsthematik. Das ist auch wichtig, meiner Meinung nach, weil die sehr vielschichtig ist und weil die Kommunen und auch der Landtag damit gerade vollständig belastet, wenn nicht sogar überlastet ist. Und wir müssen dazu Antworten finden, wir müssen dazu Lösungen suchen und wir müssen auch die Populismen, die da im Umlauf sind, in diesem Nazipack entgegentreten und das ist eine wichtige politische Aufgabe. Insofern, ja, ich bin da bei dir, ich gebe dir recht, wir haben hier mit Sicherheit noch mehr Möglichkeiten, mehr Potenzial für einzelne Kampagnen. Wir haben letztes Jahr mit mehreren Meinungsbildern die Kernthemen, mit denen wir in den Landtagswahlkampf gehen, abgefragt. Das ist zum einen digitales Leben, das ist Open Data und Transparenz, das ist soziale Gerechtigkeit und das ist mehr Demokratie. Und da müssen wir, wie gesagt, diesen nordrhein-westfälischen Flyer entwickeln, dazu müssen wir unsere Webseite neu strukturieren und neu aufbauen. Das sind meine Konzepte dafür und auch meine klare Kante, womit ich im Wahlkampf mein Gesicht in die Kameras halten will. Also das war ja eine zweigeteilte Frage, sozusagen du hast erstens gefragt, wie wird man kampagnenfähig? Das hat Paki ja jetzt am Ende beantwortet und das mit der klaren Kante. Ich würde das auch in der Reihenfolge beantworten. Punkt eins, wie wird man kampagnenfähig? Wir haben das vorhin schon gesagt, mit frecher werden, mit Kampagnen, die einfach nicht so, nicht mit Kampagnen, mit Aktionen, die einfach nicht so dem 0815 entsprechen. Der Paki hat gesagt, das mit der Sprache. Ich glaube, kampagnenfähig werden wir dann, wenn wir jetzt aufbauen und sagen, was ist eigentlich unser Ziel, wo wollen wir hin? Punkt eins, das habe ich ja vorhin schon gesagt, Punkt eins muss sein, uns gibt es noch, damit die Leute überhaupt wissen, hey, Piraten sind noch da. Und dann als aufbauenden Schritt, was machen wir Piraten eigentlich? Paki hat das mit dem Landesflyer erwähnt, dass man einfach auch mal so ein 600-Seiter macht, was wir alles Tolles schon erreicht haben. Der Punkt ist, dass wir uns konzentrieren müssen, das behaupte ich. Wir haben viele Themen, Flüchtlinge zum Beispiel, haben wir schon angesprochen, die aber auch, und wir versuchen das ja gerade in der Fraktion mit diesem Thema Digitalisierung, die wir alle aber auch unter unseren Hut kriegen. und wo wir bei den Themen einfach ein klares Bild zeigen, ich habe es vorhin gesagt, wir sind die mit dem Internet, wenn man rausgeht, was sind eigentlich Piraten, dann ist das durchaus ein Punkt. Wir sind die mit dem Internet, wir sind die, die alles wissen, wir sind die Visionären, wir sind die, die in die Zukunft denken, wir denken nicht an die nächste Wahl, sondern wir denken an, wie sieht es eigentlich in 20 Jahren in diesem Land aus. Und wenn man das wieder nach vorne stellt und wenn man dann entsprechende Aktionen macht, und ich glaube an diese frechen Aktionen, ich glaube an die Basisaktionen, wo man als Vorstand, das kann man nicht selber machen, sondern man kann nur so viel Unterstützung wie möglich geben, ob das logistisch ist, ob das finanziell ist, um mit solchen Aktionen immer wieder Aufmerksamkeit zu erzeugen. Was habe ich damit beizutragen? Ich glaube, ich habe in den letzten, keine Ahnung, vier, fünf Monaten bewiesen, dass ich nach diesem Switch sozusagen, als ich gesagt habe, okay, wir müssen jetzt hier mal ein bisschen frecher werden, wir müssen mal ein bisschen auf den Pudding hauen, dass das funktioniert, dass das auch ankommt, dass auch die Wertigkeit dessen, was wir tun, anders ankommt. Nicht nur draußen, wo Leute das auch mitkriegen, wenn zum Beispiel der Lukas zum Thema Cannabis sich aufregt im Plenum und das wird ja in den entsprechenden Zielgruppen sozusagen auch aufgenommen und das nimmt man ja auch wahr, sondern eben auch bei anderen Parteien. Wenn die Ministerpräsidentin mich einen Tag nach der Rede, wo ich sage, hier ihre Politik zündet quasi Flüchtlingsheime an, dann guckt die mich halt mit ihrem Arsch nicht mehr an. Das ist dann halt so. Aber damit kann ich leben, weil das ist unser Standpunkt, das ist unsere Position. Ich glaube, die Kante, die ich beitragen kann zu so einem Wahlkampf, ist eine klare Kante. Ja, ich mache es mal etwas umgekehrt. Wir haben die ganze Zeit zu hören bekommen, würdest du vielleicht noch im Vorstand mitarbeiten, Michelle? Die Frage geht jetzt mal an Paki, weil als 1V aus Köln weiß ich, was für ein Problem das ist, wenn eigentlich die Ratsherren oder Ratsmitglieder die ganze Zeit gefragt werden oder ich deren Fragen eigentlich weiterleiten muss. Paki, würdest du auch weiter im Vorstand mitarbeiten, wenn Michelle erster Vorsitzender würde? Ja, würde ich. Danke. Ihr bringt mich bei den Schwulitäten. Aus einem ganz einfachen Grund. Ihr seid beide zwei, die sich noch und noch und noch was aufladen. Aus Überzeugung, aus Begeisterung, aus was auch immer. Finde ich toll. Aber, aber, gleich, aber ich finde es heftig. Michelle, hör auf zu kichern. Das Problem ist, ich mache seit zwei Jahren demnächst Kreistagsarbeit, hat einen völlig anderen Stellenwert, ist aber von der Arbeit her, vom Aufwand her, mit Ausschüssen und allem drum und dran und was man lesen und sich klug machen muss. Sehr aufwendig. Und ich weiß, dass das, was du da machst, mindestens genauso aufwendig ist. Dazu bist du noch Fraktionsvorsitzender jetzt. Ich frage allen Ernstes, und Paki überlastet sich ja auch gerne, ich frage dich allen Ernstes, wie willst du das noch wuppen? Und ich meine das wirklich ernst, nicht, dass ich an deinen Fähigkeiten zweifle, aber es ist verdammt zu viel. Liebe Sami, das war die dritte Frage, die ich hätte eigentlich mir auf den Zettel schreiben sollen und direkt beantworten, weil ich wusste, dass sie kommt. Komisch, dass sie so spät kommt. Wie will ich das wuppen, wenn ich nicht glauben würde, dass ich durch das Zusammenlegen von Aufgaben, dadurch, dass sich Aufgaben einfach überschneiden und dass man sie dann nur einmal erledigen muss, dass ich dadurch eben nicht mehr Zeit aufwende, dann würde ich hier nicht stehen. Wenn ich nicht glauben würde, dass ich das zeitlich schaffe und ich habe durchaus noch ein Privatleben, von dem ich auch bereit bin, klar was abzugeben, aber dass ich nicht völlig aufgeben will, das ist ja wohl auch völlig klar. Wenn ich nicht glauben würde, dass ich das zeitlich schaffe, dann würde ich hier nicht stehen. Und das habe ich beim letzten Mal vor zwei Jahren schon gesagt und habe danach eine Phase gehabt, wo ich in Anführungszeichen gesagt habe, ja, hätte ich machen können und das wäre jetzt auch so. Ich stehe hier, ich sage, ich kann das, ich sage die Aufgaben, die Mehraufgaben, die kommen, die sehe ich nicht als so viele, dass sie mich komplett überrollen werden. Ich kann den Job machen, that's it. Ja, und der Maschin, der kann auch noch mehr als das wahrscheinlich, bin ich von überzeugt. So, ein Ding nochmal zurück zu der, zum Beispiel Bundesvorsitzender, ja, aber man macht das aber auch, ja. Kommunalpiraten, wir haben viel jetzt gehört, Vernetzung, Fraktion, Landesverband, Landesvorstand, so weit, so gut. Mehrere Mitglieder anwesende hier auf dem Parteitag, die hier auf dem Parteitag, aber auch außerhalb haben mich auch angesprochen, der Christoph geht in eine ähnliche Richtung gleich mit seiner Fragestellung. Eine Frage möchte ich vorab direkt mal beantworten, auch zur Entlastung, sowohl des Kandidaten Michel als auch des Kandidaten Packi, aber auch der Fraktion insofern als Vernetzung der Kommunalpiraten möglich ist, auch mit der Fraktion aufgrund der Kommunalvernetzungstreffen, von denen wir jetzt am 7.11., schon mal notieren, 7.11. das nächste haben, nämlich das dritte, in Essen im Unperfekthaus. Merkt euch den Termin, schreibt ihn euch auf, guckt und abonniert die Kommunalliste, was? Meldet euch an, damit das auch alles kostenmäßig laufen kann, super Sache, aber der entscheidende Punkt ist der, ich hörte, dass die Kommunalen untereinander auch sich vernetzen müssen und auch mit der Basis. Das, was wir vielfach hier gehört haben, immer wieder auf verschiedenen Parteitagen, auf verschiedenen Bewerbungsparteitagen oder Wahlparteitagen, Vernetzung zwischen den Amtsträgern und der Basis und innerhalb der Basis und so weiter. Die Problematik haben wir jetzt mehrschichtig, eben auch durch diese abgehobene Situation von Ratspiraten gegenüber der Basis und manche in der Basis fühlen sich entweder nicht mitgenommen oder auch nicht befähigt dazu oder in die Lage versetzt, mitzuwirken. Das mag daran liegen, Ausschussbesetzung und so weiter, sachverständige Bürger und eben die Ratspiraten und die anderen fühlen sich da so ein bisschen, ich sag mal, abgehängt. Und diese Vernetzung ist ja mindestens genauso wichtig wie die zwischen der Landespolitik, also Landtagsfraktion und der Basis. Wie geht ihr da, wie wollt ihr noch über das Kommunalvernetzungstreffen, für das ich nochmal werben möchte, hinaus vorgehen? Ich mache es kurz, ich hatte auf meinem Zettel stehen, ich weiß nicht, ob ich es gar nicht gesagt habe, dass es eben auch Aufgabe des Vorstands wäre, Treffen zu organisieren, so ähnlich wie ein TDPR für kommunale Piraten, dass sie sich untereinander verletzen können, also kommunale Mandatsträger. Und für das andere lautet die Antwort meiner Meinung nach TDPR. Ja, das ist das, wo alle hinkommen und wo jeder mit jedem spricht und kleine Einschränkung, dann sind wir wieder im Kommunalen selber. Ich kann dem kommunalen Mandatsträger nicht sagen, du musst jetzt aber mit deiner Basis sprechen. Wenn er das nicht tut, tut das nicht. Da kann man echt nur so Best-Practice-Beispiele voranstellen und sagen, da funktioniert es, guck es dir an, wie es geht. Aber ja, ansonsten, TIPR, hörst du mir noch? Gut, sonst. Muss ich nicht antworten. Also wie gesagt, ich kann niemanden dazu zwingen. Ich kann nur sagen, guck hier, das ist ein gutes Beispiel, so geht es. Und wenn die Leute sagen, jawohl, das mache ich, dann gut. Und ich kann immer wieder ein bisschen in den Hintern treten, aber man kann niemanden zwingen. So leid mir das tut. Ja, kommunale Piraten, kommunale Mandatsträger sind schon mittlerweile sehr gut vernetzt, auch untereinander. Das haben auch diese kommunalen Vernetzungstreffen erreicht. Klar kann man da noch mehr tun. Ich würde gerne eine Sache herausheben, die meiner Meinung nach der Landesvorstand, weil er ja auf Landesebene angesiedelt ist und mehr, ich sage mal, die Landespolitik auch bespielt, einmal die Strukturen zur Verfügung stellen, also eine Wiki-Seite, wo alle Mandatsträger aufgelistet haben. Wir haben den Hans-Emmanuel beauftragt, der die Leute miteinander in Verbindung bringt, der die AK-Kommunalliste studiert, liest und die Leute dann anruft und sagt, hier, guck mal, ich habe da was für dich. Das sind alles so Impulse, die wir in den Landesverband gesendet haben, die auch angenommen werden. Und da brauchen wir natürlich eure Rückmeldung, ob das funktioniert, ob das vielleicht angepasst werden muss, ob es verbessert werden muss. Jetzt hat Michelle gerade diese Idee mit dem kommunalen Tag der politischen Arbeit vorgeschlagen. Da halte ich es aber allerdings für sinnvoller, eher in die Bezirke zu gehen, also auf die vier verschiedenen Bezirke einzelne Bezirkstage der politischen Arbeit zu organisieren. Und da müsste man dann gucken, teilen sich das die Kommunen auf, wer organisiert das und so weiter. Das ist schon auch eine Aufgabe der kommunalen Akteure, zum Beispiel auch der Landschaftsverbände, die da ja auch noch mit reinspielen und eben der beiden Akteure in der Landtagsfraktion, Thorsten Sommer und Frank Herrmann, die da auch sehr aktiv sind. Das ist ein Zusammenspiel aus verschiedensten Akteuren und wie Michelle auch sagt, gebe ich ihm völlig recht, ich kann die kommunalen nicht zwingen, ich kann die MDL nicht zwingen, ich kann auch nicht die Kollegen im Landesvorstand zwingen. Wenn Hans-Emmanuel sagt, tut mir leid, ich habe jetzt hier gerade Sitzungszeit, ich bin zu bis oben hin, dann muss das eben eine Woche warten. Da müssen wir ein bisschen auch fluffig werden, ein bisschen durchlässiger. Aber ich nehme das auf. Also sollte ich gewählt werden, werde ich sagen, ich stoße das mit an und ich unterstütze die Idee auch. So, bevor wir weitermachen mit der Fragerei, ich kann verstehen, dass ihr alle ein bisschen unruhig seid, du kommst gleich dran. Jetzt ist es schon wieder schön leise, das ist gut. Oder dass ihr Hunger habt, aber solange da noch Fragen gestellt werden, müssen wir die halt noch abarbeiten und wenn ihr quatscht, geht bitte raus. Wir hatten GO-Anträge, ich glaube der eine war auf Antrag auf Schließung der Rednerliste. Bei dir das gleiche, Sammy? Ich denke, es reicht, wenn wir den einmal abstimmen. Nein. Nein, war sie in der Rednerliste, dann darf er den nicht abstimmen. Doch, war sie, aber Babak war auch in der Rednerliste. Er kann aber so oft stellen, wie er will. Was? Er hat den schon einmal gestellt, darf er den da noch mal stellen? Ja. Ja? Ja, dann kann er... Sonst stelle ich den vielleicht einfach mal. Ist schon in Ordnung. Dann macht der Hugo das eben so. Bevor wir den abstimmen, machen wir mal was ganz Wichtiges. Die Infrastruktur möchte gerne eine kurze Ansage machen. Genau, also wir haben immer noch das Problem, dass ihr viel zu viel Bandbreite verbraucht. Um euch mal ein paar Zahlen zu nennen, die sind jetzt eine Stunde alt, weil ich ungefähr seit einer Stunde warte, hier ans Mikro zu kommen. Zu dem Zeitpunkt hatten wir 21 GB verbraucht, das heißt, inzwischen dürften drei von den... fünf Karten, die wir haben, leer sein. Ihr könnt jetzt auf die Uhr gucken und euch überlegen, dass es mit morgen dann potenziell etwas eng wird. Wir haben vor allem mindestens einen Spezialisten, der wahrscheinlich ein BitTorrent oder so laufen lässt, lässt BitTorrent Sync oder Ähnliches. Wir sind, ich glaube, 140 akkreditierte Piraten, haben aber über 10.000 Verbindungen nach außen offen. Also, das ist nicht so schön, wie es klingt. Manchmal ist mehr besser, heute nicht. Von daher würde ich euch bitten, spart ein bisschen Bandbreite, guckt, dass ihr wirklich alles Syncs aus habt. Die Alternative ist, entweder wird es ziemlich teuer für den LV, weil wir Bandbreite nachkaufen müssen, oder ihr habt irgendwann als Versammlung kein Internet mehr und wie ihr vielleicht auf euren Handys gesehen habt, hier drin habt ihr keinen Empfang. Also, dann habt ihr wirklich kein Internet mehr. Dann geht es vielleicht schneller, ich weiß es nicht. Ja, und unter anderem konnte ich einen Verursacher sozusagen identifizieren, der inzwischen, ich glaube, 900 Megabyte oder so übertragen hat. Also, derjenige, der ein VPN Richtung Piratenfraktion offen hat, dürfte mal gucken, was bei ihm läuft. Ja, im Zweifelsfall ist uns wichtiger, dass wir die Versammlung sauber durchkriegen, also, dass wir Internet haben und Katzenbilder gucken können, als dass ihr Katzenbilder gucken könnt und dann würden wir euch ja zur Not abschießen. So, jetzt kommt der GO-Antrag. Ich habe euch nicht vergessen. Aufschließung der Rednerliste. Ich erkläre das nochmal. Falls ihr den annehmt, können auch alle möglichen Leute sich da hinten einreihen und Fragen stellen und erst danach wird die Rednerliste geschlossen. Gut, also, wer ist dafür, dass wir die Rednerliste schließen und die Befragung beenden? Gut, danke. Wer ist dagegen? Ach, eine ganz fette Mehrheit. Dann mögen sich alle, die noch Fragen haben, bitte schnell an die Schlange hinten einreihen. Doch, doch, jetzt noch. So, da ist der Roni als Letzter. Möchte sonst noch jemand? Ihr könntet winken. Okay. Da kommen noch welche. Oder nicht? Nein, die setzen sich hin. Dann ist nach dem Roni Schluss und mach bitte weiter. Und ich habe auch Hunger. Ja, Paki, Michelle, ganz kurze Frage. Ja, eine ganz kurze Frage. Ich möchte halt die Leute nicht vom Essen abhalten. Als Kommunalpirat ist es teilweise mit aus sehr schwierig, Kontakt sowohl mit dem LAFO teilweise, aber als auch mit der Fraktion Kontakt aufzunehmen und in Kontakt zu kommen. Es gibt manchmal dringende Themen, die man mal auch juristischer Natur vielleicht mal durchgekaut haben müsste. und da sind immer wieder Probleme, auch in der Vernetzung, gerade über diese Hierarchie-Ebenen hinaus. Das heißt, man kommt in so eine Einbahnstraße rein. Das heißt, du läufst halt vor Zue Türen und hast eigentlich relativ gute Sachen, die durchaus mal angesprochen werden sollten, die dann auch vielleicht über den LAFO oder auch dann über die Fraktionen gestreut werden könnten und dann auch zu einem politischen Vorteil führen würden. Zum Beispiel, ich wäre jetzt nicht bei anderen Wildern, aber eine sehr erfolgreiche Sache, zum Beispiel, die die Linksfraktion gemacht hatte, aus dem Bundestag heraus angestoßen, das war die Stromsperrenstatistik. Das heißt also, es wurde bei den kommunalen Versorgern Stromsperrenstatistiken angefragt, um dann zu schauen, wie im Endeffekt dort das Sozialgefüge aussieht, ob es halt auch durchaus ältere Menschen betrifft oder dann halt auch überwiegend Hartz-Vierler. Und die Problematik ist halt, solche Inputs, die fehlen einfach auch zu wenig, auch sowohl von Landesebene, als auch von Bundesebene, dass mal so Dinge einfach mal durchgepeitscht werden für Anträge, die man dann halt einfach mal in den kommunalen Parlamenten stellen könnte. Was wollt ihr da gegen künftig tun, um dort abzustermen? Die schweren Sachen mit Fraktionen muss ich immer zuerst. Für Bundesvorstand kandidieren? Ja, super. Also erste Antwort wäre, auf unserer Webseite gibt es Telefonnummern. Ich weiß nicht, ob du es versucht hast, Leute anzurufen, wenn das so ist. Ich glaube, dass gerade Toso und Frank Herrmann sehr, sehr aktiv in ihrem Bereich sind und auch versuchen, sich sehr viel zu vernetzen. Wir haben natürlich immer ein Ressourcenproblem in der Fraktion. Wir sind eben die kleinste Oppositionsfraktion. Wir hätten auch gern so viele Mitarbeiter wie andere. Es hängt häufig auch an einem Referenten, der vielleicht auch noch zwei oder drei Themen gleichzeitig macht. Wo genau es dran hapert, jetzt in dem Bereich direkt zur Fraktion, kann ich dir nicht sagen, müsste man entsprechend rausfinden. Ich gebe dir eine Antwort, die nicht gut ist, die du nicht gut finden wirst. Und das ist die Antwort, wenn was von oben kommt, also wenn von unten eine Idee kommt und es wird irgendwie geantwortet, dann kann ich verstehen, dass man auch einen direkten Kontakt herstellt. Aber vieles, was von oben als Thema reinkommt, nehmen wir mal Stromsperrenstatistik, ist ja was, das sickert so nach unten durch. Und jeder muss halt nach oben gucken, gibt es da irgendwas. Es ist immer eine Hohle und eine Bringschuld. Ich will jetzt nicht sagen, dass du zu wenig holst. Ich möchte nur generell sagen, wir machen schon sehr viel, was unsere Anträge angeht, was die Veröffentlichung angeht. Auf der Webseite werden entsprechend unsere Anträge immer gefeatured und so. Was den persönlichen Kontakt angeht, könnten wir viel mehr machen. Ich glaube, da hapert es einfach sehr häufig an der Manpower. Was den Landesverband angeht, glaube ich, dass wir vor allen Dingen, ich kenne diese kommunale Mailingliste, wo die Kommunalen sich austauschen, für mich ist da zu wenig los. Also das ist meine ganz persönliche Meinung. Da werden auch ganz viele Ideen nur reingekippt und dann gibt es keine Antwort und so. Also nie eine Antwort, aber es ist halt häufiger so, dass es dann so versickert. Das finde ich extrem schade, weil es im Grunde genommen jedem helfen könnte. Da kann ich dir quasi nur dieselbe Antwort geben wie vorhin auch. Ich kann keinen dazu zwingen. Ich kann nur immer wieder die Vorteile aufzeigen, sowohl in der Fraktion und den MDL und den Referenten gegenüber. Da kriegt ihr Themen zugeliefert. Wenn die natürlich sagen, ey, wir haben genug Themen, wir brauchen jetzt nicht noch neue, dann werden die halt nicht mit dir reden. Als auch den Leuten, die von unten nach oben sozusagen gucken, in die Landesebene gucken und dann sagen, ja, da habe ich ein Thema. Aber auch die Vernetzung. Das alles muss eigentlich dadurch beworben werden, dass es dazu führt, dass man selber einen Vorteil davon hat, weil man eben besser informiert ist, Ideen, Impulse bekommt. Alles andere halte ich nicht für sinnvoll. Also, ich habe mal irgendwann gesagt bekommen, dass ich der einzige Mensch im Landesverband bin, der irgendwie eine schnelle Rückmeldzeit von zwei Stunden hat. Ich bin eigentlich immer erreichbar und auch du hast mich mit deinen Anfragen immer erreicht und ich reagiere dann. Ich sage auch dann mal, ich rufe zurück oder ich melde mich morgen. Ich habe heute den ganzen Tag Sitzungen, und ich gebe die Anfragen auch weiter, wie auch in deinem Fall an Frank Herrmann zu der Frage mit dieser Flüchtlingssituation in der Erstaufnahme, ist das, in Maaßen, wo Sachen jetzt in Bewegung geraten sind. Auch zu dieser Veranstaltung hat Frank sich geäußert und wird auch noch an dich herantreten. Das ist mein üblicher Weg. Also, ich gehe auf die Leute individuell ein, verteile das, gebe das entweder, wenn es was für alle ist, verbreite ich es auf die NRW-Info oder aber ich gehe auf die AK-Kommunalliste oder ich entscheide mich für ein anderes Medium. Ich denke, wenn wir das im Landesvorstand alle so einigermaßen hinbekommen und auch in der Fraktion und sich da so ein bisschen auch die Wachheit und die Reaktionszeit verkürzt und da ist, dann funktioniert das. Aber mir ist das umgekehrt genauso passiert. Also, ich habe auch versucht, mit kommunalen Kontakt aufzunehmen, die sich da nicht zurückmelden. Das ist, glaube ich, was Menschliches. Also, wir sind alle voll mit Terminen, mit Informationen, wir müssen das verarbeiten, wir sind keine Maschinen, wir sind Menschen und wir machen Fehler und wir lassen Sachen liegen oder wir vertun uns im Chat oder irgendwas ist, eine Mail landet im Spam-Ordner. Das sind alles so Sachen, Hürden, die kannst du nur bis zu einem bestimmten Stand ausräumen. Und ich glaube schon, dass du in der Fraktion auch Leute erreichen kannst, wenn du da den nötigen Biss an den Tag legst. Also, ich habe es zumindest immer geschafft und wenn es nicht der MDL war, dann war es der Referent oder ein Stellvertreter. Du kannst ja auch gucken, wo sitzen die in ihren Ausschüssen, die haben immer einen Stellvertreter. Da nervst du den Stellvertreter so lange, bis der sagt, seinem, ne, seinem Sprecher oder was sagt, ey, kümmere dich mal bitte um den, der geht mir auf den Sack. Also, du musst da mit ein bisschen Druck und ein bisschen Fingerspitzengefühl. Mich kannst du natürlich immer nerven. Ja, das ist, den Nerven, hier, Michelle, auch immer nerven, bitte. Hallo? Ah! Warte ganz kurz. Was ist da schon da? Das ist dringend. Die Wagen mit dem Kennzeichen K PF 9342 und AC-XG 737. Der zweite Wagen ist ein silberner Toyota und der erste Wagen ist ein weißer Mercedes-Benz. Die werden, müssen jetzt sofort, also wer jetzt hier ist und das mitbekommen hat, jetzt sofort, ansonsten entfernt die Feuerwehr diese Fahrzeuge. Ich wollte es nur mal sagen, ihr wisst jetzt Bescheid. Ich sage nochmal die Kennzeichen. K minus PF 9342 und AC minus XG 737. Jetzt sofort, wenn das einer von uns ist. Ansonsten macht es die Feuerwehr. Bitte. Das kannst du gerne machen, das ist gar kein Problem. Also du musst hier keine Fragen beantworten. Ich beziehe mich ja jetzt gerade auf eine Frage, die bereits gestellt wurde, in die Sache mit der Zeit. Ich fände es schade, wenn suggeriert werden würde, dass man ausgerechnet als Mandatsträger keine Zeit für einen Vorstandsjob hat, wenn alle unsere Vorstände in der Regel irgendeinen Brotjob nebenbei haben. Deswegen einfach nochmal der Fairness halber packe die Frage an dich. Du hast einen Brotjob, du bist irgendwie bei der PPI im Vorstand, du machst irgendwas Kommunales, du bist bei der SG Gestaltung irgendwie unterwegs, du machst noch irgendwie zufällig irgendwie 1V in NRW. Wie machst du das mit der Zeit eigentlich? Und hast du mehr oder weniger Zeit effektiv für diesen Vorstandsjob als Michelle? Das kann ich nicht beurteilen, wie das bei Michelle aussieht. Also ich glaube, dass wir beide annähernd gleich viel Zeit, auch in unserer Freizeit, weil er hat ja letztendlich auch feste Arbeitszeit mit Plenarsitzungen und so weiter, dass wir annähernd gleich viel Zeit in diese Partei stecken. Also ich sage es mal so, PPI-Job, Vize-Chair ist eine Sitzung alle zwei Wochen, wo ich ein, zwei Themen jetzt mir genommen habe, das ist einmal ein Shop für die internationale Piratenpartei, den habe ich mit Gordon Thomas und Sven Klement aus Luxemburg angestoßen, da muss ich aber jetzt nichts machen, weil Gordon ist gerade dabei, den deutschen Text zu übersetzen oder übersetzen zu lassen von einem Praktikanten. Und noch so ein paar andere kleinere Sachen, die aber mit der PPI selber Struktur zu tun haben und so weiter. Ich habe da ein Forum aufgesetzt, ich habe Leute reingeholt, alles, was ich sowieso gemacht hätte, also weil ich einfach international mit vielen Leuten rede. Ich zähle jetzt nicht auf, was ich alles für den Schulausschuss mache, das ist einmal eine Sitzung im Monat, ist aber vom Zeitaufwand auch ähnlich gering. So. Keine Gegenfragen. Ich weiß aber, worauf du hinaus willst. Ich bin einfach gut. Also ich bin einfach gut in einem Teil meiner Zeit. Das ist ein Managerjob und den musst du halt managen. Und ja, dann verzichte ich halt eben auf einen Kinobesuch oder weiß ich nicht. Habe ich auch... Ich kriege es auf die Reihe, ja klar. Also es ist besser geworden mit Überforderung und bla. Auch ein Satz dazu sagen durfte der Paki ja vorhin bei mir auch. Du hast recht. Du hast vor allen Dingen bei einem recht und da möchte ich mich bei all denen bedanken, die das hinbekommen. Denn das wird mir jetzt gerade in diesem Moment klar. Auch im jetzigen Vorstand sind Leute, die sind als Ratsmitglieder genau so eingebunden, wie jetzt auch Samy zum Beispiel. Sie sagt, ich hätte keine Zeit mehr und würde das nicht hinkriegen. Nichts gegen dich, aber es gibt schon Leute, die haben das hinbekommen. Also Chapeau. Ich behaupte, dass wir das beide ungefähr gleich gut hinkriegen. Meine Frage stößt im Prinzip in die gleiche Richtung, richtet sich aber vor allen Dingen an Michelle. Die Frage ist für mich, du hast ja als Fraktionsvorsitzender und eben MDL und drum zu einiges zu tun. Bist du da noch nicht, also machst du da alles, was du machen kannst, sodass du da noch nicht ausgelastet genug bist, um noch eine weitere Vorsitzendeaufgabe zu brauchen für deinen Terminkalender? Also, ich versuche es nochmal. Es ist halt schwierig, das irgendwie darzustellen. Ich brenne für diese Partei. Ich glaube, das tun hier viele. Mein Brennen besteht darin, dass ich sage, ich möchte das, was ich im Moment in der Fraktion tue, zumindest dieses Gefühl haben, dieses ein bisschen nach vorne gehen, nach vorne reiten, mal hier eine Entscheidung herbeiführen, mal da eine Entscheidung herbeiführen. Ich möchte das auch in der Partei hinkriegen und ich möchte auch in der Partei die Leute dazu befähigen und denen wieder Mut machen, wilder zu sein, unbequemer zu sein, Dinge auch einfach zu tun und sich nicht nur von den Bremsern immer wieder zurückhalten zu lassen. Das, was ich vorhin gesagt habe, mit dem, wenn einer was tut, dann sollen die anderen bitte sich an die Seite stellen und soll denjenigen, der losläuft, auch laufen lassen. Das sehe ich sowohl in der Fraktion als auch in der Partei und für mich persönlich ist das, was ich auch bei meiner Bewerbungsrede für den Fraktionsvorstand gesagt habe. Ich möchte in den Spiegel gucken können und für mich habe ich vorhin oder auch seit der letzten Woche, ich bin ja vorhin gefragt worden, seit wann ich darüber nachdenke, also ich habe seit einer Woche darüber nachgedacht, kannst du in den Spiegel gucken und guten Gewissens sagen, du hast alles versucht, dass die Partei tatsächlich in 2017 wieder 8% bekommt, ja oder nein. Und würde ich jetzt nicht hier stehen und würde ich mir das nicht zutrauen, ich könnte nicht mehr in den Spiegel gucken. Ich muss das machen, ich habe einen inneren Drang dazu, ich möchte nach vorne gehen und ich habe die Zeit dazu, ich habe die Mitarbeiter im Landtag, die Arbeit funktioniert immer besser, ich weiß, die Moni sitzt hier irgendwo, ich habe sie gesehen, da oben, die weint gerade ein bisschen, weil ich im Schulauss das Ganze runtergefahren habe, jetzt wird es langsam wieder mehr, dass ich mitarbeiten kann, weil die Einarbeitungszeit rum ist, ich glaube, dass ich das zeitlich hinkriege, sonst würde ich hier nicht stehen. Gut, auch wenn eine Frage für dich nicht ausreichend ist, beantwortet ist, das ist die Antwort, die er dir gegeben hat. Wir können daran nichts ändern. So, ich versuche das mal zusammenzufassen, was ich fragen will. Michelle, nun haben wir ja kein 2012 mehr, die Zeiten haben sich ein bisschen geändert, wie gehst du damit um, wenn es anders kommt, als du denkst, dass du doch auf einmal irgendwelche Verwaltungsdinge machen müsstest oder so weiter. Gut, dann kann was in der Struktur falsch gelaufen sein, hin und her, man muss es fixen. Kann aber alles ein bisschen anders sein. da ein bisschen dein Umgang, jetzt eine Frage an Paki, du hast das und das tut mir ein bisschen weh, du hast das relativ emotionslos ja alles rübergebracht. Vorhin kam ein bisschen Emotion, hey, weil ich einfach geil bin und warum warum backst du hier kleine Brötchen? Also das ist doch einfach Unfug. Also du kannst Dinge, du hast, ja, gut, also das kann man jetzt hier falsch verstehen, wenn ich das hier erzähle und so weiter, weil ich mich ja auch nochmal kandidieren will, ich war ja mit Paki in einem Vorstand und so weiter, aber du musst das hier nicht so emotionslos rüberbringen, wir wollen Pep reinbringen und das wollt ihr beide, ihr habt gesagt, hey, hier, Faxes System, wir gehen nach vorn und so weiter, wir wollen rebellisch sein. Ja, dann, ne, sagen wir hier ein bisschen, also ein bisschen mehr Elan, ein bisschen mehr Emotion und das habe ich auch in der Vergangenheit von ihr kennengelernt. Also, auch wenn ich vielleicht hier cool rüberkomme, aber auch solche Auftritte machen mich halt auch nervös, also, ne, ich bin halt cool, weil ich mich irgendwie beherrschen muss, damit ich die nicht rumzappel und irgendwie, das ist alles irgendwo eine gewisse Art der Beherrschung. So, ich habe aber auch einfach einen tierischen Hunger, muss ich ehrlich gestehen und tierischen Bock auf eine Zigarette und werde langsam auch genervt und bin froh, dass jetzt die, die Schlange zu Ende ist. Also, ich bin emotional, ihr kennt mich alle, wenn ich einem Thema bin, was mich interessiert, was mich anpackt, dann gehe ich dafür und dann brenne ich dafür und auch Journalisten sitzen hier, die mich gut kennen, die wissen, ich sage nicht nur einen Satz und bin dann emotionslos zu Ende, sondern da kommt dann was. Muss ich jetzt nicht alles wiederholen, ich brenne dafür, genauso wie Michelle weißt du, dass ich ein emotionsvoller Typ bin und ich halte mich jetzt hier ein bisschen ruhiger, weil, ja, war einfach anstrengend. So, Punkt. Lieber Rudi, ich habe vor lauter Lachen und Spaß mit Paki vergessen, was du mich gefragt hast. Ruf es nochmal. Darf ich meine Frage wiederholen? Also, da hast du ein Stichwort. Erstens kommt man, es ist anders und zweitens, ich weiß es wieder. Danke, perfekt. Das mit der Verwaltung. Kann ich nicht. Ich kann, ich kann wenig Verwaltung, ich kann delegieren, klar, aber es gibt andere, die sind spezialisiert schon in ihrem Bereich. Wir haben nicht mehr 2012, du hast recht, wir haben 2015. Es gibt Leute, die haben den Job gemacht, die haben ihn verdammt gut gemacht und die sollen ihn weitermachen und ich würde den Teufel tun, ihnen irgendwas wegzunehmen. Um Gottes Willen. Da sehe ich auch gar nicht meine Stärken, die sollen das machen, mit denen würde ich dann zusammenarbeiten. Zur Not muss ich diesen Mini-Verwaltungskram machen, etwas zu nehmen und so lange auch zu beobachten, bis es dann weg ist, aber am liebsten würde ich sagen, Verwaltung, das machen die, da sind die gut drin und ich mache den Job, in dem ich gut bin. Leider übrigens haben wir nicht mehr 2012, weil 2012 sahen die Dinge in der Perspektive ein bisschen rosiger aus als heute, aber ich glaube, dass wir genau das eigentlich brauchen, diese Aufteilung, das habe ich auch vorhin gesagt, wenn wir uns konzentrieren auf Politik, wenn wir uns konzentrieren auf die Vermittlung von Politik und wenn wir dafür brennen, dann können wir es nochmal schaffen, wenn wir das nicht schaffen, wenn wir so ein bisschen vor uns her und irgendwie wuseln, dann ist das nett, dann sind wir eine schöne Partei, dann treffen wir uns hier auch wieder in 2017, dann haben wir so den Stand 2008, 2009, dann sitzen hier irgendwie 20 Leute, da habe ich keinen Bock drauf, deswegen entweder Vollgas oder gar nicht. So, man merkt, die Konzentration lässt schon nach, ich wusste die Frage auch nicht mehr, muss ich zugestehen. Der Wahlleiter kommt jetzt bestimmt gleich mal und erklärt euch, welche Wahlverfahren überhaupt zur Auswahl stehen, denn das ist eine Entscheidung, wo ihr euch jetzt noch einmal konzentrieren müsst und danach natürlich auch das mit den Kreuzen. Zomeit, bitte. Es kommen keine Faxen, ich habe Hunger. Moment mal, ihr habt euch viel Zeit gelassen mit den Fragen, jetzt werdet ihr wohl dem Wahlleiter auch mal ein paar Sekunden zu und zuhören könnt ihr gerne. So, auf meinem schlauen Zettel steht als nächstes die Abstimmung zum Wahlverfahren. So, das heißt, wir haben zwei Kandidaten, wir haben ein Amt zu besetzen. Somit fällt aus der Wahlordnung 2.5.3 Wahlmodalität qualifizierte Mehrheitswahl weg. Da würde es nämlich nur bei einer Person und einem Platz gehen. Entsprechend haben wir zwei Möglichkeiten, die ich euch zur Wahl stelle. Zum einen beginnen wir mit der Wahl durch Zustimmung. Eure Alternativen sind, ihr stimmt zu oder ihr stimmt nicht zu. Entsprechend auf eurem Stimmzettel habt ihr die Zahlen 1 und 2. Die Zahl 1 ist für den Michelle. Die Zahl 2 ist für den Patrick Schiffer. So, wenn ihr meint, Person 1 könnte dieses Amt gut ausführen, macht ihr ein Kreuz bei 1. Wenn ihr meint, Person 2 kann das Amt ausführen, macht ihr ein Kreuz bei 2. Ihr könnt auch Kreuze bei beiden machen oder ihr könnt keine Kreuze machen. So, wenn ihr euch denkt, ihr macht ein Kreuz bei 1, entscheidet euch aber kurzfristig um und meint, ihr möchtet doch lieber nicht ein Kreuz bei 1 machen, adaptiv ein Kreuz bei 2, dann streicht ihr bitte komplett das Feld durch. Das heißt, ihr macht das Feld schwarz, sodass euer Wille klar erkennbar ist, dass ihr euer Kreuz komplett durchgestrichen habt. Sollte euch danach in den Sinn kommen, ich wähle Kandidat 1 beziehungsweise Kandidat 2 doch wieder, obwohl ihr das Feld schon geschwärzt habt, macht ihr rechts neben das Feld ein Kreuz. Wie immer gilt auch hier, jeglich Bemerkungen, Zeichnungen, Kritzeleien oder ähnliches machen den Wahlzettel ungültig. Gilt auch für Kringel um die Markierungsfelder, für Hampelmännchen und sonstige Sachen. Eindeutig erkennbar muss euer Wählerwille sein und das ist der ganz formal in diesem Fall mit einem Kreuz im Kasten. Die Stimmzettel habt ihr an der Akkreditierung gekriegt, genauso wie eure Armbändchen. Die Armbändchen müssen, und da möchte ich meine Wahlhelfer darauf hinweisen, an der Hand oder einem anderen Körperteil angebracht sein. Auf jeden Fall mit euch verbunden. Wenn ein Wahlhelfer ein Armbändchen sieht, welches in der Hemdtasche getragen wird, am Rucksack oder sonst irgendwo vorgezeigt wird, was nicht bei euch ist, so hier befestigt, dann werdet ihr nicht zur Wahl zugelassen. Es muss eindeutig erkennbar sein, dass das Band zu euch gehört. So. Dann kommen wir zu den Stimmzetteln. Ich bin noch nicht fertig, aber kannst gerne fragen. Ja, eine Verständnisfrage. Das heißt, anders als bei anderen Wahlmodalitäten, wenn ich jetzt einen leeren Zettel abgehen würde, dann wäre das keine Enthaltung oder eine ungültige Stimmung, sondern es wären zwei Gegenstimmen. Ja, wir müssen uns erst mal auf das Verfahren einigen. Ich habe gleich noch den zweiten, ich stelle nur kurz den ersten vor. Dann haben wir zur Wahlordnung 2.5.2, die einfache Mehrheitswahl, A.K.A. Ein Pirat, eine Stimme. One Pirate, One Vote. Die Möglichkeit besteht, ihr habt eine Stimme, ihr könnt ein Kreuz machen bei einem der beiden Kandidaten oder ihr könnt kein Kreuz machen. Ein leerer Stimmzettel wird hierbei als ungültig gewertet. Genauso wie gerade eben gilt auch, gegebenenfalls erforderliche Korrekturen geschehen durch vollständiges Markieren oder vollständiges schwärzend fehlerhafter Felder. Ja, um es noch mal kurz zusammenzufassen, bei der ersten Möglichkeit, 2.5.1, habt ihr die Möglichkeit, bei beiden Kandidaten zuzustimmen oder nicht zuzustimmen. Ihr habt eine Stimme pro Kandidat, ihr könnt im Höchstfall zwei Kreuze machen. Bei 2.5.2, bei der zweiten Wahlmodalität, die einfache Mehrheitswahl, habt ihr ein Kreuz und könnt dieses entweder bei Kandidat 1 oder Kandidat 2 machen. Ein leerer Stimmzettel wird hierbei bei der zweiten Möglichkeit als ungültig gewertet. So, habt ihr Fragen oder ist soweit alles erklärt? Ja, keiner meldet sich, keiner humpelt nach vorne, dann würde ich sagen, stimmen wir ab. Achso, darf ich das auch machen? Ja, klar. Ach, ja, dann. Gut, dann hätte ich jetzt gerne für Wahlmodalität ein Zustimmungswahl, also entweder zustimmen oder nicht zustimmen. Ihr könnt zwei Kreuze machen, eine Stimme pro Kandidat, eure Handzeichen beziehungsweise euer Kartenzeichen. Vielen Dank. Dann zu Wahlmöglichkeit zwei. Einfache Mehrheitswahl, ein Pirat, eine Stimme, ihr könnt nur ein Kreuz machen bei einem der Kandidaten. 30, vielen Dank. So, gerade eben bei der Zustimmungswahl, also bei der Mahlmodalität Zustimmungswahl gab es 43 Zettel und bei der einfachen Mehrheitswahl gerade eben gab es 35. Damit habt ihr die Zustimmungswahl gewählt. Ihr habt die Möglichkeit zuzustimmen oder nicht zuzustimmen. Eine Stimme pro Kandidat, also im Höchstfall zwei Kreuze. So, ich habe aber noch was, um meinen lieben, netten Helfern. André, diese beliebte Frage mit dem leeren Stimmzettel, kannst du die doch nochmal beantworten, dass es klar ist? Also bei Akzeptanzwahl, wenn ich einen leeren Stimmzettel abgebe, was das bedeutet? Kein Kreuz zu machen? Die Frage war ja eben da und vielleicht doch mal kurz sagen, dass das dann zwei Neins sind, richtig? Ja, also, wenn ihr nicht zustimmt, also kein Kreuz macht, ist das ein Nein. Entsprechend, nehmen wir mal an, es gehen 100 Stimmzettel ein, davon sind bei Kandidat eins, Kandidat zwei, 50 nicht angekreuzt, hättet ihr 50 50, also 50 Ja, 50 Nein. Kein Kreuz ist ein Nein. Ja, um meinen Wahlhelfern die Arbeit zu erleichtern. Ihr habt den Stimmzettel, faltet den bitte so, dass meine Wahlhelfer oben drauf die Nummer lesen können. Hier steht Stimmzettel Nummer 1, der ist in, ich nenne es mal grün, achte bitte drauf, wenn er es faltet, faltet so, dass man den Stimmzettel lesen kann. Vielen Dank. Habe ich gemacht, habe ich auch gemacht. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch eins. Liebe Wahlhelfer, seid ihr an den Wahlurnen? Nein, ja genau, das ist schön. Kommt einmal kurz nach vorne, vor mich. Liebe Wahlurnen da hinten, Herr Babak oder wer auch immer. Dann habt ihr ja. So, liebe Versammlung, meine Wahlhelfer zeigen euch hier die leeren Wahlurnen. Eine fehlt noch. Ja, wobei der Kölner KV ist ja zur Zeit ein bisschen schnell, ne? Danke. Wie ihr euch überzeugen könnt, die Wahlurnen sind leer, liebe Wahlhelfer, schließt die Wahlurnen. Zu eurer Info, wir haben auf der linken Seite zwei Wahlurnen, auf der rechten Seite, also von euch links, eine Wahlurne und eine Wahlurne befindet sich draußen im Foyer, falls ihr ein bisschen spazieren gehen wollt oder sonst Zeit habt. Die Wahlurne Nummer vier draußen wird sich bitte um die Akkreditierung kümmern, nachher um die Bühne. Die Wahlurne zwei wird nachher noch zur Wanderurne und geht unten in Kindergarten, Presse und Orga und Orga. Mensa, Mea Kulpa. Gut, dann, ich wollte jetzt eigentlich einen Wahlgang eröffnen. Okay, dann eröffne ich hiermit den Wahlgang zum ersten Vorsitzenden, zur Wahl des ersten Vorsitzenden. Auch wenn ihr es bei Open Slides lesen könnt, rechts neben mir, Nummer eins ist für Michelle Marsching, Nummer zwei für Patrick Schiffer. Setz dich einfach laut durch, ich tue das auch. Was soll ich denn sagen? Du sagst, dass wir mit Beendigung des Wahlgangs Pause machen. Die Pausenzeit wird dann noch an Fremdiener geworfen, aber es wird ungefähr eine halbe Stunde sein. Vielen Dank. 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 Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, Vielen Dank. ... Vielen Dank. Vielen Dank. Hallo. Also, ... 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 Das soll ein Freiheitsserver sein. Ein Freiheitsserver, der aufgestellt wird, ist ein weiterer Knotenpunkt im Tor-Netzwerk, im anonymen Peer-to-Peer-Netzwerk FreeNet, im FreeDNS-Netzwerk, in der Google-Alternative, die dezentralisiert ist, JC, ein weiterer Knotenpunkt, und in der YouTube-Alternative, die auch dezentralisiert ist, dem Media-Goblin-Netzwerk, ein weiterer Knotenpunkt, also fünf auf einmal. Und diese Initiative, die fördert, dass so viele solche Freiheitsserver wie möglich aufgestellt werden. Wir haben ein fertiges Ausführungskonzept. Wir haben bereits vier Personen, die sich zu einem Tech-Team zusammengeschlossen haben, um diese Initiative technisch umzusetzen. Und wir haben bislang eine von vier gewünschten Personen, die ein Webseitenteam quasi bilden. Denn diese Initiative, die wird auch noch eine Webseite brauchen. Und ich stehe hier, um mehr Leute für dieses Webseitenteam zusammenzubekommen. Diese Initiative ist bislang nur schuldend gedacht. Und sie kann nur dann in die Realität umgesetzt werden, wenn wir jetzt noch drei Leute finden, die sagen, ja, ich würde diese Initiative gern tatkräftig unterstützen, indem ich mich in einem Webseitenteam anschließe. Die Anforderung für dieses Webseitenteam ist, ihr müsst koordinieren und ihr müsst es euch zutrauen, dass ihr eine Seite, eine Webseite erstellt und online setzt und betreibt, die ähnlich wie die 512K-Aktion ist. Ihr erinnert euch noch vom letzten Jahr. Und deshalb, wenn ihr die Fähigkeiten dazu habt, dann meldet euch bitte bei mir. Ich bin hier nach wie vor in diesem Raum ansprechbar hierfür, damit wir endlich diese letzten drei Leute zusammenbekommen, damit das umgesetzt werden kann. Eine Person fürs Webseitenteam reicht nicht. Es sollten schon vier sein. Also von daher, macht das bitte. Das ist eine politisch wichtige Initiative. Das ist auch keine Spielerei. Denn diese technischen Lösungen, die wir vorantreiben, die stärken uns in den Parlamenten den Rücken, weil sie Überwachung teurer machen und unwirksamer machen. Und das brauchen wir dringend. Ich muss aber ansprechen, dass es da noch ein weiteres Problem mit dem freien und offenen Internet gibt. Und das ist das wichtigste Prinzip des Internets. Die Netzneutralität am Dienstag, am 27. Oktober, also wir haben heute 24. in drei Tagen, auf dem EU-Parlament auf dem Verhandlungstisch steht. Und es sieht nicht gut aus. Es wird abgestimmt, das Telekom-Paket. Das Telekom-Paket regelt Roaming und Netzneutralität. Das Telekom-Paket sieht so aus, dass da ein Tauschhandel vollzogen wird. Wir bekommen als Geschenk ein vorgezogenes Ende von Roaming, aber das auch nur teilweise. Und der Preis dafür ist die Netzneutralität. Ein denkbar schlechter Tauschhandel. Und es gibt Änderungsanträge im EU-Parlament, die etwas daran ändern möchten, die das Telekom-Paket zu einem Pro-Netzneutralitätsgesetz machen wollen. Das sind die Änderungsanträge 2 bis 24. Und was ich von euch möchte, ist, dass ihr diese letzten Tage, also heute noch Sonntag, E-Mails an Abgeordnete im EU-Parlament schickt und sagt, dass sie gefälligst die Netzneutralität da reinbringen müssen. Und am Montag ist der letzte Tag, wo man das auch noch über Telefon machen kann. Es gibt eine Internetseite, die heißt save-the-internet.eu. Und über diese Seite kann man kostenlos die EU-Abgeordneten anrufen. Ich habe es schon vielfach getan, hundertfach offen gesagt, nicht nur Telefon, auch E-Mail zusammengerechnet. Und ich bitte euch, dass ihr das auch macht, denn wir kämpfen seit über zwei Jahren für die Netzneutralität. Und jetzt, diese letzten Tage, das ist der Showdown für die Netzneutralität. Und Dienstagabend wissen wir dann, hat die EU Netzneutralität oder hat sie sie begraben? Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ja, lieber Slash, ich habe dich von Anfang an mit dieser Initiative unterstützt. Das weißt du. Ich habe das an den Bufo herangetragen. Ich habe dafür geworben. Ich finde, diese Initiative ist genau das, was Michelle und ich eben gesagt haben. Wir müssen frech gehen. Wir müssen uns auf unsere Kompetenzen wieder zurückbesinnen und nach vorne gehen mit solchen Aktionen und diese Dinge und diese Infrastruktur anbieten, weil es das ist, was uns ausmacht. Danke dafür. Ich habe eine Frage. Da steht, sehr allgemein, Leute fürs Webseitenteam gesucht. Ich habe den Bundesvorstand angeschrieben, habe gesagt, wenn ihr keine Leute findet, ich bin da. Ich kann nicht als Webdesigner da arbeiten. Das geht nicht. Aber ich habe Leute in NRW, die Webdesign machen und ich kenne genug Piraten, die Webdesign machen, die sich aber anscheinend nicht getraut haben, sich da zu bewerben. Was es mir erleichtern würde, wäre mal so ein paar Anforderungen zu erfahren, worum es da geht. Also muss man HTML4 sicher sein, muss man CSS3 sicher sein, JavaScript, PHP, MySQL, diese Anforderungen, die einfach an einen Webdeveloper oder einen Webdesigner gestellt werden. Wie sieht das aus? Was habt ihr da vor? Wir haben ja vor einem Jahr diese 512k-Aktion gemacht. Dazu haben wir extra eine Internetseite aufgesetzt. Ihr habt das vor Augen, wie das so vom Aufbau war. Im Grunde genommen möchten wir das Gleiche bloß mit anderem Farbanstrich machen. Es ist technisch identisch. Es hat halt nur eine andere Ausrichtung. Okay, also das heißt, ihr habt schon ein fertiges Template, was einfach nur neu gestaltet werden müsste? Das hingegen nicht. Also es müsste schon von neu angefangen werden und die Fähigkeiten dafür wären, Webdesign müsste man können, aber auch, wie gesagt, diese ganzen Sachen, die es da auf dieser 512k-Seite gab. Okay, alles klar. Dann weiß ich Bescheid. Danke. Keine weiteren Fragen, sonst gehe ich dann hier mit und bin ansprechbar für flüchtige Bewerbung für ein Webseitenteam. So, ich sehe den Wahlleiter. Wir haben zwar noch nicht ganz Viertel vor, wir hatten ja gesagt, die Pause ist bis Viertel vor. Achso. Hatten wir gesagt. Genau, der Gero sagt das, glaube ich, ganz richtig. Beschließen können wir nichts und auch nichts verhandeln, aber man kann natürlich was verkünden. Ich glaube, das tut nicht weh. Du hast ja mehrere Sachen zu verkünden. Du wirst wahrscheinlich noch eine Kandidatenliste öffnen. Ich kann die Datenliste öffnen. Ja, habe ich doch schon. Ich habe zwei öffnen. Ja, gut. Ich habe zwei Kandidatenliste öffnen. Ja, dann mach mal. Gut. Liebe anwesende Versammlung, ich habe ein Ergebnis. Und zwar, erst mal die Formalia zur Wahl des ersten Vorsitzenden der Piratenpartei NRW. Ja, danke, Open Slides. Ja, dann bleibt mir nur noch das zu sagen. Michelle Marsching hat 56 Stimmen erhalten. Patrick Schiffer, 88 Stimmen. Abgegebene Stimmzahl 122, ungültig 1. Patrick Schiffer, damit wärst du von der Versammlung gewählt. Du darfst auf die Bühne kommen. Ja, mir bleibt jetzt nur noch zu fragen. Lieber Patrick, nimmst du die Wahl deiner Versammlung an? Mal gut überlegen. Ja, vielen Dank für das Vertrauen. Ihr seid geil. Danke. Und ich möchte dazu noch ergänzen. Ich nehme den da mit und ich nehme auch die Ideen mit, die der eingebracht hat und ich werde mit dem supergeil zusammenarbeiten. Danke. Also Punkt 1, Glückwunsch, Paki. Wir haben gerade schon drüber geredet. Ich glaube, hier hat keiner verloren. Aber selbst wenn ich jetzt diese Kandidatur zurückgezogen hätte, in letzter Sekunde, ich glaube, diese Diskussionen, die wir gerade geführt haben, dieses Gespräch und dass man sich kritisch miteinander auseinandersetzt, das war für alle ein Gewinn und ich möchte euch danken, dass wir das überhaupt so in dieser Form hinbekommen haben, dass das auch so diszipliniert abgelaufen ist. Ich finde euch toll. Weitermachen. Vielen Dank. Applaus So, ich nochmal. Wir haben zwei offene Kandidatenlisten. Einmal die Wahl zum stellvertretenden Vorsitzenden und die Wahl zum Schatzmeister. Beide Kandidatenlisten sind noch offen. Zur Kandidatenliste des stellvertretenden oder der stellvertretenden Vorsitzenden möchte ich jetzt um den letzten Aufruf bitten. Sollte noch jemand von euch sich in der Lage fühlen, gedanklich, körperlich, geistig und es machen, zur Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden, so möge er jetzt bitte noch kurz an mein Wahlbüro unten kommen und seine Kandidatur abgeben. Was möchte der Jürgen denn? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Gut, liebe Versammlung, lasst uns weitermachen. Wir wollen heute noch frühzeitig ins Bett. Ja, ich habe gehört, ihr wollt morgen um 7 Uhr hier sein. Ja, also bitte. So, ich, wenn ich jetzt keinen mehr sehe, der zu mir rennt und sagt, er möchte unbedingt noch als stellvertretender Vorsitzender oder stellvertretende Vorsitzende kandidieren, was nicht der Fall ist, schließe ich hiermit die Kandidatenliste für den stellvertretenden oder die stellvertretenden Vorsitzenden. Ja, Losen der Listenreihenfolge haben wir abgeschafft. Liebe Kandidaten, lieber Dennis und lieber, ja, Bastl, komm. Also, ihr könnt gerne nach vorne kommen. Kandidatenvorstellung, sofern ihr möchtet. Dekomvk, also wäre der Dennis Deutschkämer als erstes. Ja, möchtest du dich vorstellen? Dann komm bitte auf die Bühne. Bist du fertig? Ja. Gut, dann bitte. Gut. Ich bitte um Ruhe. Ja, ich bitte auch um Ruhe. Der Dennis möchte sich vorstellen und ihr möchtet leise sein. Danke. Irgendwie ist dieses Mikro hier, das ist nämlich krass. Genau. Jetzt habe ich da so einen Film, zehn Minuten, korrekt. Ja. Hallo, mein Name ist Dennis Deutschkämer. Ich bin mit 26 Jahren hier, glaube ich, einer der jüngeren Kandidaten. Ich möchte nicht sagen, der jüngste. Und komme aus dem Kreis Herford, das ist im Nordosten von NRW. Ich bin seit dem September 2014 im Landesvorstand, damals als Beisitzer, beziehungsweise immer noch als Beisitzer gewählt. Und ich bin immer noch motiviert. Ich bin motiviert, wenn ich an die über 200 Mandatsträger denke, die auf allen Ebenen ihre Arbeit tun. Ich bin motiviert, wenn ich an die politische Arbeit denke, die vollrichtet wird. Und ich bin motiviert, wenn ich an die politischen Folgen denke und wenn ich diese sehe. Wir haben durch Julia Reda die Urheberrechtsreform verfasst und diese durch das Europäische Parlament bekommen. Wir haben die Piratenfraktion im Landtag NRW, hat Freifunk zur Landessache gemacht. Das ist ein unglaublicher Erfolg. Auf kommunaler Ebene haben wir für Bürgerbeteiligung gesorgt, wir haben die Haushalte geöffnet und wir haben es geschafft, für eine bessere Situation der Flüchtlinge zu sorgen. Auf fast jeder Kommune, wo wir drin sind. Schon das sind unsere Fußabdrücke, die noch nicht mal zehn Jahre nach dem Bestehen. Schon in der Vergangenheit haben eben sehr viele Leute auch diese Partei für tot oder überflüssig erklärt. Sei es der politische Gegner, sei es die Presseblätter, die uns das tatsächlich seit Jahren, also seit 2006 erinnere ich mich immer daran, die Piraten sind tot, sie sterben. Was die Crew-KV-Kriege, die hier einst herrschten. Und jedes Jahr aufs Neue gelingt es irgendwie nicht. Aber, und das tut mir besonders weh, wenn das ehemalige Piraten tun, uns diese für tot erklären. Aber zu keinem Zeitpunkt hatte diese Partei mehr politische Anträge in dem Parlament. Zu keinem Zeitpunkt hatte diese Partei mehr politischen Erfolg als jetzt. Und zu keinem Zeitpunkt war diese Partei so professionell wie jetzt. Wir alle sind die Piratenpartei. Jeder von uns trägt die Verantwortung dafür, wie es dieser Partei geht und wie diese Partei wahrgenommen wird. Es gibt einen Spruch, und dieser ist nicht ganz falsch, dass wenn die anderen Parteien doch nur Piratiker werden würden, wir dadurch überflüssig werden würden. Doch das sehe ich seit Jahren nicht. Die Grünen zum Beispiel, denen es irgendwie als ehesten zugesprochen wurde, dass sie uns obsolet machen könnten. Die übrigens auch selber sagen, dass die Gründung der Piratenpartei das Versagen der eigenen Partei ist. Backern unsere Themen nicht ernsthaft. Sie tun so, sie machen so und sagen, ja, so ein bisschen Netzpolitik, das machen wir auch. Guckt mal, wir fordern auch irgendwie 50 Mbit für jeden, was in keinster Weise mit unseren Idealen, mit unserem Menschenbild und mit unserer Methodik übereinstimmt. Stattdessen geht man auf Landesebene, kriegt man der SPD quasi noch weiter in den Hintern, stimmt Anträge ab, die quasi selbst gegen grüne Politik und gegen grüne Ideale verstößt, einfach nur, um irgendwie Politik vorzugaukeln. Und ich hatte mal einen Spruch gesagt, und vielleicht merken jetzt auch einige, woher diese Rede kommt. Sie pinkeln auf uns und versuchen es als Regen zu verkaufen. Wir sind die einzige Partei, welche den Umschwung der Digitalisierung, der Automatisierung für unser Sozialsystem nicht nur erkannt hat, sondern auch Lösungen dafür ausarbeiten. Wir sagen nicht, ja, irgendwann haben wir Vollbeschäftigung. Also wir arbeiten Lösungen dafür aus, was die Automatisierung alles für einen Umschwung für unser Wirtschafts- als auch unser Gesellschaftssystem mitbringt. Und tatsächlich, ich brenne für diese Partei, ich bin quasi mit ihr aufgewachsen, mit ihr politisiert worden und für mich ist quasi die Farbe der politischen Zukunft weiterhin orange. Und ja, jetzt wird ja, ich höre da vorne schon, das hat die CDU auch, aber ich glaube, wir sind die wahren Orangen und die CDU hat da irgendwie nur ein bisschen was anderes. Und das möchte ich den anderen Parteien zeigen, deswegen kandidiere ich hier übrigens auch als stellvertretender Vorsitzender. Ich möchte den Landesvorstand auch weiterhin darin unterstützen, das Selbstbewusstsein dieser Partei zu stärken. Ich möchte dazu beitragen, die Arbeit dieser Partei auch nach außen zu tragen. Bei der aktuellen Politik gibt es kein Aufgeben, da gibt es nur Aufgaben. Deswegen bin ich Pirat und deswegen kandidiere ich auch hier. So, jetzt habe ich, krass, die Hälfte verbraucht, ich habe diese Rede tatsächlich, ich muss es gestehen und vielleicht haben es auch einige erkannt, ein bisschen recycelt. Ich habe diese schon einmal gehalten. Leider und entschuldige ich mich jetzt für, also es ist meine Rede, also nicht, dass ich sie von jemand anderem kopiert hätte. Ich habe sie von mir kopiert. Aufgrund der Organisation für den Landesparteitag kam ich jetzt nicht dazu, noch irgendwie groß was zu verfassen und zu schreiben. Ich hoffe, das reicht als politische Rede. Denn tatsächlich geht es hier auch um dieses Amt, um eine politische Vision. Jetzt zu sagen, ich ziehe mich vollständig aus irgendwie so organisatorischen Dingen raus, das kann ich glaube ich nicht, das möchte ich auch irgendwie nicht. Aber ich glaube und ich denke auch daran und ich hoffe, dass ihr diese Meinung teilt, dass ich diese Partei nach außen repräsentieren kann und auch darf. Was würde ich anders machen? Beziehungsweise Michelle, als auch Paki haben hier Dinge anders gesagt, die anders laufen sollten. Ich hoffe, man versteht mich. Wir müssen uns weiter, also so wie die kommunal, also ich zum Beispiel Lukas, ich gucke hier auch immer wieder die ganze Zeit, tatsächlich einer der ersten Menschen, mit dem ich so in dieser Partei, der was zu sagen hatte, zu tun hatte und er wird schon irgendwie rot und versinkt im Stuhl. Nein, tatsächlich ist es so, er ist unser Kreispate vom Landtag und ich denke mal, dass wir sowas auch vom Vorstand machen müssen, wobei es dann natürlich auch geht, hey, sowas planen wir im Vorstand, da können wir euch mitnehmen, da möchten wir mit euch auch Fragen klären, wie können wir das angehen. Denn diese Kampagnenfähigkeit, und ich glaube, da kann jetzt jeder ein Lied von singen, da müssen wir krass dran arbeiten, dass wir wenigstens eine Schlagkraft haben. Denn wir sind keine Partei der Einzelkämpfer, auch wenn das manchmal so rüberkommt, sondern ich denke mal, dass wir wirklich sehr gut miteinander nicht nur zusammenarbeiten, sondern auch sehr gut unsere Kräfte bündeln können. Das ist so ein Anliegen da von mir, dann, ja, ich kam hier vor einem Jahr, ein bisschen länger, stand ich vorne und hatte irgendwie einen Zehn-Punkte-Plan, was ich alles machen möchte. Davon habe ich anderthalb, vielleicht zwei, abgearbeitet, weil ich gesehen habe, dass die anderen acht Punkte nicht wirklich relevant sind für diesen Landesverband, beziehungsweise nicht wichtig genug. Es gibt viel wichtigere Sachen, die ich gemerkt habe in meiner Zeit, danke, die ich gemerkt habe in meiner Zeit, und da möchte ich mehr ansetzen auch. Dann auch eben den politischen Geschäftsführer, beziehungsweise eben auch Paki darin unterstützen und eben so gut wie es geht, diese Partei nach außen zu repräsentieren, was übrigens nicht nur die Aufgabe des Vorsitzenden ist, sondern uns eines jeden, denn wir sind die Piratenpartei und wir repräsentieren diese Partei nach außen. Wie Michelle es vorhin so schön sagte, sprecht die Leute an, sagt ihnen, warum ihr Piraten seid und sagt ihnen, warum wir die Piraten brauchen. Ja, gut, ich habe jetzt, sonst schwall ich hier wieder rum. Ich habe da eigentlich noch drei Minuten, aber ich mache da mal Schluss. Danke, Dennis. Und bevor der Sebastian jetzt was sagt, noch eine ganz dringende Durchsage für alle, die noch etwas Warmes essen möchten. Ihr habt noch Zeit bis 16 Uhr, das ist sehr knapp. So lange gibt es noch warmes Essen. Getränke, Brötchen und Snacks gibt es natürlich auch noch weiterhin. Aber warmes Essen ist gleich vorbei. So, dann den zweiten Kandidaten, den Sebastian. Bitte. Ja, vielen Dank. Ich bin jetzt noch nicht ganz so lange im Landesvorstand dabei. Ich habe jetzt so vier, fünf Monate Zeit gehabt, mich umzustellen. Und diese Umstellung war auch notwendig. Es ist etwas ganz anderes, im Landesvorstand zu arbeiten, als im Kreisverband. Im Kreisverband, da hat man die Situation, dass die Personen, mit denen man zu tun hat, quasi um die Ecke wohnen und man sich wöchentlich face-to-face sieht. Im Landesvorstand hat man regelmäßige Sitzungen im Mammel. Und man versucht, dann und wann halt irgendwie auch sich zu treffen und auch face-to-face zu diskutieren, zu reden, Probleme aus der Welt zu schaffen, vielleicht irgendwelche Misverständnisse auszuräumen. Das ist im Landesvorstand schwieriger. Im Kreisverstand hat man auch neben der Vorstandsarbeit oft miteinander zu tun. Man geht zusammen auf Infostände. Man geht zusammen auf Podiumsdiskussionen, wenn Wahlkampf ist. Man organisiert noch viel nebenher. Man hat miteinander Plakate aufgehängt. Man verteilt zusammen Flyer in Briefkästen. Man hat viel mehr mit den Personen, mit denen man zusammenarbeitet, zu tun. Im Landesvorstand braucht man eine gewisse Zeit, um die Personen, mit denen man arbeitet, vernünftig einschätzen zu können, wie sie etwas meinen. Nicht jedes Wort, was man in einer E-Mail liest, ist auch so gemeint. Nicht jedes Wort, was auf Twitter geschrieben wurde, ist auch so gemeint. Und wenn man das von Face-to-Face zu hören bekommt, dieses Wort oder Worte, die man falsch verstehen kann, dann nimmt man die ganz anders wahr. Man hat den Gesichtsausdruck mit dabei, man hat Mimik und Gestik mit dabei. Und ich habe das Gefühl, dass bei den Piraten halt dieses Wissen darum, dass ein Wort, was geschrieben dort so hart steht, anders gemeint sein kann, völlig ignoriert wird. Es wird viel zu wenig im Hinterkopf behalten, dass das Wort auch anders gemeint worden ist, dass eine Aussage anders, in einem anderen Kontext eine ganz andere ergibt. Und wir versteifen uns viel zu oft darauf, dass Aussagen, wie man sie einmal wahrgenommen hat, immer so stehen bleiben, wie man sie damals oder einmal erlebt und wahrgenommen hat. Wenn man den Kontext dahinter versucht zu verstehen und ein bisschen nachforscht, ein bisschen recherchiert, warum diese Aussage so getroffen worden ist, dann ergibt sie eine andere Aussage, dann ergibt sie mit dem Bezug zu dem, was vorher passiert ist, vielleicht nicht eine ganz so krasse Meinung, wie man sie ursprünglich wahrgenommen hat. Das trifft natürlich auf jegliche Kommunikation zu, aber weil wir uns halt viel online und viel mit Texten unterhalten und kommunizieren, trifft es bei den Piraten doppelt zu, dass so etwas schief gehen kann. Ich möchte euch alle bitten, wenn ihr künftig Aussagen hört, die euch nicht gefallen, die euch zu scharf formuliert sind, vielleicht mal ein Stück zurückzugehen und nicht sofort zu reagieren, sondern ein Stück zurückzutreten und zu schauen, wie ist der denn auf diese Aussage gekommen? Wie kann dem nur einfallen, so etwas zu sagen? Es gibt da innere Gründe für. Gründe, die ihr vielleicht nicht kennt, die man aber in Erfahrung bringen kann. Und ich sage das deswegen jetzt zu Anfang meiner Rede, weil wir in den letzten Monaten, Wochen halt nicht nur Austritte hatten, weil wir mahnen, sondern halt auch, weil es Aussagen gab, die teilweise schon vor Monaten getroffen worden sind, die dazu geführt haben, dass sich Menschen von der Partei abkehren. Vielleicht sind sie noch nicht ausgetreten, aber sie sind innerlich ein bisschen weiter weggegangen. Vielleicht zahlen sie auch noch Beiträge, aber sie arbeiten nicht mehr aktiv mit. Das sieht man auch bei einigen Entwicklungen in den KVen, wo die Leute ihr Ratsmandat behalten, aber mit dem Pirat nichts zu tun haben wollen. Die haben meiner Meinung nach zu wenig miteinander gesprochen. Die haben sich zu sehr darauf verlassen, dass das, was irgendwo mal stand, genauso gemeint ist, wie sie es wahrgenommen haben. Und das stimmt ganz oft nicht. Manche haben auch einfach eine ganz andere Diskussionsgeschichte, Diskussionskultur hinter sich. Die haben eine andere wie ihr. Die meinen das, was sie geschrieben haben, nicht zwingend so, wie ihr es wahrnehmt. Das ist mir ganz wichtig, dass das vielleicht mitgenommen wird. Okay, zu mir. Ich habe mich in den LAFO eingearbeitet und finde die Person, mit denen ich zu tun habe, ganz wunderbar. Ich war überrascht, wie sehr kollegial miteinander umgegangen wird. Wenn man den LAFO von außen betrachtet, dann bekommt man vielleicht diese oder jene Sache mit, weil sie öffentlich diskutiert wird. Ich glaube, dass das Bild von außen im LAFO ein ganz anderes ist, als wenn man im LAFO selber ist. Ich hatte mir das grantiger, kantiger vorgestellt und nicht so kollegial. Wir sind nett, genau. Also nicht nur wir, sondern alle. Ich würde sehr, sehr gerne im LAFO weiterarbeiten. Ich finde es gut, dass der Dennis sich auch für den Stellvertreter bewirbt. Ich glaube, er hat ein bisschen mehr Zeit für Piraten. Ich habe auch noch so ein bisschen was mit Privatsachen, also mit Family-Sachen zu tun und habe auch ein Mandat im Ausschuss der Stadt Münster. Und ich würde natürlich auch weiterhin ganz gerne im KV Münster mich einbringen, damit wir halt unsere Menschen vor Ort, unsere Basis, die vor Ort arbeiten, nicht verlieren und dass wir sie mehr motiviert bekommen. Und das gilt auch für alle anderen KVs, VKVs, Crews, halt die Basis, dass wir die Menschen wieder ein bisschen mehr begeistern müssen. Vorhin wurde ganz viel gesprochen von, wir brauchen Geld, um das und das zu tun. Wir brauchen mehr Spaß bei der Politikgestaltung. Ich glaube, wir brauchen aber auch einfach mal ein bisschen Spaß mit uns. Also nehmt euch auch Zeit, einfach Piraten zu treffen und einfach mal, wenn das Wetter gut ist, draußen am See zu sitzen und einfach mal über ganz andere Sachen zu quatschen, um den anderen Menschen auch mal auf einer anderen Ebene kennenzulernen. Was der irgendwie an Erfahrung gesammelt hat bisher in seinem Leben, nicht nur in der Partei, nicht nur in der Politik, sondern was ihn überhaupt dazu geführt hat, bei den Piraten sich zu engagieren. Wenn man halt so ein bisschen das Verständnis für andere Menschen aufbringt, dann ist es einfach viel, viel einfacher, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und wenn man halt gerne miteinander arbeitet, dann macht es auch sehr viel schneller unheimlich viel Spaß. Und ja, das wäre etwas, wofür ich auch gerne zur Verfügung stehen würde. Es ist mir nicht möglich, bis zum Wahlkampf in den nächsten 18 Monaten alle Kommunen zu bereisen und überall irgendwie Piratenstammtische zu bereisen und vielleicht einfach mal reinzuhorchen und Tipps zu geben, was man machen kann. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich, wenn ich wieder in den Landesvorstand gewählt werde, dass ich mich dann dafür einsetzen werde, dass wir noch einfacher irgendwie Infostände organisiert bekommen. Vielleicht mache ich auch einfach mal so einen Infostand mit euch dann vor Ort und zeige, was möglich ist. Wir haben zum Beispiel in Münster einen fahrbaren Infostand. Das ist ein super Ding, weil du brauchst keine Genehmigung. Du brauchst gar nicht beantragen, dass du einen Infostand hast, weil den kannst du wegschieben. Und dann kannst du halt einfach loslegen. Du hast Zeit, fünf Minuten, fünf Stunden, das Wetter ist toll, schnappst dir den Infostandwagen, Fahne dran, Sonnenschirm drauf und dann schiebst du den durch die Innenstadt. Kann dir keiner was tun. Du brauchst keine Genehmigung für gar nichts. Ja, und das ist ganz witzig, weil man halt dann auf einmal auch ganz andere Gegenden seiner Stadt halt mit Infoständen beglücken kann. Ja, da kommt man normalerweise nicht hin. Ja, dann glaube ich, bin ich fertig. Ich würde mich freuen, wenn ich mit dem Dennis zusammen den Park unterstützen kann. Ich würde mir vielleicht ein bisschen mehr irgendwie die Aufgabe geben, mit der Partei intern zu kommunizieren und euch ein bisschen mehr zu begeistern. Also nicht euch, die ihr hier seid. Ich glaube, ihr seid begeistert genug. Aber die, die heute nicht hier sind, obwohl sie wollten oder konnten. Dankeschön. Danke, Sebastian. So, wenn ihr möchtet, könnten wir jetzt auch die beiden ein bisschen grillen. Also wer Fragen hat, bitte das Saalmikro. Und ihr beide kommt auf die Bühne, super. Und Harald Sachs am besten vorher, wen du fragen möchtest. Und ein bisschen, wenn ihr es schafft, nicht allzu ausschweifend in der Einleitung zu sein, sondern euch auf die Frage zu konzentrieren, fände ich das gut. Kein Thema. Frage an beide. Der Vorstand hat ja wirklich sehr gut funktioniert und miteinander gearbeitet, wie ich das jetzt so wahrgenommen habe. Und das ist, wenn man Teil meiner Frage, wie habt ihr das gemacht? Habt ihr eine Kreide gefressen? Was ist der Grund gewesen? Und was aber wichtiger ist jetzt, die wirkliche Frage ist, als Landesvorstand Nordrhein-Westfalen müssen wir natürlich unsere Dinge noch besser auf die Reihe kriegen als bisher. Also da ist durchaus auch eine Menge zu tun. Aber wie seid ihr dabei, auch mit anderen Landesvorständen zu schauen, euch auszutauschen, um im Endeffekt auch piratisch Dinge zu übernehmen, die wir bei uns nutzen können aus anderen Landesverbänden, wo die gute Erfahrungen gemacht haben. Also sozusagen dieses Lernen von Piraten für Piraten. Haben wir Kreide gefressen? Ich ja. Nee, weiß ich nicht, kann ich ja ohne Flachs mit umgehen. Wenn ich, das ist ja nicht irgendwie ein Kunstprojekt von mir alleine oder sowas, das ist ja Quatsch. Und deswegen muss mein Wille eben auch zum Willen der, also wenn das demokratisch ist, dann muss das eben zurückgestellt werden. Und dann habe ich gesagt, gut, jetzt ist das nicht so, wie ich das vielleicht wollte, aber ich werde alle anderen Entscheidungen eben, ich werde diese Entscheidung mittragen. Und das ist vollkommen in Ordnung. Und dadurch haben wir eben diesen schönen Prozess hingekriegt, dadurch hat das funktioniert. Und so musste, ich denke mal rein vom Subjektiv, musste jeder Kreide fressen und sagen, okay, ist jetzt nicht so geworden, wie ich haben wollte, aber es geht um die Sache, es geht ja nicht um irgendeine Person. Und ja, damit ging es eigentlich weiter. Vernetzung, ich glaube, der zweite Part war Vernetzung. Ja, also ich kenne fast alle Landesvorstände, ich glaube, außer der in Sachsen jetzt neu gewählt wurde teilweise, kenne ich irgendwie so alle Landesvorstände, aber da muss ich jetzt auch selber gestehen, außer ein Bierchen zu trinken und sich über viele Dinge zu unterhalten, kann man da auch noch bessere oder dickere Autobahnen schaffen, was den Austausch angeht. Ansonsten bin ich immer dabei, sehr viele Ideen, sehr viel abzuschauen. Ich bildere quasi Ideen auch bei anderen Parteien, ich bildere sie bei NGOs, ich bildere sie eben auch aus anderen Landesverbänden, indem ich sie besuche zu ihren Ausstellungsversammlungen oder Parteitagen, Mitgliederversammlungen, was auch immer. Ich möchte auch arbeitsweise eben eine andere kennenlernen als unsere. Ja, ich fange mal hinten an. Also die Vernetzung der Landesverbände untereinander findet ja oft auch organisiert statt, zum Beispiel bei der Marina Kassel. Da treffen wir uns jetzt im Dezember zum Beispiel nochmal, das erste Mal, das zweite Mal im Jahr. Ansonsten findet natürlich auch noch das Mambel statt, die Marina Mambel. Und du hast speziell danach gefragt, erfolgreiche Modelle aus anderen Landesverbänden zu importieren, zu kopieren, wie auch immer. Um die erfolgreichen zu kopieren, brauchst du die gar nicht kennen. Da reicht es, wenn du irgendwie in die Medienlandschaft guckst, auf gewisse Medienlisten schaust und wenn da halt die Reaktionen entsprechend sind, dann kannst du gucken, wie haben die das denn gemacht. Und dann kannst du halt schauen, ist das auch was für NRW. Und das ist dann das Zweite dazu. Und erfolgreiche Sachen in Bayern oder erfolgreiche Sachen in Bremen sind noch lange nicht erfolgreich für NRW. Das sind einfach auch verschiedene Landesverbände, die aus verschiedensten Gründen andere Sachen priorisieren. Von daher müssen wir schon irgendwie den Fokus NRW setzen, wenn wir in NRW was Erfolgreiches suchen. Und Kreide gefressen habe ich nicht. Nein. Ich habe lediglich eine andere Perspektive eingenommen und geschaut, was passiert da eigentlich. Und wenn du halt dann von einer zweiten Perspektive aus dasselbe Geschehen betrachtest und dann halt auch noch ein paar interner mitbekommst, dann bildest du dir auch eine neue Meinung. Ja, ich habe eine Frage an beide. Und zwar erstmal, ich finde es voll cool, dass ihr kandidiert und dass ihr euch das so zutraut. Respekt. Ich finde das auf jeden Fall sehr gut. Meine Frage an euch ist, könnt ihr kurz so irgendwie in drei bis fünf Punkten wiedergeben, warum ihr gerade stellvertretende Vorsitzende werden wollt? Beziehungsweise würdet ihr das machen mal bitte. Also für den ersten Vorsitzenden hätte es bei mir rein zeitlich überhaupt gar nicht gereicht. Also ich bewundere es bei Paki, dass er das auf die Reihe bekommt. Ich habe eine 45 Stunden Arbeitswoche und dann habe ich Familie, dann habe ich ein Mandat im Ausschuss und möchte vielleicht auch dann und wann so ein ganz klein bisschen Freizeit haben. Und da ist es dann schon irgendwie eine andere Arbeitsbelastung, ob du den ersten Vorsitzenden machst, der ständig ansprechbar sein sollte, für Außenstehende vor allem. Oder ob du... Bitte? Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Ist da eine Frage beantwortet? Okay. Korrekt. Ich bin der Beisitzer von den zwei Kandidierenden und warum möchte ich den sogenannten 2V machen, wie es so schön heißt. Also ich habe diesen Beisitzer auch als eine Art Praktikum gesehen, dass man vieles machen kann, auch einiges ausprobieren kann, wie es der Stahlrapp sehr schön heute einleitend auch gesagt hat, um Erfahrungen zu sammeln. wäre ich, hätte ich damals 2V, hätte ich kandidiert gewählt worden, ich hätte versagt. Und jetzt traue ich mir das zu. Vielleicht bin ich auch etwas eitel, dass ich sage, ich traue mir das zu, das auch nach außen zu repräsentieren. Ich sage auch nochmal, danke, dass ihr kandidiert und gerade beim Dennis, du erinnerst dich an Telefonat, was wir vor Jahren gehabt haben, da habe ich dir massiv abgeraten, für so eine vordere Position zu kandidieren und muss also sagen, ich bin absolut begeistert, wie du dich entwickelt hast über die Jahre und traue dir das eben auch wirklich zu. Die Frage, die ich noch habe, ist unser entscheidendes Problem in der Piratenpartei ist ja im Moment auf der einen Seite Weiterentwicklung der Programmatik, aber auf der anderen Seite aktive Mitglieder. Also dieses alte Thema Mitmachpartei und Denk selbst ist ja zumindest nur noch punktuell richtig wahrnehmbar in ganz wenigen KVs und VKVs und speziell aus dem Blickwinkel des zweiten Vorsitzenden habt ihr Ideen, was ihr machen wollt, damit einfach vor Ort Prozesse sich entwickeln, wo wir an neue Mitglieder rankommen und eben Menschen begeistert werden vor Ort, die dann eben die Piratenpartei Basis auch wieder stärken mit ihren Ideen und ihren persönlichen Erfahrungen auch dann. Ja, also ich sage mal so, mit Stammtischen ist es nicht getan. Stammtische hatten wir jetzt irgendwie seit 2008 und das war anfangs irgendwie was Spannendes für die Menschen. Da ist eine Partei, die macht einfach so Stammtische. Das machen ja andere Parteien übrigens auch, nur die kommunizieren das anders. und da kann jeder hin und mitdiskutieren. Dieses Neue ist vorbei. Wir machen das Gleiche auch mit unseren Ratsgruppensitzungen und Ratssitzungen und Fraktionssitzungen. Da kann jeder hin und dabei sein. Mitglieder zu akquirieren funktioniert nur, indem man halt die Menschen dort anspricht, wo man keine Piraten erwarten würde. Und ich glaube, das ist halt eins der Mankos der Piratenpartei. Ja, wir klumpen uns viel zu sehr immer als Piraten zusammen. Mir ist das aufgefallen bei der TTIP-Demo in Berlin. Ich bin ein bisschen zu spät angekommen und die ganzen Parteien sind irgendwie schon losgezogen Richtung Siegessäule und ich steckte da in der Masse hinten fest mit meiner Schwester zusammen und ich habe Piraten gesucht. Und ich habe da eine Fahne gesehen und da eine Fahne gesehen. und ich habe jetzt im Nachhinein erkannt, dass diese Suche nach Piratenfahren auch ein Problem ist. Weil man klumpft sie dann halt zusammen und man wird gar nicht mehr wahrgenommen. Da hinten sind die Piraten. Ah ja, okay. Und wo geht es weiter? Ja, das war bei den Grünen ähnlich. Es gab nur ein ganz paar vereinzelte Piratenfahnen dann tatsächlich vorne bei der Siegessäule, die dann irgendwie so auch für die Medien so ein bisschen Präsenz gezeigt haben und wo dann auch die Leute, die Fahnenträger angesprochen haben, ach, euch gibt es noch und so. Unter anderem mich. Das war ganz witzig, dass ich da auf einmal dann direkt vor der Bühne mit unserer großen Fahne stand und mit meiner Schwester zusammen da auf die Bühne geschaut habe. Und auf einmal kamen dann Leute zu uns, weil die sich dort an der Fahne verabredet hatten. Das war die einzige große mit Piratenfahne drunter. Also alle anderen Fahnen tauchten mehrfach auf. Ganz viele Linke und ganz viele Grüne und hast nicht gesehen. Sprich, wir sollten halt uns nicht so verklumpen, immer dahin gehen, wo Piraten sind, sondern einfach dahin gehen, wo keine Piraten sind, wenn wir neue Piraten finden wollen. Genau. Jemand sagte mal, diese Partei müsste von innen heraus repariert werden. Stimmt. Irgendwie schon. Also wir haben im Schlechtmachen unserer eigenen Leistungen sind wir wirklich großartig. Und jetzt ist es so, wie möchten wir die Motivation in den ganzen KVen, VKVs, wie möchten wir die wieder heben? Da haben wir auch schon so einzelne Ideen und ich bin da auch damals noch mit Maya, später mit Masch, an was herangegangen. Einigen habe ich es auch schon präsentiert, was ich mir so vorgestellt habe. Ich hatte mal ein Versprechen gemacht und deswegen werde ich es diesmal nicht tun. Bevor die ersten Blätter an den Bäumen sind, haben wir es. Also haben wir nicht die Erfolge, sondern da haben wir das durchgeführt. Ist leider nicht so gekommen, war ein bisschen komplizierter als gedacht, ist auch ein bisschen umfangreicher als gedacht und wurde auch noch ein bisschen umfangreicher als gedacht. Ich habe das aber immer noch vor, also von diesem kleinen Projekt, dass wir wirklich alle Mitglieder versuchen ins Boot zu holen. Die VL da ein bisschen leiser. Wir haben gar nichts gesagt gehabt in dem Augenblick, als du das sagtest. Das war das Protokoll. Genau, also ich möchte da was angehen und das mache ich mir auch wirklich zum großen Ziel. Und sollte ich dieses Mal dieses Ziel nicht durchführen, dann würde ich auch tatsächlich nicht nochmal kandidieren, weil dann sehe ich mich tatsächlich auch irgendwie als gescheitert an. Ich weiß nicht, wie vielversprechend erfolgreich das sein wird. Das wird man sehen. Aber einige Ideen haben wir dazu schon. Das jetzt alles genau vorzustellen, glaube ich, würde ein bisschen den Rahmen sprengen. Aber wir müssen, und da nehme ich mir wirklich auch wieder ein Beispiel an Lukas. Ja, Lukas, das muss ein bisschen herhalten hier. Und Lukas kam einmal zu uns in den KV Herford, der damals noch mit ein paar Leuten da war und sagte, guckt mal Leute, ihr könntet hier Archive und könntet da und folgendermaßen. Und auf einmal hat man gesehen, wie die Leute aktiv wurden. Es brannte quasi in den Augen und sagt, ja, cool, die Finger wurden schwitzig, das kribbelte. Und dann sofort aktiv werden. Also wilder Auktionismus wollte geschlossen werden. Lukas hatte auch ein bisschen kleines Talent für, dass er die Leute dann für anstacheln kann. Und da habe ich gedacht, ja, nee, also, Lukas kandidiert ja gleich, nein. Und dass die Leute da hingeführt werden müssen. Wir müssen sagen, was es alles gibt. Ich habe jahrelang bzw. monatelang damit auf dem KV Herford, auf dem Stammtisch oder auch auf anderen Stammtischen verbracht, mich quasi nicht über die Pizza, aber so ein bisschen über Tagespolitik zu unterhalten. Aber die Konsequenz daraus, was machen wir jetzt eigentlich, das haben wir kaum oder sehr selten getroffen. Und das Handwerkszeug dazu, das ist uns allen nicht in die Wiege gelegt worden. Das mussten wir selber lernen. Und ich sehe auch die Aufgabe darin, einerseits der Zweifels und auch des politischen Geschäftsführers, muss ich sagen, dieses Handwerkszeug an die Mitglieder zu geben. Ich möchte aber nicht sämtliche Verantwortung dafür haben, sondern ich sehe jeden von uns, der meint, dieses Handwerkszeug zu besitzen, es weiter zu tragen. Denn, wie gesagt, wir sind die Piratenpartei und nicht der Vorstand. Ein Klassiker an beide Kandidaten. Sollte es mit eurer Wahl zum stellvertretenden Vorsitzenden nicht klappen, wärt ihr bereit für ein anderes Vorstandsamt und wenn ja, für welches? Ja? Ich würde dann weiterhin meinen Beisitzer machen. Beziehungsweise meinen Beisitzer. Den Beisitzer. Habe ich mir noch keine Gedanken zugemacht. Wahrscheinlich würde ich dann meinen Schwerpunkt weiter nach Münster verlagern und wieder vor Ort mehr aktiv sein. Der Wahreleiter will bestimmt irgendwas tun. Der kommt gleich zur Bühne. Das Schöne ist, wir brauchen wieder keine Überbrückungsmusik, sondern ich habe hier eine Fundsache. Das sieht aus wie so ein WLAN-Router. Die SIM-Karte. Die SIM-Karte, ja. Ja, ich lese das mal nicht komplett vor. Irgend so ein Speedport, LTE, irgendwas. Schwarz. Nee, den Rest von der Produktbezeichnung, den kann dann die Person mal wissen. Wie heißt der? Nee, hier, hier, hier. So, der Wahreleiter. Nee, die Technik. Wollt ihr die SIM-Karte haben aus dem Router? Test, ein, zwei. Ja, also wir haben jetzt die letzte D2-Karte, die ich noch zur Verfügung hatte, aufgebraucht. Wir haben jetzt die Möglichkeit, entweder nachzubuchen. Das kostet relativ viel Geld. Oder jemand wäre bereit, seine D2-Karte mit zur Verfügung zu stellen. Idealerweise wäre das so ein Datenvertrag mit so drei Gigabyte oder mehr. Hat da vielleicht zufällig jemand etwas, was er teilen möchte? D1, sind noch Karten verfügbar? Da habe ich auch schon welche bekommen. E-Plus ist auch noch verfügbar, aber, also, E-Plus-Karte würde ich im Zweifelsfall auch noch eine nehmen, aber D1 sind wir sowohl bei LTE als auch bei HSPA Plus in der Auslastung noch ganz gut drin, von daher, da eher nicht. Es geht primär um, egal was, Hauptsache es fällt Internet raus. Ich gucke mal gerade, was wir so geschwanken zwischen einem und sieben Mbit aktuell von der Auslastung her. Ich halte es für okay, für fast mittlerweile 250 Geräte, die wir ins WLAN gebracht haben. Also, euren E-Book-Reader, den könnt ihr eigentlich wieder rausnehmen, aber es ist schon eine gute Leistung, was wir hier so an Bandbreite durchziehen. Also, man muss dazu auch sagen, ich hatte ja vorhin so ein bisschen rumgemotzt, das Ganze ist, die Auslastung ist deutlich zurückgegangen, also, das Problem ist nur, dass wir halt vorhin mit teilweise 40 Mbit gezogen haben und deswegen halt das Volumen schon weg ist. Also, das ist nicht das, aktuell ist es in Ordnung so. Super, ich glaube, die Orga sitzt hier vorne hinten um die Ecke, also, wer da noch eine Karte übrig hat, der meldet sich und der Maid, den sollte ich jetzt auch ein bisschen Zeit zu belegen. Das war nichts. Ich wieder. Ja, so, ihr habt gerade eben die Kandidatenvorstellungen gehört, normalerweise Abstimmung zum Wahlverfahren, das brauchen wir hier nicht, da die Wahlordnung hierzu explizit sagt, da wir zwei Kandidaten haben, zwei Plätze, bleibt uns nur die Wahlmodalität der Zustimmungswahl, und zwar 2.5.1. Um es euch noch einmal zu erklären, das ist genau das Gleiche wie gerade eben bei der Wahl des ersten Vorsitzenden. Ihr habt zwei Möglichkeiten, ihr stimmt zu oder ihr stimmt nicht zu. Ein Nicht-Zustimmen, also kein Kreuz, ist kein Nein. Es ist einfach nur Nicht-Zustimmen, es erhöht das Quorum im Endeffekt. Ihr habt eine Stimme pro Kandidat, es sind zwei Kandidaten, habt ihr zwei Stimmen. Wie auch immer gilt, solltet ihr Korrekturen machen müssen, füllt das Feld bitte ganz schwarz aus. Solltet ihr euch danach überlegen, die Person doch wieder zu wählen, macht das Kreuz an der rechten Seite direkt rechts daneben. Also, jegliche Bemerkungen, Zeichnungen, Kritzeleien oder alles weitere, Henkelmännchen, Kölschgläser, Altgläser oder Pilz machen den Wahlzettel ungültig. Wie immer, Bändchen am Arm, die Wahlhelfer achten darauf natürlich. So, jetzt habe ich noch ein Special für euch. Wir hatten gerade eben beim Wahlgang, schaut mir doch einfach mal kurz zu, leider ein paar von diesen hier drin gehabt, von diesen schönen Orangenen. Das heißt, ihr dürft jetzt alle euren Stimmzettel rausnehmen, achtet mal darauf, dass ihr Stimmzettel 2 in der Hand habt, reißt diesen ab, macht ihn kaputt. Gerne könnt ihr ihn auch essen, Salz gibt es oben in der Cafeteria, ansonsten bitte Stimmzettel 2 nicht mehr benutzen. Es gilt Stimmzettel 3 und Stimmzettel 3 ist grau. Auch hier gilt, wie gerade eben, die Bitte wieder, faltet ihn bitte so, dass die oberste Zeile, Stimmzettel 3, sichtbar ist. Bitte faltet ihn nicht so, dass man gegebenenfalls die Kreuze sehen könnte, sondern macht ihn bitte bündig. Vielen Dank. Mike, ganz kurz, auf dem Open Slice steht noch zwei Posten, die zur Wahl stehen, es sind aber eins bis zwei, wir können das auf dem Open Slice leider nicht ändern. Erklär bitte noch, dass es auch bedeutet, dass wenn bei einer Akzeptanzwahl, dass wenn einer das Quorum nicht erreicht, wir trotzdem keine neue Wahl brauchen, weil dann eben nur einer gewählt ist. Gut, dann erkläre ich gerade eben noch auf Hinweis der Versammlungsleitung. Auch diese Wahl hat ein Quorum von 50% plus eine Stimme. Sollte eine Person dieses Quorum 50% der abgegebenen Stimmen nicht erreichen, ist er nicht für dieses Amt gewählt. Gewählt ist nur, wer 50% plus eine Stimme erreicht hat. Das kann auch sein, dass ihr einen Kandidat wählt, der über das Quorum kommt und der andere Kandidat, der nicht über die 50% kommt, ist nicht gewählt. Sollten beide Kandidaten nicht gewählt worden sein, machen wir eine Neuwahl. Du musst übers Quorum kommen. Gut. Macht das. Liebe Wahlhelfer, sofern ihr hier in der Nähe seid, in der Ferne, begebt euch bitte zu euren Wahluhren. Auch jetzt haben wir wieder auf eurer rechten Seite zwei Wahluhren, auf eurer linken Seite eine Wahlurne, draußen eine Wahlurne. Einer fehlt, ne? Michael kommt gerade. Okay. Ja, okay. Ja, dann klär das gerade. Wird gerade noch was geklärt. In zwei Sekunden geht es weiter. Ja, aber nicht für, ähm, nicht acht Wahlhelfer. Deswegen mache ich auch nicht weiter. Entscheidet euch, eine brauche ich bitte jetzt und hier. Ja, Sabine. Herzlich willkommen in unserer Runde. Ja, aber als Ersatz. So, wir haben acht Wahlhelfer, vier Wahluhren. Liebe Wahlhelfer, zeig die Wahluhren hoch, dass die Versammlung sich davon informieren kann. Liebe Hermi, einmal bitte öffnen. Oh, ja, hab ich nicht gesehen. Okay, ihr habt gesehen, die Wahluhren sind leer. Liebe Wahlhelfer, geht an eure Plätze bitte. Achtet darauf, immer zwei Mann pro Wahlurne oder zwei Frauen oder gemischt. Oder wie auch immer euch bezeichnet. Ähm, ich warte noch einen Moment. So, alle Wahluhren sind angekommen. Alle Wahluhren sind bereit. Damit eröffne ich jetzt den Wahlgang zum oder zur stellvertretenden Vorsitzenden oder jeweils zum zweiten stellvertretenden Vorsitzenden. Wahlgang eröffnet. Ich sag's mal ganz leise. Nur wer zuhört, kommt in den Genuss dieser wichtigen Information. Ab halb fünf gibt's in der Kantine Bier ab vier. Fragt mich nicht, warum das logisch ist. Und frisch gebackenen Kuchen. Den kann man da jetzt käuflich erwerben. Vielen Dank. 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 Mike. Vielen Dank. 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 Mal. Ich sehe niemanden. Dann schließe ich hiermit die Liste für die Kandidatur des Schatzmeisters. Wir haben einen Kandidaten, Bernd Janotter. Den möchte ich bitten, jetzt zur Kandidatenvorstellung auf die Bühne zu kommen. Vielen Dank. Vielen Dank. Sag mir, wann es losgeht. Ja, eigentlich könntest du loslegen, aber die Versammlung sollte dementsprechend auch etwas respektvoll sein während deiner Vorstellung. Vielleicht die Gespräche draußen weiter fortführen, die ihr fortführen wollt. Wir haben ja gar nichts dagegen, dass ihr euch unterhältet, aber die Halle sind hier weitläufig. Das muss man nicht unbedingt hier in der Halle machen. Und dementsprechend würden wir uns das schon wünschen, dass ihr dann den vorstellenden Kandidaten auch den Respekt erbietet, die ihnen gebührt. Dankeschön. Und jetzt darfst du loslegen. Vielen Dank. Für mich ist ja auch schon die sechste Stunde. Also da sitzen wir in einem Boot. Als der Packi mich im letzten Jahr angerufen hat, das muss auch irgendwann im Oktober gewesen sein, und mir gesagt hat, Junge, der Landesverband braucht dich. Weil damals gab es das Problem, ihr werdet euch erinnern, mit dem Vorgänger, mit dem Volker und von einem Tag auf den anderen standen wir, stand der Landesverband ohne Schatzmeister da. Und ich sagte zu Packi, Packi, kein Problem, ich mach das. Wenn wenig Arbeit auf mich zukommt, wenn ich mich um wenig kümmern muss und wenn ich an wenigen Sitzungen teilnehmen muss, dann unterschreibe ich dafür gerne und mach euch den Landesschatzmeister. Wenn ihr jemanden anders habt, dann lasst ihn bitte vor, dann soll er das machen, ich reiße mich nicht rum, ich brauche auch diesen Habitus nicht, ich brauche das Amt nicht, ich brauche auch diesen Titel nicht. Darum sollte es auch gar nicht gehen. Und es kam, wie es kommen musste, ihr wisst das alle selber, es fand sich keiner, und so wurde ich in Abwesenheit auf dem LPT 14.2 damals gewählt und nahm telefonisch die Wahl an. Ich erhielt in der Folge einige Anrufe und einige Fragen, jetzt nicht gerade am nächsten Tag, aber in der Folge, in den nächsten Wochen und Monaten fragten mich wirklich mehrere Leute, warum hast du dir das zur Hölle angetan, warum hast du das gemacht? Und ich sagte, ja, was wäre denn die Alternative gewesen? Ja, dann hätten sie halt den Landesverband unter Aufsicht vom BV stellen müssen, vom BUFO oder abwickeln müssen oder was auch immer. Und ich sage, ja, das wäre möglicherweise die Alternative gewesen. Ja, aber warum hast du dir das denn angetan? Ich sage, ich hatte damals gesagt, es kam gar nicht in Frage für mich, den Landesverband hier gegen die Wand fahren zu lassen. Ich habe so viel gekriegt von dem Verband, dass ich einiges zurückgeben wollte und es war völlig außerhalb der Frage, den LV-Mangel-Schatzmeister auflösen zu lassen oder unter Bundesaufsicht zu stellen. Das war gar nicht in meiner Überlegung drin. Und die Leute sagten, du bist beknackt. Ich hatte, wie ihr wisst, gab es einen etwas stotternden Anfang, weil in der Tat hatte ich mich daran gehalten, ich möchte eigentlich wenig damit zu tun haben und mich um nicht viel kümmern. Und irgendwann habe ich an den ersten Sitzungen teilgenommen, also an den ersten Vorstandssitzungen, Mambles und so weiter und so fort. Und dann passierte das Wunder, es fing an Spaß zu machen. Das Team war klasse, die Leute waren klasse und mittlerweile, mittlerweile bin ich wirklich soweit zu sagen, ja, Landesschatzmeister in NRW ist, glaube ich, einer der besten Jobs, die diese Piratenpartei zu vergeben hat. Und glaubt es, glaubt es, glaubt es, glaubt es oder glaubt es nicht, es ist so. Ich komme nun mal aus dem Bereich und von daher fällt mir das auch leicht, aber nichtsdestotrotz, ich finde den Job klasse, ich fand das Team gut, ich finde das Team immer noch gut. Und das sind die besten Voraussetzungen, die es gibt, meine ich. Wir haben tatsächlich eine relativ unaufgeregte Arbeit gemacht über das Jahr. Wir hatten keine nennenswerten Gates, es passierten keine Skandale, was natürlich den Nachteil hat, dass das Entrüstungs- und das Empörungspotenzial relativ gering ist. Also das, was früher Spaß machte, auf Twitter die nächste Lafosau durchs Dorf zu treiben, das ist in diesem Jahr eigentlich ausgeblieben. Jedenfalls ist mir nichts aufgefallen. Und ich glaube, das ist ein gutes Zeichen und ich glaube, das wäre auch gut, wenn es so bliebe. Ihr habt vorhin den Bericht gehört. Ich denke, wir sind finanziell mittlerweile auf einem guten Weg. Ich denke, wir sollten diesen Weg auch weitergehen. Und ich will mich bemühen, dass wir im nächsten Jahr finanziell noch besser dastehen. Wir brauchen die Kohle, wir brauchen das Geld für die anstehenden Wahlkämpfe. Und außerdem macht es einen verdammt ruhigen Schlaf, wenn man sich keine Sorgen machen muss, dass man eventuell Rechnungen nicht bezahlen kann oder die Landesgeschäftsstelle vom Gerichtsvollzieher zugeschlossen wird. Ihr wisst auch, dass ich keine Vorgänger oder keine Mitarbeiter ins Fenster hänge, wenn Fehler passieren. Das widerspricht völlig meiner Art und völlig meinem Naturell. Wenn ich einen Job übernehme, in diesem Fall die Schatzmeisterei, dann bin ich verantwortlich dafür. Dann bin ich auch verantwortlich dafür, was die Leute machen in diesem Auftrag oder auch, was Vorgänger gemacht haben. Ich kann mich nicht damit entschuldigen, exkulpieren zu sagen, naja, das hat der oder die oder wann auch immer mal vor langen Jahren gemacht. In dem Augenblick, wo ich das ganze Zeug erbe, dann bin ich auch dafür verantwortlich. Und dann gehört das halt mir mit allen rechten Pflichten, mit allen schlimmen Sachen und mit allen guten Sachen, die passieren. Wir sind in der Tat im Augenblick noch dabei, einige vergangenheitsbezogene Details aufzuräumen. Das wird auch passieren. Ich gehe mal davon aus, dass mit dem Rechenschaftsbericht 2014 im Prinzip, ich sage mal, 98 bis 99 Prozent dieser Altlasten erledigt sein werden. Und dann werden wir uns nur noch um das laufende Geschäft kümmern. Auch das ist, denke ich, eine relativ komfortable Situation. Ich möchte noch ein kurzes Mail oder einen Teil eines Mails verlesen, was in den letzten paar Tagen auf der Kommunalliste rumging. Da hatte ein Kollege aus Essen, der brauchte Flyer dringend und hatte am 11.09. beim Vorstand NRW diese beantragt. Und am 19.09. wurde das beschlossen. Und dann schreibt er, zitiere, die Bestellung beim P-Shop per Vorkasselieferung mit beiliegender Rechnung, Postversand des Erstattungsformulars und der Originalrechnung bis zum Zahlungseingang hat bis zum 1.10. gedauert. Ich zitiere weiter. Ich bin begeistert. Mir fällt nicht eine klitzekleine Idee ein, wie man diese vielen Vorgänge auch nur um einen Tag beschleunigen kann, insbesondere wenn wir darüber nachdenken, dass fast alle Arbeiten ehrenamtlich geleistet werden und kein Matson-Logistikzentrum haben. Ich will hier mal, Zitat Ende, ich will hier mal aufhören. Wir sind, wie wir vorhin gehört haben, nicht alle ehrenamtlich, aber das tut dem keinen Abbruch und das tut auch dem Erfolg keinen Abbruch. Wie gesagt, ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg und ab und zu tut auch mal so ein Mail, so ein öffentliches Lob ganz gut. Ich würde gerne noch einen Detail anschließen und zurückkommen auf den Kollegen Marsching. Ja, die Schatzmeisterei ist Verwaltungsarbeit, ist zum Teil auch öde Verwaltungsarbeit, öde Zahlenfresserei. Sie muss sein. Wir bemühen uns, die Sachen professionell vernünftig abzuarbeiten, damit der Rest, damit die Basis, damit alle, die Politik machen, eine vernünftige Basis haben und sich eben um Politik machen kümmern können. Ich selber mache auch Politik, wie der eine oder andere weiß. Und ich lasse mir das auch nicht absprechen, ich lasse mir das auch nicht verbieten. Ich persönlich finde, dass diese Vorstände, die Landesvorherstelle hier viel zu wenig Politik betreiben. Ich werde mich weiter einschalten, ich werde mich mehr einschalten, auch in politische Vorgänge dieses Landesverbandes, auch in politische Vorgänge im Land und in dieser Partei. Und manchmal muss es auch nicht Opposition sein, manchmal kann es auch Gestaltungsmehrheit sein und manchmal kann es auch Koalition sein. Ich glaube, weder euch noch mir jetzt länger die Zeit. Ich würde mich freuen, wenn ich das Quorum erreichen würde. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir das Vertrauen aussprechen würdet. Ich danke euch für das wirklich aufregende letzte Jahr. Ich danke, falls es soweit kommt, danke ich euch für ein Jahr, das wahrscheinlich noch viel aufregender wird, das vor uns liegt. In diesem Sinne, man sieht sich. Vielen Dank. Lieber Bernd, vielen Dank für deine Präsentation und deine Vorstellung. Es ist mir eine Freude gewesen, mit dir zusammenzuarbeiten. Ich habe dich auch bei der Unterschrift des Koalitionsvertrages mit CDU, FDP und BBK besucht in Kerben. Du sagtest gerade, du möchtest mehr politische Arbeit im Landesvorstand machen. Das lässt mein Herz höher hüpfen, ganz ehrlich, weil ich über jede politische Initiative in diesem Landesverband verdammt froh bin und würde gerne von dir wissen, ob du auch auf Landesebene Ideen hast, die uns in der Gestaltung dieses Aufbruchs, dieses Neustarts, dieses auch frecheren und frischeren Auftretens, was ich eben angesprochen habe, ergänzen, unterstützen kannst. Also fällt dir da schon gerade jetzt auf dem Weg was ein? Nein, ehrlich gesagt nicht. Ich sehe diese politische Partizipation, die ich mir vorgestellt habe, erstmal so aus, dass ich sehr wohl beobachte, sehr wohl mir die Freiheit nehme zu kommentieren, mich zu äußern, meine Meinung kundzutun über Aktionen, über mögliche gute oder misslungene Aktionen. Aber eine politische Initiative auf Landesebene kann ich dir im Augenblick nicht bieten. Sorry. Ja, Harald, der faire Pirat nochmal. Ich habe nochmal eine Frage, du hast eben ein schönes Beispiel genannt, wo mal was funktioniert hat mit einer Rechnung, die eben tatsächlich kurzfristig genehmigt und auch bezahlt worden ist. Ich habe mich gestern mit einigen Piraten auch aus VKVs unterhalten und die haben mir nochmal gesagt, Ich weiß nicht, wie aktuell das war, habe ich dich ganz im Detail nachgefragt, dass zum Teil die Daten immer noch etwas wirr sind. Dann fragen die nach, wie viel ist ihr Budget und dann wird gesagt, irgendwie 1500 im Plus und in der nächsten Woche wird nochmal gefragt, ohne dass was ausgegeben worden ist und es ist dann plötzlich 300 im Minus oder so. Und auch eben die händische Bezahlungssituation, die damals von Steffi eingeführt worden ist, dass eben alles immer nur über Beleg bezahlt wird, wo dann eben auch regelmäßige Belege, wie zum Beispiel Telekom-Rechnungen, dann liegen bleiben und im Endeffekt mehrfach eben gemahnt werden und solche Dinge. Ist das mittlerweile im Griff, also positiv habe ich gesehen, die Mahnlaufgeschichte, die ja Genseck weitgehend kommuniziert hat und der Piratenschlumpf, da ist ja ein guter Überblick zu sehen jetzt, da entwickelt sich was. Aber wie ist das mit diesen Details eben sozusagen solchen regelmäßigen Zahlungen, wo es in der Vergangenheit ja sehr oft Ärger gegeben hat? Okay, danke. In der Tat hat es in der Vergangenheit Ärger gegeben, in der Tat sind vielfach Mahnungen aufgelaufen, sind Zahlungen unterblieben, viel zu spät entrichtet worden etc. und so weiter. Ja, das schließe ich an, an den Bericht, den ich heute Morgen gegeben habe, allein aufgrund der Tatsache, dass wir einen zentralen Posteingang jetzt in der RGS haben und dort die Sachen sofort erfasst werden, in Umläufe gegeben werden und nach Freigabe oder Umlaufbeschluss werden die Rechnungen ohne irgendwelche weitere Verzögerung überwiesen. Wir haben im Augenblick einen Durchlauf, der dem normalen Standard von vielleicht acht bis zehn Tagen maximal entspricht. Und das sind normalerweise Rechnungsdurchläufe, das ist in der Tat völlig Standard, völlig normal. Es kann mir passieren in Ausnahmefällen, wenn zuständige Auslöser dieser Rechnung nicht gleichgreifbar sind, dass mal was länger liegen bleibt. Wir haben im Augenblick so gut wie keine Mahnung mehr und alles, was darauf resultiert, auch nicht mehr. Das ist das Erste, was die Forderungen auf der anderen Seite angeht, ist eine Sache, die in der Tat auch in der Gensex-Sachen abgearbeitet werden. Da sind wir ja diejenigen, die mahnen. Was nicht passieren sollte, ja, da gebe ich dir recht, da hängen wir im Augenblick noch ein bisschen. Ich hatte gestern noch die Liste der Parteienfinanzierung aktualisiert für das Jahr 2014, was nicht passieren sollte. Als nächstes kommen die Budgets der VKVs. Was nicht passieren sollte, ist, dass unterschiedliche Auskünfte gegeben werden. Jetzt weiß ich nicht, wer diese gegeben hat. Und wenn von einem Tag von 1500 plus auf 300 minus geht, gebe ich dir völlig recht. Das ist in der Tat merkwürdig und auch unerklärlich sicherlich in dem Zusammenhang. Ja, das darf nicht sein, das soll nicht sein. Das ist ein weiterer Punkt, der in den Raum für Verbesserungen kommt und auch da müssen wir besser werden, ganz klar. Aber ich habe gesagt, wir sind noch nicht ganz am Ziel. Es geht darum, dieses Ziel weiter zu erreichen und das ist sicherlich ein Punkt, der noch auf der Liste steht. Genau, du hast gesagt, du möchtest ein bisschen politischer werden, das finde ich sehr schön. Ich habe natürlich so, also mir ziehen sich da immer die Nackenhaare und hoch, hoffentlich nicht mit CDU-Landesebene. Dass wir da jetzt irgendwie einen Einstieg finden. Du bist ein unglaublicher Pragmatiker. Da jetzt vielleicht auch mal gleich so diese Frage, auch ein bisschen zum Spaß. Ich hoffe, es wird nochmal eine Wir-müssen-reden geben. Du weißt, ich bin der größte Fan von der Wir-müssen-reden gewesen. Nur mit Julia Reda. Und jetzt hatte ich eine Frage und deswegen schwirbele ich hier gerade rum, weil ich sie vergessen habe. Das wäre nochmal ein guter Zeitpunkt, den Fragestellern darauf aufmerksam zu machen, dass man ja eigentlich nicht so weit ausholen muss, um seine Frage zu stellen. Und dass wir ja auch eigentlich erst beim Schatzmeister sind und noch ein paar Wahlgänge vor uns haben. Ich habe dir, glaube ich, damit gerade geholfen. Bitte schön, Dennis. Vielen Dank. Du hattest es heute Morgen einleitend auch gemacht. An Verbesserung. Möchtest du nochmal vielleicht etwas ausführlicher oder möchtest du noch ein paar Dinge nennen, die du jetzt verbessern würdest? Weil ich denke mal, nur viel Schlamm gibt... Ich will dir, Dennis, ich will dir sagen, warum. Weil ich habe es heute Morgen relativ detailliert ausgeführt. Ich glaube nicht, dass ich jetzt die Versammlung damit langweilen muss, den gleichen Sermann nochmal zu wiederholen. Lasst uns lieber die Zeit sparen. Wenn ihr damit einverstanden seid, dass wir zügig vorwärts kommen. Gut. Danke. Das war ein Wort, Bernd. Bist du damit einverstanden, wenn ich dazu auffordere, dich möglichst geschlossen zu wählen, damit wir das endlich ganz richtig klasse hinter uns gebracht haben? Bitte gerne. Danke. Ja, wenn sonst keine weiteren Fragen an den Kandidaten sind, dann würden wir dich jetzt erstmal entlassen, Bernd, für einen kurzen Zeitraum. Das heißt also... Ja, ich hatte genug Zeit, mich vorzustellen. Ja, wir sind ja nicht auf einer Aufstellungsversammlung. Da muss man das so vielleicht fragen. Aber wir sind ja auf dem Parteitag. Aber du hast vollkommen recht, das wird öfter mal gemacht. Das ist aber... In einer parteilichen Wahl ist das nicht so notwendig wie auf einer Aufstellungsversammlung. Meid, winkst du mir mal, wie weit bist du denn? Das heißt also, ja, dann... Ja, der Slide ist gleich soweit. Geh langsam zur Bühne, sagt uns unser Beamer-Steuerer. Schön bedächtig, nicht ausrutschen. Denk dran, die Treppe ist gefährlich. Ja, also es könnte dazu kommen, dass du fällst. Das wollen wir alle nicht. Ich könnte euch Fußballergebnisse sagen. Niemand will Fußballergebnisse hören. Kleiner Augenblick, er ist sofort soweit. Also doch Fußballergebnisse. Ähm... Ja oder nein? Wer möchte Fußballergebnisse? Ja. Okay, Fußballergebnisse ist zu spät. Wir haben ein Ergebnis. Ähm... Ja, wir haben gerade eben stellvertretende Vorsitzende gewählt. Beziehungsweise ihr konntet bis zu zwei stellvertretende Vorsitzende wählen. Abgegebene Stimmzettel 109. Davon ungültige Stimmen 3. Auf Dennis Deutsch-Kämer entfielen erhaltene gültige Stimmen 76. Das sind 69,72%. Auf Sebastian Kroos 91 erhaltene gültige Stimmen. Das sind 83,49%. Dürfte ich euch beide bitte auf die Bühne bitten. Wow, dankeschön. Ja, noch... Ähm... Ja, Sebastian, frage ich dich. Die Versammlung hat dich als stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Nimmst du die Wahl an? Die Wahl nehme ich sehr gerne an. Dankeschön. Lieber Dennis, auch dich frage ich. Die Versammlung hat dich als stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Nimmst du die Wahl an? Ich bedanke mich und nehme hier die Wahl an. Vielen Dank. Vielen Dank. Wenn ihr noch kurz etwas sagen wollt. Ich brauche noch zwei Minuten, dann könnt ihr kurz sprechen. Ja, achso, wir sollen hier präsentieren. Müssen wir uns verbreiten, oder noch? Also für den Bernd erwarte ich gleich sozialistische Ergebnisse. Ja, der hat einen super Job hingelegt. Und alles andere wird mich wirklich enttäuschen. So, ich nochmal. Ich brauche wieder meine Wahlhelfer. Und zwar acht an der Zahl. Liebe Wahlhelfer, versammelt euch bitte bei mir hier vorne. Danke. 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 Vielen Dank. Als Versammlung einmal kurz um eure Aufmerksamkeit. Wir haben den Fall, und zwar, in der Wahlordnung steht zu Punkt 2.5.3. Wir haben ein Amt und wir haben genau einen Kandidaten. Damit entfällt hier die... Ja, genau. Nein, ihr dürft nur nicht wählen, welches Wahlverfahren zum Abschluss kommt. Das heißt, wir sind sofort auf der qualifizierten Mehrheitswahl. Ergo, jeder Kandidat hat eine Stimme, one pirate, one vote. Ein Kreuz. Ihr habt drei Möglichkeiten. Ja, nein, Enthaltung. Das heißt, eins ist ja. Zwei ist nein. Nein, wenn ihr drei ankreuzt, ist es eine Enthaltung. Desgleichen, ein leerer Stimmzettel, wird auch als Enthaltung gewertet. Enthaltungen erhöhen das Quorum. Ja, ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, wenn ihr korrigieren wollt, schwärzt das Kreuz. Wenn ihr eure Korrektur wieder rückgängig machen wollt, rechts daneben das Kreuz machen. So, nächster Punkt. Wir haben eine wunderschöne blaue Farbe. Stimmzettel 4. Das heißt, liebe Wahlhelfer, achtet bitte drauf, blau ist die Farbe der Wahl. Stimmzettel 4. Desgleichen, auf den Karten, kreuzt bitte die 4 an. Perfekt. Alles andere dürfte ich noch gesagt haben. Ja, ja, die Wahlhelfer. Die Wahlhelfer sollen die 4 ankreuzen, wenn ihr eure Stimme abgegeben habt. Gut. Ja, die Wahlurne seht ihr gerade hochgehalten. Hermi, du auch? Ah, du hast offen. Okay. Das ist schön. Gut. Liebe Wahlhelfer, danke. Könnt die Wahlurne runternehmen, zusammenfalten. Geht bitte an eure Plätze. Zettel runter machen. Da ist der Zettel vom vorliegenden Wahlgang dran. Alle Wahlurnen sind angekommen. Dann eröffne ich hiermit den Wahlgang. Dank. Danke. Vielen Dank. 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 Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank. So, Ich sehe, Ich Wahlhelfer, zählt bitte aus. Des Weiteren würde ich dann gerne fürs Protokoll, ich möchte Wahlgänge, nein, Quatsch, Kandidatenlisten öffnen. Und zwar, ich öffne die Kandidatenliste für die Wahl des Generalsekretärs. Des Weiteren eröffne ich die Kandidatenliste für die Beisitzer. Da mir zugetragen wurde, dass einige wahrscheinlich morgen nicht können oder gegebenenfalls verhindert sind und wir alles zügig und gut durchkriegen wollen, eröffne ich hiermit auch die Kandidatenliste für die Kassenprüfer und ich eröffne die Kandidatenliste für, jetzt muss ich selber gucken, ja, für das Landesschiedsgericht. Damit sind alle Kandidatenlisten geöffnet. Die Kandidatenliste für den politischen Geschäftsführer ist jetzt noch offen und zwar schließe ich sie gleich. Ich möchte denjenigen bitten, der sich das Amt des politischen Geschäftsführers noch zutraut, jetzt schreiend nach vorne zu rennen, mir anzuzeigen, dass er noch gewählt werden möchte. Das ist nicht der Fall. Damit schließe ich die Kandidatenliste für den politischen Geschäftsführer. Zur Wahl des politischen Geschäftsführers haben wir einen Kandidaten, den Masch. Und zwar, wenn ich ihn finde. Ich suche den Masch mal, der kann sich ja gleich schon mal vorstellen. Und dann gucken wir mal. Ich glaube, er hat mich nicht. Jojo? 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 Hallo? Oberjo? Mr. Slides? Jojo? Jojo? Könntest du mal bitte kurz kommen? Danke. Von mir an. Danke. Von mir in ganz BeWelligen. Vang nach unten? IiOO? failed. Genau. Wie geht's nun mal bitte? Bei vig 들어오ren 서울 иногда, die sind immer wiederzufertige das kannst, mit allem beiGI... REALLYương, das ist sie. Ich folge ganz kurz. So, liebe Versammlung, noch mal ganz kurz. Ich nutze die Zeit kurz, um auf die Abendveranstaltung heute hinzuweisen. Ihr habt ja alle mit der Akkreditierung so einen schönen Flyer gefunden, wo auch LPT bei Nacht drauf ist. Ganz unten auf der rechten Seite, Stück über dem Piratenbüro, findet ihr ein Symbol zum Digitag. Das ist ein Verein, den wir hier haben, der uns eingeladen hat, heute Abend dort zu feiern, auszugleichen. Das Schöne ist, die haben auch so eine Spiele-Ecke, wo sich die Piraten mal richtig austoben können. Ihr seht überall an den Ausgängen, an verschiedenen Stellen, auch Aushänge, wo, jetzt seht ihr es auch auf der Leinwand, Aushänge, wo ein QR-Code drauf ist. Da findet ihr die Wegbeschreibung. Würde mich freuen, den einen oder anderen da heute Abend noch zu sehen. Und wir machen jetzt mal weiter mit dem Marsch. Ja, also ich mache jetzt mal ganz was Neues. Im Zuge von Open Mic spreche ich zu meiner Kandidatur als politischer Geschäftsführer. Das mache ich jetzt das zweite Mal. Ich bin Manfred Schramm. Manfred? Wir machen das Renns normal. Du fängst einfach mit deiner Vorstellung an, nicht im Open Mic. Ja, weil mir eben, ich wurde von draußen geholt, wir haben Open Mic und ich möge jetzt, bitteschön und so weiter. Okay, dann mache ich das doch normal und nicht im Rahmen von Open Mic. Ich soll eine Rede halten, ich habe keine Rede vorbereitet. Ich bin jetzt hier, also auch ohne irgendwelches Totholz, ohne Papier, ohne Stichwörter. Ich werde auch den Lukas nicht irgendwie einbeziehen in meine Sachen. Der braucht keine Angst zu haben. Und ich werde auch nicht sagen, dass ich für die Partei brenne nach wie vor, weil ich weiß, zumindest die, die hier sind und viele, viele weitere, wir brennen alle für die Partei. Das muss gar nicht erwähnt werden. Das muss nicht jeder erneut sagen. Wer meinen Tätigkeitsbericht gelesen hat, ich sage nochmal, ist in meinem Wikiprofil zu finden, der weiß, wie mein letztes Jahr gewesen ist als politischer Geschäftsführer, der weiß auch, was von dem, was ich vor, ich weiß nicht, 358 Tage, ist es glaube ich her, was ich mir vorgenommen habe, was ich als Ziel gesetzt hatte, nämlich sehr, sehr viel Struktur zu schaffen. Und der weiß auch, dass ich da kein Ergebnis erzielt habe, wie es mich befriedigen würde und wahrscheinlich auch keins, wie es euch befriedigt. Ist leider so. Mea culpa. Die Gründe dafür habe ich in Teilen auch in diesem Tätigkeitsbericht im Mittelteil dargelegt. Ich habe gelernt, ich habe lernen müssen, dass das, was ich mir vorgestellt habe, dass das, was für mich die Piraten ausmacht und ich nutzen wollte, in diesem Jahr zumindest, nicht nutzbar in dem Maße war, wie es gebraucht worden wäre, um die Ziele zu erreichen, die ich erreichen wollte. Wir haben einen starken Rückgang an Aktiven erleben müssen, auch im letzten Jahr. Wir haben im Saldo einen Rückgang der Aktivität erleben müssen, wobei ich dazu sagen muss, dass die noch Aktiven jeweils wahrscheinlich sehr viel aktiver sind, als es vorher schon waren. Aber die Zahl der Aktiven ist halt geschrumpft. Ich habe über verschiedene Kanäle und auf verschiedenen Wegen versucht, meine Ideen, meine Vorstellungen, die Vorstellungen, die an mich herangetragen worden sind, zu propagieren, vorzustellen. Auf den TDPAs ist das alles auch gutiert worden. Das ist diese mal wunderbare Sache, müssen wir sofort mit starten. Wenn ich dann aber um, ich sage mal, Teammember geworben habe, wurde es ein bisschen ruhiger. Ich sage es mal so. Leider Gottes ist so eine Idee wie die Regionalpiraten, die eine Kommunikation von jedem an jedem, ich habe mal irgendwann bei dem ersten regionalen Piratentreffen die Idee gehabt von der großen Kugel, innerhalb derer jeder mit jedem vermascht ist, hat jetzt nichts mit meinem Namen zu tun, sodass die Kommunikation stattfindet, die Informationen fließen und da nicht eine Bringen- oder eine Hohlschuld existiert, sondern das quasi so ein Selbstläufer ist. Davon sind wir meilenweit entfernt. Leider Gottes auch, weil ich die Schritte nicht entsprechend geschafft habe, wie ich sie mir vorgestellt habe. Ich habe, auch das steht im Tätigkeitsbericht, viel zu viele Sachen gemacht, die ich eigentlich nicht machen wollte, die aber notwendig waren. Das hat insgesamt nicht wegen meiner Person, sondern wegen der ganzen Truppe im Vorstand dazu geführt, dass wir ein ruhiges Jahr, und das meine ich positiv dieses Mal, nicht ruhig im Sinne von langweilig und nicht öffentlichkeitswirksam, sondern ruhig im Sinne von wegarbeiten, Probleme, Baustellen schließen, endlich fertig kriegen, was sich auch darin ausdrückt, dass die Zahl der Tickets, die jetzt zum Beispiel täglich oder pro Woche reinkommen, deutlich reduziert ist, deutlich gesunken ist und wir im Vorstand und auch in den Vorstandssprechstunden und Sitzungen Gott sei Dank nicht mehr so langatmig über Probleme sprechen müssen. Dennoch haben wir zuletzt wenig, viel zu wenig in den Vorstandssprechstunden politisch gesprochen. Das wünschte ich mir anders. Was ich anders machen würde, wenn ich denn gewählt werde zum politischen Geschäftsführer, ist, dass ich mehr aktiver und direkter auf die Menschen zugehe. Ich denke da jetzt mal an ein uraltes, leider positives Beispiel aus der CDU. Helmut Kohl war mal Landesvorsitzender in Rheinland-Pfalz und man sagt, er sei so gut vernetzt gewesen, weil er jeden Tag mindestens einen Parteikollegen angerufen hat. Mit jedem Parteikollegen, also mindestens einem Parteikollegen täglich ein längeres Telefonat geführt hat. Das ist ein Weg zum Beispiel, um mehr zu sprechen. Ist aber natürlich nicht ausreichend. Wir müssen tatsächlich die Vernetzung aktivieren. Wir haben von Michelle einiges gehört, wir haben von Paki einiges gehört. Dennis hat auch Ideen dazu beigetragen. Aus all dem muss etwas zusammengebracht werden, aber es steht und fällt mit der Bereitschaft, sich einzubringen von mehr Leuten, als sie es jetzt tun. Das würde erreichbar sein, indem zum Beispiel der 1V, die stellvertretenden Vorsitzenden, ich als politischer Geschäftsführer, einige Leute aus der Fraktion, tatsächlich, so wie Michelle es macht, Marsching kommt, die Stammtische bereist, den Kontakt zu den KVen herstellt und dadurch eine Motivationssteigerung bewirkt, die dazu führt, dass wieder mehr Leute aktiv mitmachen. So, ich hatte keine vorbereiteten Rede, ich gucke mal, wie lange ich gebraucht habe. Ja, klasse, ich habe ja noch die Hälfte über, cool. Ich gehe jetzt mal auf einen meiner Vorredner einen, der hier oben gestanden hat, der da sagte, ich klaue auch gerne schon mal bei NGOs und so weiter. Das ist ein Aspekt, zu dem ich eine komplett andere Meinung habe. Wir machen sehr viele Sachen, die die eine oder andere NGO genauso macht. Wir machen das aber neben diesen Organisationen, fast schon statt derer. Ich denke, wir sollten viel mehr mit den NGOs sprechen. Wir sollten das Thema natürlich parallel betreiben, aber wir sollten denen das Brot nicht wegnehmen. Wir sollten erkannt werden als die, die in dem Thema, sei es VDS, sei es Flüchtlingspolitik, die in dem Thema auf ihrer Seite stehen und das aktiv mitbetreiben, aber nicht in Konkurrenz zu ihnen treten. Denn ich glaube, es ist förderlicher, wenn die NGOs für uns werben, weil wir Partner sind und nicht lieber still sind, weil wir vielleicht Konkurrenten sind. Ich würde mich freuen, wenn ich gleich zu einem möglichen kommenden Amtsjahr oder auch zu dem vergangenen Amtsjahr von euch Fragen bekommen würde, weil das viel schöner ist, eure Fragen zu beantworten, als jetzt irgendeinen Text hier runterzureden, der vielleicht gar nicht trifft. Damit höre ich einfach auf. Danke. Vielen Dank. Natürlich könnt ihr jetzt Fragen stellen. Ihr könnt euch schon mal zum Mikrofon bewegen. Und ich muss jetzt mal, also für meine Höflichkeit bin ich ja nicht bekannt, das wisst ihr ja, aber ich probiere es wirklich noch mal ganz höflich. Es ist scheiße, dass ihr euch nebenbei unterhaltet, während sich ein Kandidat vorstellt. Ihr könnt euch ja gerne unterhalten. Es gibt wirklich viel Platz hier im ganzen Gebäude. Das könnt ihr außerhalb von dieser Halle machen. Und es ist einfach wirklich respektlos. Das hat der Kandidat nicht verdient. Egal welcher gerade da vorne ist. Deshalb möchte ich für zukünftige Kandidatenvorstellungen, jetzt bei Manfred war es leider nicht mehr möglich, weil ich ihn nicht unterbrechen wollte in seinem Redefluss, doch wirklich noch mal energisch darauf hinweisen, dass ein bisschen Ruhe im Plenum angesagt ist. Und außerhalb könnt ihr gerne eure Späße machen. Aber wenn wir euch hier vorne verstehen, dann seid ihr einfach insgesamt zu laut, auch wenn ihr denkt, dass ihr leise seid. Ich bedanke mich dafür. So, und jetzt bitte der erste Fragesteller. Ja, dein Redefluss war wirklich beeindruckend. Du hast kurz und prägnant gesagt, was du sagen wolltest. Aber es haben sich dazwischen immer Begriffe eingeschlichen, die für dich und sicherlich die deinen selbstverständlich sind, bei vielen Leuten aber nicht der gleiche Wissensstand vorherrscht. Diese Fehler machen viele Leute im gehobenen geistigen Bereich. Sie gehen einfach davon aus, jeder weiß, was gemeint ist. NGOs, was sind das überhaupt? Okay, das sind die Non-Governmental Organizations, also die Nichtregierungsorganisationen. Entschuldigung, dass ich genau diesen Fehler gemacht habe, wie du ihn beschrieben hast. Okay. Hallo Masch, ich habe eigentlich eine relativ kurze Frage. Der politische Geschäftsführer einer Partei ist bei uns unter anderem angelegt, um die Kontakte in die einzelnen Bereiche, in die einzelnen Gliederungen der Partei herzustellen und dafür zu sorgen, dass die funktionieren, sage ich mal, soweit das in seiner Möglichkeit ist. Ich persönlich definiere politischer Geschäftsführer auch ein bisschen im Sinne von dem politischen, was man thematisch arbeitet, was man thematisch in die Partei einbringt. Wie stellst du dir das im nächsten Jahr vor? Wirst du diesen Aspekt ein bisschen mehr, also meiner Ansicht nach vielleicht ein bisschen mehr berücksichtigen? Du hast sehr viel mit den Strukturen zu tun, aber ich persönlich würde mir noch etwas mehr thematischen Input wünschen. Ja, ich könnte jetzt sagen, ich bin letztes Jahr jung und unerfahren angefangen. Das mit dem Jung ist gelogen. Das mit dem Unerfahren ist wahrscheinlich richtig gewesen. Ich habe also da deshalb einen zögerlichen Start gemacht und mich, ich sage mal, der Geschäftsordnung unterworfen und Tickets geschubst in großem Maße. Vielleicht hast du mitbekommen im Laufe dieses Jahres, wie konkret enger unsere Zusammenarbeit im Bereich AGÖA geworden ist, wie deutlich stärker politische Themen auch für mich eine Rolle gespielt haben. Die haben natürlich auch vorher eine Rolle gespielt. Ich habe die nur nicht in irgendeiner Weise transportiert, weil ich andere Aufgaben wahrgenommen habe. Ich habe eben schon mal gesagt, dass ich in den letzten Wochen und Monaten meine Tätigkeit, meine Art, diesen Job auszufüllen, in etwas geändert habe, nicht nur in Facetten, sondern schon konkret auch in einer Richtung. Habe mehr mit NGOs, mit Redaktionen gesprochen, habe innerparteile, ich habe die Fraktionen, also einzelne Menschen aus der Fraktion regelmäßig zu Gesprächen gebeten. Wir haben uns dann in Düsseldorf getroffen, wir haben uns auch schon mal in Wesel getroffen. Ich bin da also tatsächlich zu dem Ergebnis gekommen, so wie du es bis jetzt getan hast, ist es zwar dienlich, so Parteisoldat und, 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 und alles für den Club, hat aber keinen Impact. Und ein politischer Geschäftsführer sollte neben dem ersten Vorsitzenden, aber auch neben den stellvertretenden Vorsitzenden, da würde ich mir auch so eine etwas größere Verteilung wünschen und vorstellen, hat meiner Meinung nach in erster Linie die Aufgabenstellung, Politik zu transportieren. In die Partei hinein, innerparteilich, aber durchaus auch nach außen, ganz klar. Das hat sich in den letzten Wochen stärker in meiner Tätigkeit, also ist stärker geworden, hat einen höheren Anteil gewonnen. Ich würde das gerne fokussieren sogar, ob das gelingt, ob man so den Hebel so umlegen kann, von heute auf morgen, und sich da mehr oder weniger aus der Verwaltung rausziehen kann. Was ich gerne würde, habe ich auch letztes Jahr schon gesagt, ich möchte nicht Tickets schubsen, will ich nicht versprechen. Ich möchte dieses Jahr, Dennis hat das eben auch gesagt, ich habe letztes Jahr eine Aussage gemacht, und das mache ich dieses Jahr extra nicht, falls es wieder in die Hose geht, in Anführungszeichen. Wobei, in die Hose gegangen ist gar nichts. In die Hose gegangen ist im letzten Jahr nichts, aber leider Gottes war alles sehr ruhig. Ich erinnere mich daran, dass ich letztes Jahr den ersten Satz verwendet habe, etwas mehr Ruhe wagen. Das passte, glaube ich, in die Zeit, weil wir da Shitstorm-Serien hinter uns gebracht hatten. Jetzt reicht das aber mit Ruhe, jetzt müssen wir ein bisschen mehr Attacke fahren. Wir haben anderthalb Jahre vor uns, in denen wir richtig performen müssen, und zwar auf allen Ebenen. Wir haben einen Riesenpfund, wir haben 130 plus kommunale Mandatsträger mit einer ganzen Mannschaft dahinter, von sachkundigen Bürgern, von Mitarbeitenden in einer erweiterten Fraktion. Ich nenne die jetzt einfach mal so, Informationszuträger und auch Informationskommunikatoren. Die hatten wir nicht in 2012. Jetzt fehlt uns zwar so der Auftrieb von außen, die mediale Unterstützung. Wir können aber tatsächlich dieses Riesenpfund mit den 130 Mandaten nutzen, um die gute Arbeit, die vor Ort gemacht wird, und das wird sie. Das sieht man und das hört man an allen möglichen Stellen. Man bekommt auch das Feedback von zum Beispiel Mitgliedern anderer Parteien in den Räten, in den Kreisen, die niemals im Kreistag oder im Ratssaal positiv sprechen. Aber dann draußen vor der Türe oder auf dem Marktplatz, wo man sich auch immer trifft, kriegen und wir Piraten alle Zuspruch. Wir werden von Bürgern, aber auch tatsächlich von konkurrierenden oder mitbewerbenden Kommunalpolitikern gelobt und bekommen ein deutliches Nicken für unsere Arbeit. Was dazu beitragen würde, wäre, wenn wir alle, die wir hier aktiv sind, wie gesagt, die Zahl ist leider Gottes geschrumpft in letzter Zeit, aber ich hoffe und würde alles dafür tun, dass sich das wieder umkehrt, dass wir wieder mehr aktive Piraten bekommen und auch eine Zahl von Neumitgliedern, wenn wir alle in unserem ganz normalen Leben, auch das wurde eben schon mal gesagt, sprecht über Piraten, nicht auf irgendwelchen Stammtischen alleine oder auf Infoständen, sprecht in eurem Leben, wo ihr seid. Ihr seid beim Paddeln, beim Rudern, beim Volleyballspielen, beim Daten, beim was auch immer, auch da seid ihr Piraten. Und wenn ihr dort transportiert, wo gerade nicht damit gerechnet wird, dass über Flüchtlinge gesprochen wird, über eine Vorratsdatenspeicherung gesprochen wird, über die Sachen, die da auf anderen politischen Ebenen passieren, gegen die wir schon seit Jahren aufstehen, antreten, aber leider Gottes, weil die Situation so ist, wie sie ist, wir haben nun mal nicht die Mehrheiten, auf keiner Ebene, damit nicht durchkommen. Wir kommen damit zum Bürger durch, wir kriegen Feedback, ja, ihr habt recht, klar, 60% der Leute ist gegen dieses, 80% der Leute sind gegen jenes, also ich nenne meine VDS, ich nenne TTIP, ich nehme die letzten flüchtlingspolitischen Entscheidungen, die getroffen worden sind, da ist es nicht ganz so deutlich. Die Leute sprechen uns zu und sagen, ja, ihr macht das richtig, ihr habt die richtigen Themen und ihr habt auch die richtigen Ideen. Lösungen können wir leider noch nicht vorstellen. Auch da würde ich mir wünschen, dass wir vielleicht in sechs, sieben Monaten auch mal wirkliche Lösungen darstellen. Vielleicht nicht umsetzbar für uns, weil die Macht, die Power haben wir nicht, weil wir nicht in der Position sind, aber andere könnten wir übernehmen. Wir haben die Erfahrung auch im Landtag, dass gute Anträge von uns, drei, fünf, sechs, acht Monate später, aus einer anderen Ecke, mit zwei, drei anderen Wörtern oder einer kleinen Umformulierung, plötzlich von den Grünen zum Beispiel kommen. Und das müssen wir so transportieren, ich komme zum Ende, dass das wirklich uns zugeschrieben wird. Dankeschön. Ja, Manfred, herzlichen Dank für deine gute Arbeit bisher und ich wünsche dir für die nächste Zeit, so du gewählt werden solltest, ebenso ein gutes Händchen. Allerdings eine Anmerkung. Bei uns an der Basis kommt sehr wenig vom tagespolitischen Einflüssen in die Piratenpartei an. Ich würde mir wünschen, wenn wir auf die tagespolitischen Themen von Seiten des Vorstandes und auch von Seiten der Fraktion stärker eingehen würden und die Basis über unser Handeln im Vorstand stärker informieren würden. Das war eine Aussage, du möchtest darauf keine Antwort oder ist doch eine Frage dahinter stehend? Naja, ich möchte doch schon die Frage stellen, Entschuldige, wie würdest du diese Information an die Basis stärker steuern? Gut, also ich bin völlig bei dir. Dass das zu wenig stattgefunden hat, wir haben eben schon kurz, das war bei, ich glaube, bei dem Rededuell Paki gegen Michel gesagt worden, dass wir versuchen zu splitten, so ein bisschen die Anträge im Landtag sind halt Sache der Fraktion, die Tagespolitik soll im LV und dann auch runter in die KVen gemacht werden, halte ich für passend, für gut. Meine Versuche, die Kommunikation zu verbessern, die im letzten Jahr nicht zum Erfolg geführt haben, haben in mir die Überlegung stattfinden lassen, wenn das jetzt in einem weiteren Versuch ist. Es gibt zwei Kandidaten, die ich jetzt nicht namentlich benennen möchte, die die Regionalpiraten gerne machen wollen. Wir brauchen aber 10, 12, 15 Leute, die das machen, damit wir es wirklich gesetzt kriegen. Wenn das zu lange dauert, bis es dazu kommt, oder vielleicht gar nicht, dann stelle ich mir vor, so ein Daily Digest, natürlich nicht in täglicher Version, aber vielleicht in wöchentlicher oder spätestens in monatlicher Version, wo jeder, der in irgendeiner Weise eine Information zu kommunizieren hat, sei es, es ist der Stadtrat Aachen, sei es, es ist die Landtagsfraktion, das bitte schön zentral, im Moment wäre ich das, bei mir abkippt, ich würde das zusammenfassen und dann in die Ebenen zurückschicken. Und in Kombination mit dem vielleicht dann nicht täglichen, es gibt Tage, da werde ich das nicht schaffen, und vielleicht am anderen Tag zwei Telefonate, Telefonate mit den Kreisverbänden und so weiter, kann ich mir da auch ein Echo abholen und das Thema nochmal aktualisieren. Ich schaue mal Richtung Versammlungsleitung, ob das Mikro offen ist. Vielen Dank. Hallo Masch, ich bin der Grumpy, ist das Licht so hell. Ich habe da mal eine Frage, so auf Augenhöhe. Wir haben da ja beide, so sage ich mal, zwei Vorsitzende jetzt, die sehr gerne Dinge an sich heranziehen, wie wir auch heute schon gehört haben. Du sprachst gerade den Austausch, das Wortgefecht, ein wenig zwischen Fraktionsvorsitz und Landesvorsitz an. Jetzt habe ich die konkrete Frage an dich, wir haben ja im letzten Jahr schon eigentlich sehr gut zusammengearbeitet, auch das ist natürlich von beider Seite aus verbesserungswürdig, bin ich auch ganz offen. Was ist deine Idee, wie kriegen wir beide unsere Vorsitzenden dazu, das entsprechend an die beiden Leute zu delegieren, zum Beispiel an den neuen PolGF und an den wiedergewählten PalGF, ihre Arbeit, nee, unsere Arbeit, mal uns machen zu lassen und nicht uns immer wegzunehmen. Eine Frage, die eigentlich zwei Fragen beinhaltet. Ich kann jetzt schlecht für dich antworten, ich hätte aber eine Idee, die wir dann gleich mal unter vier Augen besprechen können. Vielleicht kann der Grampi das ja dann, weil es geht ja dann um sein Verhältnis, Michel gegenüber, vielleicht kann der Grampi das dann transparent machen. Was mich anbetrifft, das ist schon passiert, Grampi. Paci und ich haben in den letzten drei Monaten den Austausch intensiviert. Wir haben fünf Telefonate geschätzt, im Durchschnitt pro Woche. Paci hat mir einiges abgetreten an Aufgabenstellungen, an Repräsentationspflichten. Sonst hätte ich das, was ich eben gesagt habe, nämlich in den letzten Wochen und Monaten, meine Tätigkeit so ein bisschen zu verändern, gar nicht machen können, weil ich hätte die Gelegenheiten gar nicht gehabt. Also, das Gespräch mit Paci hat stattgefunden. Viele sagen, großer Schirm, viele Sachen drauf und so weiter. Paci hat tatsächlich, und das hat er selber eben auch in seiner, ich glaube, es war seine Rede, seine Vorstellungsrede, gesagt, dass er in diesem jetzt tatsächlich ruhig, nachhaltig und vernünftig zusammenarbeitenden Vorstandsteam gelernt hat, weil er auch auf die Fresse gekriegt hat. Sorry, also es gibt ja In-Ö-Teile, die nicht nur immer unbedingt um irgendwelche Anträge von Mitgliedern geht oder sowas, wo Namen eine Rolle spielen, sondern es gibt In-Ö-Teile auch, damit wir uns mal aussprechen können oder auskotzen können. und Paci hat da, wie manch anderer auch, deutliche Wörter zu hören gekriegt und hat reagiert. Er hat ein bisschen abgegeben. Also, das hat schon stattgefunden, der Prozess ist im Start begriffen, trägt schon Früchte und ich würde natürlich noch weiter ausweiten, allerdings nicht so weit, damit das Paket dann nichts mehr zu tun hat. Ja, wenn dann weiter keine Fragen sind, dann, Manfred, kannst du jetzt erstmal wieder der Dinge harren, die da kommen, wenn du möchtest. Bitte schön. An dieser Stelle nochmal Gewinner, also kann ja sein, dass noch einer hier ist, der 004507, 004507 Ja, die dürfen sich dann gerne bei uns melden. Wir warten jetzt einen ganz kleinen Augenblick. Der Maite kommt gleich und wird uns was sagen, hoffen wir zumindestens. Im Moment gibt es nicht viel anderes zu tun. Ich könnte euch ein bisschen Blödsinn erzählen, aber das mache ich ja die ganze Zeit schon. Ja, ich sehe ihn auf dem Weg. Der kommt jetzt erstmal zu uns. Oh. Ja, wir haben da Inkonsistenzen gehabt. Das heißt also, es wird nochmal der Wahlgang nachgezählt, des Schatzmeisters. Ich spreche mal ganz kurz mit der Wahlleitung. Ja, hallo. Ich würde nochmal kurz darauf aufmerksam machen. Nächsten Donnerstag ist wieder Ruhrgebiet-Stammtisch in Dortmund. Wie immer letzter Donnerstag im Monat, danach der Monat in Duisburg. Ich hoffe, viele Zuschauer, nee, Zuschauer, Teilnehmer. Danke. 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 So, wieder Überbrückungsmusik. Ja, wir überlegen jetzt, wie wir weitermachen. Ob wir vielleicht einen Wahlgang, eine Kandidatenliste schließen können und eine Vorstellung noch anfangen können oder wie es weitergeht. Das klärt jetzt der Maik gerade mit dem Maid. Genau. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Abgegebene Stimmzettel 91, ungültige Stimmen 0, für Nein stimmten 5, Enthaltungen 4. 2, Enthaltungen waren 6, Enthaltungen waren 6 natürlich. 5, Nein, 6 Enthaltungen, 91 abgegebene Stimmzettel, 0 ungültige Stimmzettel. Auch Bernd Janotter empfehlen 80 gültige Stimmen, sind 87%. Ja Bernd, die Versammlung hat dich zum Schatzmeister gewählt. Nimmst du die Wahl an? Ja, vielen Dank. Vielen Dank, liebe Versammlung. Ich nehme die Wahl an. Wir werden alles daran tun, um beim nächsten Mal ein besseres Ergebnis zu holen. Vielen Dank. Ja, es geht auch direkt weiter. Und zwar habe ich hier, ja, der Manfred Schramm hat sich vorgestellt, möchte als politischer Geschäftsführer kandidieren, so wie ich das sehe. Dann nehmen wir mal wieder mein Kärtchen hier. Ich bin ja schlau, habe ich gehört. Ja, wir haben einen Kandidat, wir haben ein Amt zu vergeben. Also fallen die ersten beiden weg und wir sind wieder bei der qualifizierten Mehrheitswahl. Ein Pirat, eine Stimme. Wie gerade eben, ihr habt drei Möglichkeiten. Ja auf der 1, Nein auf der 2, Enthaltung auf der 3. Auch ein leerer Stimmzettel wird als Enthaltung gewertet. Enthaltungen erhöhen das Quorum. Ansonsten bleibt alles beim Alten. Wenn ihr ein Kreuz ungültig machen wollt, füllt das Kästchen voll aus. Wenn ihr es doch wieder machen wollt, kreuzt es rechts daneben. So, vielleicht, naja, manche von euch mögen die Farbe Weiß nicht. Das kann ich sehr gut verstehen. Deswegen machen wir es so. Ich habe gerade eben schon wieder einige Stimmzettel dieser Farbe in meinen Urnen gefunden. Wir gehen hin, nehmen Stimmzettel 5 und werfen ihn weg. Das heißt, wir haben Stimmzettel 6 in einem schönen Rot. Ja, des Weiteren teilt mir meine Stellvertreterin gerade mit. Wir haben eine Urne weniger. Das macht nichts. Wir haben noch drei übrig. Zwei auf der linken Seite, eine außen. Liebe Wahlhelfer, kommt herbei und singet. Nein. Hat das Spaghetti-Monster keinen Gesänge? Während der Wahl kannst du eh nicht. Möchtest du gleichzeitig machen, vorstellen und? Ja, noch ist die Kandidatenliste für den GENSEC offen. Liebe Versammlung, für die Wahl des Generalsekretärs möchte da noch jemand kandidieren. Ich habe noch eine offene Kandidatenliste. Okay, ich höre, sehe nichts aus der Versammlung. Daher schließe ich die Kandidatenliste für die Wahl des GENSECs. Ja. Da hat sich nämlich der Ralf Hurnig gemeldet. Der würde das gerne weitermachen. Das haben wir dann schon mal abgearbeitet. Meine Wahlhelfer sind hier vorne. Ich habe sechs Stück. Ich habe drei Wahluhren. Zeigt sie einmal bitte vor. Wir wählen jetzt den politischen Geschäftsführer. Zur Wahl steht Manfred Schramm. Ihr habt euch überzeugt. Liebe Wahlhelfer, geht an eure Plätze. Achtet bitte darauf. Stimmzettel 6. Perfekt, gut. Sobald meine Wahlhelfer an den Plätzen sind. So, alle Wahluhren sind an den Plätzen, genauso wie die Helfer. Damit eröffne ich jetzt die Wahlgang zum politischen Geschäftsführer. Bitte. Danke. 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 Vielen Dank. 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 Danke. Ja, wir müssen Sammy da mal recht geben. Vielen Dank. sich ans mikrofon begeben und wenn du da stehst und was sagen möchtest dann darfst du auch was sagen es ist ja schön leise im saal ralf du weißt ich schätze dich sehr ich weiß du machst ein knochenjob meine frage an dich ist ich wohl ein bisschen aus ich habe kürzlich eine aufgabenstellung gehabt die der generalsekretär hätte ausführen sollen das war mein wunsch du musst es leider sagen im moment schaffe ich das nicht ich habe so viel um die ohren dass das ein bisschen warten muss das würde ich jemand anderem geben zu machen es ist dann nicht gemacht worden die konkrete frage lautet du hast im moment nicht durch durch deine verursachung sondern weil wir halt die mahnläufe machen riesig viel zu tun kannst du absehen wann das zu ende ist dass du ich sag mal in normale fahrwasser gerätst und so wie wir dich kennen super zeitnah reagieren kannst dazu muss man zwei sachen sagen die aufgabe mit der umfrage war so vom crm gar nicht machbar das heißt wir hätten da auf andere sachen aufsetzen müssen da hätte ich mich einarbeiten müssen das hätte mindestens eine woche gedauert wo andere arbeit hätte liegen bleiben müssen sprich das mahnwesen war in dem moment tatsächlich nicht machbar das mahnwesen wird wahrscheinlich noch bis ende januar in anspruch nehmen immer weniger aktueller stand ist donnerstag die zweite erinnerung rausgegangen ich habe 250 tickets geschätzt da liegen im moment die mache ich montag weg spätestens dienstag und dann ist der zwar die zweite erinnerung durch das ganze wird aber noch zwei weitere mahnstufen sein und dann gehen die streichung los insgesamt jeden monat ein mahnlauf mit anschließender streichung sind wir ende januar und danach wird es deutlich besser werden dann haben wir zwar noch mal das mit den neuen ermäßigungen wir haben noch mal neue den neuen einzug die neuen überweisungen das geld muss verbucht werden aber dann haben wir keine riesen mahnläufe mehr das sind dann nur noch minimalbeträge das heißt wir sehen uns dann für solche aufgaben wie diese umfrage speziell januar für mitgliederlisten für eintritte austritte und sonstiges das mache ich ja sowieso zwischendurch danke ich weiß das ja wenn ihn niemand mehr befragen möchte ach so niemand möchte ihn noch befragen dann bitteschön ja dankeschön ja einfach weil ich das wichtig finde dass auch dich zu fragen und zwar der bernd hatte eben angekündigt möchte sich in politische fragen einmischen und meine frage an dich ist wie sieht das mit dir aus du hast ja auch so hin und wieder mal durchblicken lassen dass du durchaus deine politischen themenfelder hast die dich interessieren wärst du bereit auch mir kontra zu geben oder eben auch mal eine diskussion werden eben den vorschlag von michelle auch politische vorstandssitzungen abzuhalten dich daran zu beteiligen oder möchtest du ein rein verwaltender vorstand bleiben aktuell verwaltender vorstand dafür ist zu viel liegt im moment zu viel rum das muss weg wenn ich damit durch bin können wir uns gerne über politische arbeit unterhalten von meiner person aus wobei ich ja immer wieder meine dummen kommentare ja doch einfließen lasse weißt du selbst und kontra kriegst du von mir auch ob ich politisch das amt ausfüllen oder ob ich das als basis pirat dann konkret mache da brauchst du keine sorgen zu machen wenn mir was nicht passt sage ich das ansonsten ja aktuell wie jetzt immer noch verwalten sein wenn ich damit fertig bin und langeweile kriegt dann wirst du mit sicherheit auch politische arbeit von mir erleben können wie ich sehe ist das mikrofon jetzt leer läuft wieder niemand zum mikrofon nein okay ja dann ralf hast es jetzt erstmal hinter dir wir warten dann auf den maid mit den ergebnissen vom letzten wahlgang und werden dann bald hier weitermachen zwischendurch gibt es noch mal ein rede slot dankeschön bedanke mich ja hallo liebe piraten wir im in wesel sind bezüglich cia third sehr gut aufgestellt weil wir dort drei asura haben die voll durch aussuchen können und wir bieten auch hier anschließend an und wenn ihr bei euch lokal mal entsprechend sich auch im bereich hier hört irgendwas unternehmen oder eine veranstaltung machen wollt könnt ihr gerne auf uns zukommen und ansonsten könnt ihr euch unter www.sia third.org mal darüber informieren das sind freie zertifikate die um die frage vorwegzugreifen zurzeit noch nicht in den stammzertifikaten der browser der maschinen drin sind oder beziehungsweise kurz kurz wieder rausgeflogen sind vor einiger zeit und wir arbeiten weiter daran das wird noch dauern dass das kommt es ist alles gemeinnützig ist alles frei es kostet kein geld außer unser engagement und es ist halt eine alternative um zertifikate zu bekommen und es gibt mehrere andere organisationen die zurzeit auch versuchen kostenlose zertifikate für e mail verschlüsselung für web server verschlüsselung anzubieten wir arbeiten da durchaus zusammen und stehen natürlich dann ein bisschen die konkurrenz zu den kommerziellen anbietern und was ihr bevorzugt das mag jeder selber entscheiden aber wir bieten deshalb einfach an ja rudy hat im prinzip alles gesagt sie es hört ist ein piratiges thema also krypto und so und die möglichkeit und zertifikat zu bekommen auch eingeschränkt ist noch nie in allen browsers drin welches keine schnittstelle zu nsa beinhaltet von vornherein ist natürlich eine wesentlich gute möglichkeit ich möchte euch alle bitten euch wenn ihr davon noch nichts gehört habt oder nicht sicher seid was genau sie gehört ist geht zum rudolf der sitzt an auf dieser seite in der dritten sitzreihe außen kann sehr gut darüber aufklären und ich möchte euch bitten dass auch in eure lokalen programme mit aufzunehmen auf infoständen davon zu sprechen wenn ihr stammtische macht und ihr habt erschurer in eurer mannschaft bietet auch assurances an weil das tatsächlich leute zu uns bringt die in dem thema interessiert sind und die wir dann natürlich möglicherweise für die piraten interessieren können oder gegebenenfalls sogar mehr ich fordere euch auf oder ich bitte euch euch mit dem thema auseinanderzusetzen falls es noch nicht passiert ist und darüber auch zu arbeiten danke darf ich eine frage stellen ja ich stelle mich jetzt mal total doof das ist ja ein allein stellungsmerkmal von den piraten oder oder gibt es andere parteien die das so in der form anbieten kennt ihr da irgendwelche ist hier cert und piratenpartei hängt so nicht zusammen das ist jetzt kein 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 typisches thema was was piraten verheiratet ist aber die das thema verschlüsselung ist unser piraten thema also pgp kennt ja im prinzip hoffentlich fast jeder von euch und nutzt es und es mein verschlüsselung ist ein anderes in der e mail welt etwas mehr auch im kommerziellen bereich verwendet hier outlook umfeld und so weiter das heißt es geht im prinzip um das thema verschlüsselung und das ist dieser piratische aspekt und dann geht es auch darum die infrastruktur selber in der hand zu haben und nicht auf dritte angewiesen zu sein ob es sei es telekom sei es türk trust sei es gott weiß wen im rahmen des tier asserts ist es so dass wenn man namentliche zertifikate bekommen möchte muss man mindestens von drei leuten die ausreichend punkte haben die haben wir hier zum beispiel zusammen oder von noch mehr leuten entsprechend geprüft werden dass man der ist dem man vorgibt also ausweise auf auf echter prüfen namen prüfen und so dass man auch namentliche zertifikate machen kann und hat dadurch eine wesentlich bessere prüfung eigentlich als bei vielen anderen kommerziellen oder anderen freien zertifizierungsstellen bei denen es einfach reicht irgendwo mal auf einem web server datei abzulegen paar euro zu bezahlen und dann sein zertifikat zugeschickt zu bekommen und das wichtige an der geschichte ist dass die gesamte infrastruktur in eigenen händen verbleibt man erzeugt auch seine eigenen den 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 der schlüssel paar den privaten schlüssel erzeugt man selber wird der verlässt einen nie das ist auch ganz wichtig im thema sicherheit da könnte man jetzt einen auszug machen zum thema gesundheitskarte aber den spare ich mir jetzt mal wenn es interessiert der wird der wird die wunde schon erkennen und hier ist eigentlich das dreh und angelpunkt der piratisch ist eben halt dass wir es alles selber machen können machen wollen und im prinzip auch eine alternative halt darstellen einen anderen weg gehen und was man lieber mag das ist geschmackssache also denke ich ist das schon auch ein thema was wir auf landesebene verbreiten sollten also was in allen kreisen und vkvs verbreitet werden sollte jetzt sehe ich den thomas weinbrenner da hinten stehen er hat so eine schöne übersicht seite für den landesverband gemacht wollte das nicht in dieser wiki seite auch einbringen und das da erklären so dass die vkvs und die kreisverbände nicht nur einen ansprechpartner haben sondern eben auch so ein bisschen eine anleitung also ich persönlich ich bin zwar auch im it bereich tätig aber eben nicht so in den technischen tiefen des der it ich wüsste jetzt zb nicht was ich bei meinem privaten blog tun müsse um ein zertifikat einzurichten und da fehlt mir so ein bisschen der link so es ist sehr speziell es ist sehr technisch hier sitzen leute die davon nichts verstehen und das eben erklärt haben müssen um das bei ihrer webseite einzurichten und ich würde mir wünschen wenn ihr das auch für nicht eingeweihte so ein bisschen auf bearbeiten und aufbereiten würde dass man das leichter versteht ich denke der rudy weil der in sie es hört ich sage mal der am weitesten fortgeschrittene ist der jetzt schon internationale reisen vornimmt in der sache dass der vielleicht mal rücksprache hält mit sie es hört in welcher weise wir das auf piratenseiten kommunizieren könnten vielleicht geht es dann nur mit links zu sie es hört seiten die die erklärung beinhalten wir müssen die kuh ja nicht ein zweites mal übers eis schicken das im wiki stehen zu haben fände ich auch sehr geschickt ich möchte aber noch mal auf deine frage konkret von eben eingehen nicht die letzte sondern die vorletzte ist das eine piratengeschichte oder gegenfrage gibt es andere parteien die sich auch damit beschäftigen kann ich natürlich nicht beurteilen ich weiß nicht ob es grüne gibt die sich dafür interessieren oder einsetzen ich weiß nicht ob es jemand von der partei gibt der sich den spaß draus macht oder andere ich kann nur meine persönlichen erfahrungen sagen ich bin außer von piraten und parteilich nicht organisierten menschen nie darauf angesprochen worden das scheint ausschließlich bei uns ein thema zu sein ja wenn das von euch alles war dann eure aufmerksamkeit dann ist die wahlleitung wahrscheinlich wieder dran ok ja 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 Vielen Dank. So, Mahlzeit. Wir haben ein Ergebnis, und zwar politischer Geschäftsführer zur Wahlstand Manfred Schramm. Und zwar, wir haben 132 akkreditierte Piraten, davon 85 gültige abgegebene Stimmen, 0 ungültige Stimmen, mit Ja stimmten 76, Nein 4, 5 Enthaltungen entspricht 89,41%. Lieber Manfred, wo auch immer du sein mögest. Hallo Manfred. Ja, die Versammlung hat dich zum politischen Geschäftsführer gewählt. Nimmst du die Wahl an? Ja, ich danke zuerst einmal für die Zustimmung, die ich tatsächlich nicht erwartet hätte. Ich bin überwältigt und ja, ich nehme die Wahl dankend und sehr gerne an. Gut, da ich hier geschlachtet werde gerade, zumindest mit Blicken. Die Wahl zum Gänseck habe ich geschlossen. Der Kandidat hat sich vorgestellt. Ja, dann haben wir noch offen die Wahl zum, oder die Wahlend zum Beisitzer oder zu Beisitzer. Kandidatenliste ist offen. Jemand, der sich noch als Beisitzer bewerben möchte. So möge er jetzt kommen, rennen, springen, hüpfen, rennen, schreien. Ich sehe niemanden mehr, der flammend auf mich zurennt. Somit schließe ich auch hier die Kandidatenliste für die Beisitzer. Ja, wir haben aber noch die Wahl zum Gänseck. Der Ralf hat sich erklärt, er möchte das machen. Beisitzer, wir haben es geschlossen, vier. Zum Gänseck. Auch hier haben wir einen Kandidaten. Wir haben ein Amt. Das heißt, qualifizierte Mehrheitswahl. Ein Pirat, eine Stimme. Ihr habt eine Stimme, drei Möglichkeiten. Ja für die Eins, Nein für die Zwei, Enthaltung für die Drei. Ein leerer Stimmzettel wird als Enthaltung gewertet. Enthaltungen erhöhen das Quorum, wie eben auch. So, vielleicht kennt ihr das. Ich greife wieder in meine Tasche. Suche meinen Stimmzettel. Ihr seht hier Stimmzettel Nummer sieben. Wisst ihr, was ich von euch will? Geht hin, nehmt die sieben, die so schön in gelb ist, zerknüllt sie, macht sie Platz, schmeißt sie in den Müll. Auch die VL hat mitgekriegt, wir nehmen Stimmzettel acht. Der ist in Flieder. Ich hoffe zumindest, dass es Flieder ist. Liebe Wahlhelfer, kommt nach vorne, bringt eure Uhren mit, macht euch bereit. Mein, mein, kommst du dann gleich mal. Wenn du fertig bist, kommst du noch mal zu uns? Naja, aber du bist doch fertig. Wir können das auch kurz sagen. Vier Kandidaten hast du dabei? Vier Kandidaten, wir machen das doch nicht mehr, das lohnt nicht. Aber sollen wir noch irgendwelche anderen Sachen vorziehen? Was denn noch? Nee. Was denn noch? Was denn noch? Ich habe drei Uhren, alle werden euch gezeigt. Jetzt wählen wir den Generalsekretär als Kandidat, Ralf Hurnig. So, ja, liebe Wahlhelfer, geht zu euren Wahluhrenplätzen. Bevor der Wahlgang anfängt, kann noch mal jemand um sich gucken. Es wird Unterlagen von 04541 vermisst. Und zwar komplett Block, Stimmkarte, Umschlag. Wenn ihr alle noch mal auf euren Platz kurz links und rechts guckt, vielleicht hat das jemand. 04541. Bringt es dann kurz zu uns, das wäre lieb. Ansonsten muss er sich neu akkreditieren. Ansonsten muss er sich neu akkreditieren. Liebe Wahlhelfer, kommt noch mal nach vorne, nehmt eure Uhren mit. Das ist schön. Ich brauche euch alle noch mal hier. Liebe Versammlung, hört mir bitte noch einmal kurz zu. Aufgrund einiger kaputter Zettel, eines eingeworfenen Zettels, erkläre ich den, ja, den habe ich noch nicht begonnen. Auf jeden Fall Stimmzettel 8 für ungültig. Tut mir leid, muss ich so machen, um jeden zu seinem Recht zu kriegen. Stimmzettel 8 ist ungültig. Wir nehmen jetzt wieder Stimmzettel 9, und zwar in grün. Doch, letzten Elf, bitte. Liebe Wahlhelfer, zeigt bitte noch einmal die leeren Uhren. Kommt, ihr macht das doch so gerne, gebt zu. Okay, alle Uhren sind leer, die Versammlung hat sich überzeugt. Geht bitte auf eure Plätze, wartet auf mein Go. Liebe Versammlung, wir haben grün als Stimmzettel. Herr Präsident, sag mir Bescheid, wenn die bereit sind. Seid ihr bereit, liebe Wahlhelfer? Okay, alle sind bereit. Ich erkläre die Wahl zum Generalsekretär für eröffnet. Ja, bitte. Wenn die Wahl ist, dann sind wir in der Kirche, die 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 wir in der Kirche geben. Wenn die Wahl ist, dann ist das nicht so gerne. Vielen Dank. 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 Null, Vielen Dank. Es wird. Zum einen das, zum anderen kann die Halle auch frühestens um 9 Uhr aufgeschlossen werden. Der Hausmeister ist nicht vorher da, die Technik will vielleicht vorher schon mal rein und bis ihr alle einen Platz gefunden habt, dauert das vielleicht ein bisschen. Deshalb wäre mein Vorschlag, dass wir morgen um 9.30 Uhr anfangen, pünktlich. Außerdem, kleiner Appell, heute Nacht ist Zeitumstellung, ihr könnt alle eine Stunde länger schlafen. Ja, dann sollte auch 9.30 Uhr machbar sein für 10.30 Uhr Aufsteher. Ihr könnt auch länger feiern, das ist mir egal, Hauptsache ihr seid alle da. Das wäre halt mein Vorschlag, aber ich sehe schon, der Stahlraber hat eine leicht andere Meinung und möchte gerne eine andere Uhrzeit zum Anfang zur Diskussion stellen. Also wenn ich jetzt sage, wie lange ich normalerweise schlafe, dann lacht ihr mich aus, aber ich sage mal, ich erhöhe auf 10 Uhr. Ich bin der Meinung, wir haben morgen nicht mehr so viel zu tun, als dass man wirklich so früh hier sein müsste. Irgendjemand dafür oder dagegen? Ich meine, man kann das auch als Antrag formulieren, ne? Ja, das weiß ich auch. Normalerweise schlafe ich sonntags bis 15 Uhr ungefähr. Soll ich da einen Antrag draus machen oder guckst du mal in die Runde, wer so für 10 Uhr oder für 9.30 Uhr ist? Ja, das hatte ich jetzt vor. Ich habe das mal als Antrag verstanden. Als konkurrierende Anträge. Möchte da noch jemand irgendwas zu sagen oder noch eine Zahl in die Schlacht werfen? Ich wollte dazu was sagen zu dem Antrag vom Stahlraben. Ich finde das sehr gut, weil erfahrungsgemäß wird der Parteitag immer so auf 9.30 Uhr oder 10 Uhr verlegt und dann sind meistens um 11 Uhr so die ersten Leute da, aber da wir eine Zeitumstellung haben, sind hoffentlich diesmal alle um 10 da. Na ja, wann sind die alle da, wenn wir auf 10 Uhr verlegen. Okay, gut. Also ich denke, wir machen das mit einem Meinungsbild. Ihr könnt nochmal alle reinholen, wer da draußen ist. Ne, ich frage euch jetzt. So, dann hätte ich nochmal gerne Stimmkarten. 10 Uhr ist im Angebot, Manfred. Ich frage jetzt erstmal für alle, die gerne um 9.30 Uhr anfangen wollen. Hebt ihr mal bitte eure Stimmkarten. Okay, und jetzt mal bitte die Stimmkarten für 10 Uhr. Ich glaube, das müssen wir auszählen. Komm, das zählen wir aus, Jess. Du musst auch nicht mehr so weit zählen. Ich bin ein bisschen taub auf dem einen Ohr. Wolltest du noch eine Begründung haben? Okay, Leute. Leute, bitte kommt. Lasst uns das nochmal ernsthaft machen, damit wir alle hier morgen vernünftig anfangen können, wann auch immer. Also. Darf ich? Ja. Manfred, bitte. Ach, du hörst dich so gelangweilt an, wenn ich ans Mikrofon trete. Nein, es wurde nach einer Begründung gefragt und ich wurde gebeten, die vorzubringen. Ich mache jetzt die egoistische Begründung. Ich schlafe auf diesem Schulhof hier mit meinen beiden Kindern und ich werde wahnsinnig, wenn ich morgen früh zwei Stunden lang mit meinen Kindern irgendwie menschärgerlich spielen muss. Das war der Scherz an der Geschichte. Der eigentliche Grund ist natürlich der, dass wir gucken, wenn wir früher anfangen, werden wir früher fertig. Wir haben hier morgen Abend jede Menge abzubauen, abzuräumen. Das muss hier auch morgen fertig werden. Also frühes Anfangen heißt auch frühes Ende und wenn wir dann wieder erwarten, noch vorzeitiger fertig sein sollten mit dem, was wir auf dem Programm stehen haben, dann machen wir einfach ein bisschen Politik. Okay, gut. Dann machen wir das jetzt mit dem Zählen. Ja, also macht da bitte noch mal die Stimmkarten für 9.30 Uhr morgen früh. Die beiden hier teilen sich auf, auf rechts und links. Weiter hochhalten bitte. Gut. Okay, dann jetzt bitte die 10-Uhr-Karten. Gut, um 9.30 Uhr sehen wir uns hier morgen wieder. Ihr könnt gerne auch ein bisschen früher kommen. Ab 9 Uhr ist die Halle auf. Und formell heißt das jetzt, ich unter die Breche, den Landesparteitag bis morgen früh 9.30 Uhr. Wünsche euch eine gute Heimfahrt, einen schönen Abend, was immer auch ihr macht. Räumt bitte Flaschen weg, leeres Zeug, euren Müll und so weiter. Aufräumen ist wichtig. Bitte wirklich eure Flaschen wegräumen, den Müll nochmal wegräumen. Hinterlasst es nicht so wie euer Zuhause, sondern so, als ob ihr wirklich mal ordentlich sein würdet. Und denkt dran, wir sehen uns gleich noch in der Bonnstraße beziehungsweise im Digitag. Ich wünsche euch einen schönen Abend und bis morgen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich wünsche euch einen schönen Abend.